Moin, 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 moin. Was geht ab, Leute? Wir gehen heute rein bei Dead by Daylight. Neues Update draußen. Mal gucken, was es so für eine Erneuerung gibt. So, erst mal Discord hier. Tag. Hallo. Moin, was geht? Ja, nichts. Sehr gut, das wollte ich hören. Äh, ja. Warum Steffi noch nicht da? Das Mikrofon ist aus. Äh, Steffi telefoniert noch. Ah, ja. Ich bin live übrigens, ne? Ah, okay. Ja, nur, 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 ja, wollte ich nur sagen, falls irgendwas gesagt wird. Ja. Damit nichts, damit nichts gesagt wird, meine ich. Oder man nicht über irgendwelche blöden Sachen redet. Ja. Oh man, ihr seid beide Hexen. Geil. Ist das, ist das, ist das der neue Charakter? Ja, das ist der neue Charakter. Der sieht dir ein bisschen ähnlich. Also von der Brille her. Und so eine Locken hat das doch auch mal, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, wird auch mal Zeit jetzt hier. Ich bin live übrigens. Ja, ich wollte mit meinem Vater telefonieren. Ja, muss ja nicht sein, ne? Wir haben heute schon mit Chris telefoniert. Echt? Ja. Und? Ja, was und? Wie geht sie? Ja, Anja hat mit ihnen telefoniert. Ich war bei Anja. Achso, achso. Ja, er ruft jetzt jeden Tag Anja mal an. Ja. Wegen Anker noch, weil sie halt diejenige ist... Gadi, bereit rücken. Kann sie nicht mehr. Aha. Gehen wir trotzdem rein? Ah, okay. Ja, ne, ja. Er ist natürlich irgendwie gebrochen. In der Hinsicht, weil Anja ja Schluss gemacht hat, ne? Ja, ja. Aber er ist ein bisschen gelassen schon. Er ist schon ein bisschen glücklicher jetzt. Also er redet glücklicher. Mhm. Als vorher. Er ist bloß traurig, dass Mama nicht rangeht. Hm, verstehe ich. Ja. Was machst du dir da, Vicky? Achso. Hä, ist Vicky bei dir? Ja. Aha. Sie hört dich auf. Aha. Grüße? Denn nicht. Was hast du gesagt? Nix. Gar nix. Grüße. Grüße. Danke schön. Vicky, grüße. Schöne Grüße zurück. Schöne Grüße zurück. Danke schön. Weitermachen. Was auch immer du tust. Sie hat sich gerade Toaststuhl gemacht. Ah, ja. Und wie geht's dir, Robin? Ja. Morgen früh wird auch wieder hell. Aha. So ein Ding, ja? Ja, so ein Ding ist das. Warum ist ein Discord noch nicht? Ich weiß nicht, weil er muss Discord erst anmelden, aber er ist schon in der Loppen mit drin. Tom kann das übrigens nicht, ne? Was? Tom will mitmachen? Tom ist doch schon drin. Ach, Tom ist hier drin? Ja. Das ist der, dieser, 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 dieser Z-irgendwas. Ja, warum kommt der nicht Discord? Er hat noch keinen, er muss anmelden. Ach, dann soll er das auf dem Handy machen, meine Güte. Ja, mach da doch, er muss jetzt in dem Konto machen. Was ist denn der Atte? War er das gerade? Ja, er ist vorhin. Huh? Du, seiner. Ja, mach weiter, Tom. Tom ist bei mir. Er ist das mit dem Peppy hier jetzt, ne? Okay. Es ist der Glockenmann. Ach, nö, nicht schon wieder. Scheiß, guys. Kann Tom lassen, dann gesagt? Ne, ne, das Essen nicht. Er läuft an mir. Na, der kommt hier. Ja, dann schon gleich so. Ja. Ha! Ah, der blöde Geist nervt. Ja, ich bin hier die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ja, übrigens, die ganzen Pillar sind jetzt neu, ne? Also, die wurden nie bearbeitet. Die können jetzt einfach neue Parks mit einheben und alle uns scheiß. Ja, ich weiß nicht, weil der Fallstelle, der mit so einem Bärenfallstelle, der kann bis zu acht, ähm, reinmachen. Echt mies. Ja. Der Schattenmann kann halt auch nie was anderes. Der kann auch mehr. Bist du hier so weit weg vom Mikro, oder warum hört sich das so komisch an? Äh, ich hab vom Laptop an, weil ich keinen Links hab, kein Headset. Oh, komisch. Ich glaube, das hab ich auf. Ja, du hast es ja auch hier gelassen. Wieso, ich geht das so langsam? Ich hänge hier mal ein bisschen ab, ne? Ja, ist hinter uns. Der Kiel ist hinter uns. Hinter mir im Tram. Mahlzeit. Ja. Noch Paul, Robert, Paul. Halli, jetzt ist was. Will er nicht. Er findet ihr Schwachsinn. Er muss mit uns reden. Er findet ihr Schwachsinn. Man muss doch nicht reden, hat er gesagt. Ja, doch. Hab ich auch gesagt. Ja, weißt du, dass er loben muss, seist du denn auch, wenn er die Maschine heute kackt hat? Ja, er hat mein Generator so oft, dass er gerade verkackt hat, dass ich übelst lange gerade auf. Er muss das. Aber er weiß doch, er muss das stehen, ob das kommt. Ja. Fuck. Tom, bleib doch mal stehen. Ich muss dich reparieren. Ja, er hat einfach ab und repariert mich nicht. Ach doch, er repariert mich. Der Killer läuft da hinten. Oh. Der Dumm... Er kennt ja die Quick-Times-Events nicht. Man hört die Glocke von ihm nicht. Hat er den Skill? Ja, anscheinend. Aber er kann dich durchsichtigen? Ja, er kann dich durchsichtigen. Oh, verdammt. Hast du mir das erklärt nochmal? Ja. Ich glaube, verdammt, er muss da reinfrauen. Und da ist gut. Und da ist gut. Oh, ich schätze. Ja. Ja. Ich laufe gleich mal. Ja, er ist mir ja gar nicht hinterher gelaufen, obwohl ich ihm das gezeigt habe, dass er mir hinterherlaufen hat. Ja. 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 Ja, ich glaube ja... Ich sehe ihn gerade nicht. Ja. 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 Ich war schon. Zweimal. Ist das Franzi oder Chevy? Das ist Franzi, ich mach nen Generator. Ja komm her Tom, noch nen Generator mit uns. Was? Habt ihr es gesehen? Ja. Da war kein Headflag gerade bei mir. Nix, hab nix gesehen. Aber nur weil er dann hat mich geschnappt. Das ist so ne Scheißdreck hier. Paul, Robert, pass bloß an. Ja ich seh's. Mal gucken was Tom macht. Na ja, er kennt Tom hinterher. Was? Hä? Erholt. Das war ich ja schonmal wie es geht. Wie gibt er sich frei? Nein, der wie gibt sich nicht frei. Ach komm! Das war ich. Das war's. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich hasse diesen Scheißgeist. Oh man, der war so noch ganz fällig. Ich bin tot. Ja, das können wir vergessen. Wer ist so stark, der Killer? Der ist so stark. So, meine Damen und Herren. Ich finde es toll, dass er das erste Mal spielt. Ich mache das relativ schon gut, ne? Ja, muss man sich halt einpuxen. Wenn er mit uns reden, wäre es noch besser. Ja, sicher. Ja, weil er muss das wissen, dass man Degeneratoren machen. Das macht er nicht. Und die macht er überhaupt nicht. Er rennt nur rum. Korrekt. Und guckt immer nach dem Killer und so. Mehr macht er auch nicht. Er kommt bei dir wieder zurück. Wie geht er, Franzi? Killer? Nee, er hat auch eine Ruhe. Ach, Mensch, Tom. Ich bin schon lange raus. War der Killer, Franzi? War der Killer gewesen? Ja. Wie kommt man denn auf so einen Namen? Z-Gott-Berus. Wie kommt man auf so einen Namen? Also... Toten-Zerstörter oder was? Aber er kennt die Namen auch. Ja, Toten-Zerstörter gerade. Oh. Ja. So ein Noob. Ich denke mal, Z steht bestimmt für Zombie-Gott oder so. Zombie. Ja, denke ich auch. Das war's am besten, nämlich für Verhältnigkeit, Scheiße. Und so kannst du die Luke nämlich sehen. Luke? Die kommt nämlich jetzt. Das ist ja neu. Ach, die Luke kommt jetzt erst, wenn der letzte Tod ist? Ja, die kommt nicht vorher. Die siehst du nicht vorher. Die siehst du erst, wenn der letzte Tod... Der vorletzte Tod ist. Äh, der Keller ist hinter dir. Hey, guck dir dabei zu! Hahaha. Wer hat doch ne Tassenlabel, das hilft ja. Hahaha. Hahaha. Ja, aber wer hätte dich draus gelassen? Nee, glaub ich nicht. Nee? Nee? Und hat er jetzt als Kaffee gespielt? Ja, aber wer hätte dich draus gelassen? Ja, das ist ein Kaffee. Ich brauch die Kopfhörer, weißt du, wo die sind? Nee, wie hast du das letzte Mal? Hast du bestimmt aufgeräumt und die irgendwo hingeschmissen? Nein, die waren am... An ... Am ... Am ... Am Blätter. Nein! An einem ... Dann meine Mann. Na? An der Mann. Ja. Ja, hab's funktioniert. Ah, was ist das? guehle sich an und ab. Ich will mal jetzt. Der muss dringend Discord sich runterladen. Auch im Handy ein, ist gut. Der macht keinen Operator. Oder er hat meinen Discord benutzen. Ja, ist doch egal, ich habe es doch gut gemacht, oder nicht? Nein, 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 gar nicht. Die hat gar keine Generator. Die hat keine Generator gemacht. Ist nämlich fast gelaufen. Gut durchgehalten. Ja, durchgehalten. Habt ihr übrigens auch 800.000 Blutpunkte erhalten? Ja. Komm, du musst jetzt bitte wirklich Discord runterladen. Mach das jetzt einmal und dann setz die Runde kurz aus und mach einmal fix den Discord ab und dann mach kannst du dir eine FA oder ich, keine Ahnung. Und dann kannst du mit uns auch quatschen, weil du hast nämlich keine Generatoren gemacht. Du hast ganz einfach keinen Generatoren, der ist mal explodiert. Du hast Eindruht im Haltwix geschafft und du bist ganz einfach in den Wecklaufen bei Gran. Ja, ich habe dich geschafft. Also man kann auch immer einen zuschauen, ne, mit Vierecken und so. Du musst dich, wenn ein Killer dich auch aufhebt, kannst du dich frei wickeln. Dann kannst du letztendlich auch kurze Zeit ab und mal los und dann kannst du wieder laufen oder sonst scheiße. Und das musst du mit uns dann halt quatschen, du kannst. Oder halt beispielsweise, hey, er ist gerade bei mir. Mach Rote Generator oder sowas, weißt du? Deswegen müssen wir quatschen. Bitte mach das jetzt. Ach, anstrengend. Guck mal, ich bin schon Level 36. Oh, ich bin schon Level 36. Oh. Was ist? Kein Eis, ne? Ich hoffe nicht. So, er hört an. Moment. Mach er verzeihend. Wenn du nicht mehr so gut kauft, dann geht es gleich so. Ich weiß nicht, wenn du mitkommst. Du kannst jetzt Discord in App Store eingeben. Einfach ganz normal bei Play Store. Dann ladst du das einmal runter. Und dann kriegst du mein oder Franziskas am besten gleich Freundschafts-Dingsbunds-Name. Und dann kannst du dich dann uns quatschen. Könnt ihr ein bisschen leider quatschen? Nein. Wie hast du denn schon wieder reingelaufen? Ich gehe zu wecken, du guckst doch, scheiße. Das ist wahrscheinlich schon wieder anrein gelaufen. Ich fand das gestern schon scheiße. Ich hab jetzt nur an der Straßenbahn halbe Stimme reingesetzt und kurz geschmutzelt, ob ich überhaupt nach Hause komme. Ja. Ich hab mich da hingesetzt und überlegt, wie ist es jetzt hin, wie ist es jetzt kaufen, wie ist es netto? Dann saß ich da, das ist mir ja wahnsinnig geworden. Da sind so zwei Minuten nur geschmult, aber jetzt überhaupt nur wohl zurück. Ich hab doch gesagt was morgen. Robert ist übrigens live, ne? Das ist nur mal so... Also nichts schlechtes sagen, ne? Man hört dich nämlich reden. Ja, du hast gerade Bescheid gesagt, deswegen... Ja! Aber ich muss einen Zopf machen. Oh, Schatz! Da ist was kaputt gegangen. Ne, das war der Tisch. Ich kann meine Blutkunde gar nicht so schnell ausgeben. Ich hab immer noch 600.000. Oh Gott, hoch müssen wir ab jetzt. Ups. Ich schick dir jetzt einen Screenshot von meinem Discord, also von Lisas Discord, und da meldest du dich jetzt an, wenn du es runtergeladen hast, mit Passwort, und dann brauchst du deins nicht noch anmelden. Das kommt um zu lange. Dass er Sachen mitnehmen kann, weiß er auch... Dass er Sachen mitnehmen kann. Du musst mir auch... was ist denn noch so neu über den update also 14 killers haben neue neue fähigkeiten beispielsweise jetzt der feinsteller kann bis zu acht bevor überhaupt die ganze runde anfangen kann ich sag okay ich lasse die acht irgendwo in die ganze welt da in der web irgendwo rein sparen oder nur sechs und macht dann acht freiwillig irgendwo selber hin dann ist dieser komische alien da der seine fresse mit so groß aufmachen kann der ist schneller und den hört man nicht mehr so doll diese komische hexe die mir so fliegen kann die kotzen kann die kann jetzt sogar auch generatoren vergiften ohne dich anzukotzen also wenn du den anfängst bist du krank musst du gleich das abspülen dann gibt es noch diese andere hexe diese diese mit denen diese haare so fliegen darum blaue augen die heult jetzt wenn man sie bevor sie bei dir ist also hörst du jetzt die sinkt jetzt so wie die hasentussi und halt zwei maps gehen nicht auf der opfer auf das spiel weil sie gerade alles noch mal fixen und so wie totems oder was das aber aber das war die kürbissen ist nur wegen event wegen halloween das wird das wird danach wahrscheinlich wieder weg sein ich höre den killer die ist so widerlich ja ja die kann auch jetzt kann auch generatoren vergiften wenn du die antest das war nicht warum sie denn so viel ich höre ihn die ganze zeit als wenn er die ganze zeit in der nähe ist okay er ist auch in der nähe er hat mich angekotzt die war mal langsam ja die war mal langsamer also stand zumindest im internet ich lieg hier mal ein bisschen ja 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 Weg 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 Wegen sowas, ja Und dann sagst du deine Branche Ja Hast du Geld? Ja Okay Robert, ich bin neben dir Ja Bis bald Ich komm, Fancy Nee, ich bin bei mir mit ihr Ah, auf geht's Oh nein, Tom Ja, hol Robert Hol Robert, Tom Ja Weg weg Robert, Robert, Robert Oh Klenk sie mal ab Jaja, komm sie mal runter Oh, pack ich mich Lad es kurz runter, Tom Los Und dann nimmst du bitte den Namen Den da oben steht Auch mit diesem Hashtag und die Nummer Und dann das Passwort, was sie geschickt haben Und dann kann der Herr gleich Franzi, wenn sie hier fertig ist Und da runter mit uns Dir eine Einladung schicken Und dann kannst du dir bei uns gekratschen Oh mein Gott Das ist voll schwer Das ist voll schwer, zwei gleich sich hier zu machen Reden und dann Oh Oh Er hat gesagt, die Scheiße Robert, bleib stehen Okay, der rennt weiter Oh Ah, sie kommt Ah, ne, doch nicht Und dann kann der Tom mit deinem Ja Ja Ah 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 Robert, du kannst noch Tom holen Du bist nur einmal gehong Gehong Ich sei nicht mehr Gehong 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 Gehong, ja Ich weiß gar nicht, wo er ist Ich Seh ihn nicht Das siehst du gleich Da im Fenster Oh, ist das weit weg Ja, sei vorsichtig Ah, er kommt Vorsichtig Vorsichtig Links ist er Ich mach dir Generator Nein, was macht er Ja Die ganze Fett schlag ich Ich seh sie aber nicht Oh nein, jetzt hängt sie sich auch im Keller auf, ne? Ja Tom ist nicht frei, der ist ja genauso im Keller Ja, er hängt nicht mehr Ja, aber er ist im Keller Er ist im Schrank Er hat sich im Schrank versteckt Ja, den holt er jetzt raus Nee, holt er nicht Doch, jetzt Ah, Quicktime verpasst Ja, er hängt Wir hängen beide unten Ich bin schon vor Achso Ja, GG Ja, das wird nix, wenn Tom so schlecht ist Ja, gut, ich war am Anfang auch so schlecht Lieser oder Steffi, kannst du mal ein Spiel gucken? Äh, wie laut das Spiel ist, ob das okay ist? Gegenüber Ich will das oben kaufen, aber ich guck gleich, ja? Ich guck sofort Wie laut das Spiel ist gegenüber den Spinnen Hä, wie... Wieso sterb ich auf einmal? Ich hab die ganze Zeit Quicktime richtig gemacht Weil es abläuft Ohhhh Das ist ja nervig Ich hab sie gehört Nein, ich hab sie gehört Nein, ich hab sie gehört Verdammt, ich hab sie gehört Ach Gott, 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 Gott Komm bitte, lass mich frei Lass mich frei Lass mich frei Lass mich frei Voila, Krise Oh, oh man Bei deinem Ritual, Robert, drück mal Oh, äh, ja Das hättest du mir vorher sagen müssen Hier, wenn du auf Verlassen klickst Ja Und da ist auch bei dem Ritual so ein Häkchen Da klickst du mal rauf, dann kriegst du auch die Punkte Was für Punkte? Jetzt musst du mal links unten bei der Kerze Ja Ja Und da das mittlere auf das Häkchen klicken Okay Genau, jetzt hast du die Punkte auch Oh, ja, jetzt hab ich wieder 700.000 Ja, moin Shiva Kriegt man jetzt ab sofort immer Aufgaben, äh, quasi immer? Oder wie? Was man machen kann? Ja Das tägliche Ritual gibt's schon lange Achso, ja, dann Bin ich einfach lost Ist ja auch okay Ist ja nichts Neues Kapi Was auch drauf Killer für Killer ist das immer anders? Oder würdest du jetzt nicht mehr mitspielen? Ist jetzt rausgegangen, ne? Ja Ja, ja, ist raus Ja, ich denke mal, ihm macht das wahrscheinlich keinen Spaß, weil er nicht durchsieht, was ist Das war ja bei mir am Anfang genauso Ich wollte mir das Spiel auch nie kaufen Weil ich, weil ich, weil, weil es viel zu kompliziert ist, dieses Spiel Dein Stream ist nicht laut, der ist perfekt Ja, also Lautstärke von, von Stimme und, und Spiel gleich? Ja, meine Stimme ist bloß ein bisschen laut, aber Echt? Du hörst mich bei mir leiser an als Ich denke mal wegen dem Cockfair, weil ich keine Cockfairer dran habe, weil ich mich so echo-mäßig anhöre, weißt du? Ja, okay, okay Ja, ich kann den Spiel-Sound ja ein bisschen leiser machen Ja Neben deinem, äh Ja Da ist doch so ein Auge recht Ähhhh Ja Hab ich Ja, ähm, klick mal auf Belohnung annehmen Ähm, ähm Gruppe freigestaltet Ey Spalt geöffnet Im Archiv haben sie sich eine neue Spalt und einen neuen Foliant Was? Foliant? Geöffnet, keine Ahnung Hm, ja, okay Was heißt das? Ist wieder irgendwie Englisch-Schnup Da kannst du dir jetzt eine Aufgabe aussuchen Also zum Beispiel jetzt Oh Oh je, oh je Oh Bruder Ähh, links hast du doch dieses hellblaue Und da drunter genau Killer viermal Was stand da noch? Blutige Belohnung Es wird Licht Betreube den Killer viermal Da klick mal rauf Betreube den Killer Ne, mach mal den Generatoren eben Noch ein Stück runter, oder? Äh Es werde Licht Das, ja, klar Das, es werde Licht, oder? Nein, nein, nein Nach uns sind die Generatoren Vier Generatoren fertig machen Was? Und? Was? Ah, unten Da Schneiden sie Ich seh's nicht Doch, du bist schon dreimal drauf gewesen Ja? Lebensschenkel Nein Wo jetzt? Ich bin hier Ich bin bei Es werde Licht Es werde Licht, genau Das, da Da bleibt mal drauf getroffen Ach so Ich, ich liess oben Es werde Licht Nicht vier Generatoren Ich liess oben Oh, Mensch Gut Jetzt hast du die Aufgabe ausgesucht Und wenn du jetzt vier Generatoren machst Kriegst du wieder diese 15.000 Blutzpunkte Also Zusammen mit jemandem, oder? Oder Geht 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 auch einzeln Also, aber in ein Spiel muss ich es schaffen, ne? Nö, steht da nicht Ah, okay Deswegen kannst du so nebenbei dann noch ein paar Punkte sammeln Okay, dann achte ich mal drauf Herausforderung auswählen Okay, okay, okay Gut zu wissen Ja, äh, man lernt nie aus, ne? Ja Ich spiele das ja nur aus Fun und nicht irgendwie weiterzukommen Scheiß drauf Ja Und wenn man weiterkommt, ist ein schöner Bonus Das stimmt Achso, ich bin bereit Kommt Tom jetzt gar nicht mehr, oder? Er will jetzt FIFA spielen FIFA Sag mir jetzt, sag mir jetzt bitte nicht, er hat FIFA 22 gekauft Nee, 21 hat er noch Oh Gott sei Dank Äh, nee, aber er will jetzt FIFA spielen, er will morgen mit mir nochmal in Ruhr das spielen und dann erkläre ich ihm das alles Naja, sehr gut Wir haben übrigens vier Zuschauer Schön Mhm Zwei davon seid ihr beide wahrscheinlich Ich bin gleich wieder da Ah Ich bin gleich wieder da Ach Du kleine Nachtkatze Du kleine Nachtkatze Ich nur Okay, 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 okay Wo ist sie denn jetzt? Sie ist kurz, äh, Klo oder so? Keine Ahnung Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie ist kurz weg Achso, klar Und wie bin ich das Update? Ja, hat sich viel geändert? Ich denke nicht Doch, übel viel Ja, aber nicht sichtbar, sagen wir mal so Naja, die Kürbis haben sich geändert, ein Generator Ich habe noch gar keinen Kürbis gesehen, ehrlich gesagt Nicht drauf geachtet Ja, die sind so versteckt wie die Tote, so ein bisschen Achso Und was passiert, wenn man die macht? Also ein bisschen auffälliger Was passiert, wenn man die macht? Ähm, da kriegst du Punkte Punkte Ah Noch mehr Punkte Also von 20 bis 1000 Oha Mhm Und, ähm Äh Und wenn ein Generator, so eine Kerze irgendwo, der neben stehen hat Oder auf dem Generator Kriegst du Äh, Bonuspunkte Mhm Also wenn du den fertig machst, ne Komplett BEE myślę BEEHIGH ZE Aziv BEEHIGH ZE Kann ich noch nicht vergessen, was ich vergessen hab zu sagen Wenn ein Generator eine Kerze, der neben stehen hat Oder auch ein Generator der macht ihn bloß zu ende weil da kriegst du noch bonuspunkte franzi du bist bei mir sehr leise hast du etwas verstellt oder ist ein mikro soweit weg ja 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 ist besser auch nicht michael legt er sich bei euch auf ich höre ich höre die musik von Meike Meyers ich hab gleich den Generator fertig und nein jetzt kommt der kurz vorm Ende nö och nö ey der hat mich sofort abgestochen oh nein der Generator läuft jetzt rückwärts ihr müsst den Generator machen der ist fast fertig der wo ich gerade aufgehoben bin schnell andixen nur einmal andixen damit er nicht rückwärts läuft ihr kennt das spiel ja wahrscheinlich ne ne ja dann ist er gut ja okay du spielst den ersten hast du ihn fertig gemacht nein ätzelt den mir wm hänger schon der wird nicht geworfen Oh, nö, Michael, lass mich in Ruhe. Michael. Wo ist Freddy, damit er dich endlich mal in Wasser reinschubsen kann? Oh, ich würde dich so gerne ertränken, den Michael Myers. Der hat so viel Angst vor Wasser. Ich hasse seinen Film. Ist der neuer Film jetzt rausgekommen? Ja, hab ich gehört, hab ich gehört, von Michael. Guten Tag. Guten Tag. Eileen, wie geht es Ihnen? Oh mein Gott, ich hab eben auf Robert geachtet und er war ja eben hier im Haus, aber er hat mich wohl nicht gewöhnt. Nein! Ach, komm, ich bin tot, ich häng das dritte mal. Es gibt Ihnen viel Neuerung am ID. Oh, wir liegen hier beide. Ja, ich erhole mich doch, ich bin nur weiter weggegangen. Ja, er kommt zu mir, mich holen. Das macht keinen Sinn, mich zu erholen. Da ist er schon. Ja, ich ging doch schon das dritte mal. Michael Myers ist besser. Okay. Ah, ja. Ich mach zwei Generatoren. Ich bin dabei, ich bin dabei. Was für Erneuerungen gibt's denn? Ja. Also du hast jetzt die Führbisse, die du kaputt machen kannst. Es gibt gleich wieder die Helligin-Sachen. Du kannst auch Klamotten in dem Spalt erarbeiten. Dann sind die ganzen Killer OP, also das ist der Wahnsinn. Ähm. Oh Gott, steck ich. Unser Mitstreiter ist sehr clever. Ja? Ja, ja. Also die hat's drauf. Ah, schade. Sie wurde jetzt trotzdem erwischt vom Messer. Ja, also die hat gut abgelenkt. Ihr könnt eigentlich gleich aufmachen. Aber geht sie noch holen, die ist eigentlich sehr gut. Die hat gute Arbeit geleistet. Ich geh von hinten rum. Ja, ist äh, hier vorne irgendwo. Ich hol sie. Ja, ich mach den schon mal zur Hälfte auf. Ich mach den schon mal fast bis zum Schluss. Ja, 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 ja. Ich hab den rechten genommen, ne? Also nicht von euch deine Nähe, sondern hier den etwas weiter weg. Weißt du was ich mein? Weil du es gesehen hast, weil der aufgezeigt wurde. Oh nein, sie liegt schon wieder. Ja, sie liegt schon wieder. Wer kommt in deine Richtung? Wer meiner? Nein. Fancy. Wer kommt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die beiden werden sterben. Okay, sie ist jetzt zu spät. Ich bin da. Hm? Ich hab's versucht. Haut ab, haut ab, haut ab. Es macht keinen Sinn. Oh. Oh Gott. Ich dachte eben auch, sie wäre nicht entkommen. Irgendwo ist die Luke. Vielleicht findet sie sie ja. Kapi. Hat sie? Nein. Man hört sie. Ja, ich hör sie auch. Ganz in der Nähe. Aber wo? Oben auf dem Berg. Oh nein. Und sie hat so einen weiten Weg. Man hörst sogar aus welche Richtung sie es kommt, ne? Ja, es soll auch so sagen, sie hörst auch in welche Richtung, von unten oder oben oder so. Und die kommt auch nur, also die erscheint nur, wenn der letzte Tor oder der vorletzte Tor ist. Komm schon. Jetzt kommt der Killer von den Betten. Komm schon. Jetzt kommt der Killer von den Betten. Ich würd da niemals rein spielen, wo er den raucht, der da rauskommt. Wird da nie rein springen. Ich hörte Ahnung, dass er spinnen sind. Ich hörte Ahnung, dass er spinnen sind. Ich hörte Ahnung, dass er spinnen sind. Spinnen, oh. Steffi. Ja, spinnen werden dich töten. Wow, Steffi. Beste. Beste Leben, Brudi. 5000 Erfahrungen bekommen. Geil. Äh, der jetzt durch mit dem Spiel? Ja. Kannst reinkommen. Warte kurz, Ellie. Also, Ellie, damit du es mal so breizt, was jetzt alles so neu ist, woran ich mich erinnern kann. Weil 14 Killer wurden ein paar erneuert. Einige wurden verschlechtert und einige wurden verbessert. Verbessert wurde zum Beispiel jetzt diese eklige Hexe, die so schweben kann. Mhm. Ähm, die kotzen kann auch. Ja. Die kotzen kann, sie kann zum Beispiel besser kotzen. Und sie kann sogar überhaupt, auch wenn du sie noch nie gesehen hast, kann sie Generatoren oder Totems vergiften. Und dann bist du auch krank. Ähm, dann beispielsweise der Fallsteller. Der kann 8 Fallen innerhalb von der ganzen Map. Kann er die irgendwo für platzieren. Oder er nimmt die einfach so mit und kann ihn so alleine platzieren. Ähm, dann war noch... Ähm, welche hab ich jetzt vergessen? Ach ja, diese Hexe, die so komische. Die so, keine Ahnung, ihre Haare schweben. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ihr wisst doch, was ich mein, oder? Ja. Ja, die kann zum Beispiel, wenn die jetzt auf dich zukommen, hast du jetzt keinen Herzschlag mehr, sondern du hörst sie heulen, so wie der Hase. Und du hörst auch welche Richtung. Luke erscheint nur, wenn er gleich voll als er tot ist. Dann war noch... Gott. Ja, okay. Wissen, die kannst du halt kaputt machen. Du kriegst ein paar Blutpunkte. Ein Generator hat ne Kerze. Und wenn du den, ähm, ähm, fennig machst, dann kriegst du doppelte Punkte. Und was ist, wenn die Kerze aus ist? Ja, geht gar nicht. Robert. Es könnte ja ein kleines Windchen kommen, ist ja grad stürmisch draußen. Ja, total. Ja. Ja, man muss ja, ne? Prioritäten setzen. Dritte sind noch Fässe. Ach ja, der, der schießen kann, dieser Cowboy, ne? Ja. Der muss vorher erst anziehen, und dann kann er erst schießen. Ja, immerhin. Ja. Also nicht mehr komplett so toll. Ja. Random und dann, oh, getroffen. Ja, ja, genau. Wo man manchmal denkt, hey, das geht doch gar nicht. Ja, in der Beschreibung im Internet stand, dass bei ne Luke nämlich, äh, haben die nämlich, haben, haben sie jetzt nur so gemacht, weil nämlich viele sich abgesprochen haben, ja, such mal schon ne Luke, ich hab das eh nicht mehr oder so, weißt? Und deswegen haben sie es jetzt so gemacht, dass man sich nicht mehr absprechen kann, dass sie erst erscheinen, wenn dann der Voller zu tot ist. Und ich war gar nicht... Ach, tut weh, das zu sehen. Was ist ne Regen... Was ist ne Regen... Was ist ne Regenbogenkarte? Ein Permanentes. Was? Die, die, die orangen Perks, die da sind, die du... Ja. Mach mal dein Mikro ein bisschen dichter, bitte. Echt? Die orangen Perks. Ja. Nimm die. Lass sie nicht einfach weg. Welche orangen Perks? Welche meinst du? Rechts oben in der Ecke. Das? Ach. Ja, genau. Beweise dich. Nimm sowas immer. Nimm sowas immer. Ja. Orangene Perks. Okay. Merke ich mir. Ist das auch ne Orangene? Ja, ne? Bindung? Ja, aber das kannst du nicht mehr nehmen. Naja, das seh ich schon. Okay. Okay. Übrigens gibt's ein, äh, ein Code für einen Anhänger. Mhm. Und zwar For Honor. Da gibt's so ne dritte Helm, warte ich schick das rüber. Ja. Guck mal. Robert war ja noch gar nicht dabei mit den ganzen Code, ne? Er hatte ja jetzt richtig viele Blutpunkte gehabt. Robert. Ich schick dir mal in der Code, die kannst du eintippen. Robert war ja noch gar nicht dabei mit den ganzen Code, ne? Er hat ja richtig viele Blutpunkte gehabt. Robert, ich schick dir mal in dieser Code, die kannst du eintippen. Prozent und da Schrei der Geheimnisse nee ein 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 ja und dann rechts Code einlösen rechts oben ja sag an Moment ich schick dir das hat er von heute noch mal For Honor also F.O.R. alles groß warte warte Steffi schick's mir so gelogen hat ach so aber du schickst ja für Dings nee den hab ich grad auch nur geschickt den die Prenz jetzt hat den kannst du ruhig zuhören warte 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 was dann F.O.R. groß ne ja H.O.R. ja warte Warte H.O.R. N.O.R. F.O.R. H.O.R. und weiter F.O.R. H.O.N.O.R. N ach Gott nee fang nochmal wir fangen nochmal von vorne an F.O.R. hab ich H.O.R. O.O.R. N.O.R. ja genau einlöten Oh Ritterhelm okay und die ich dir geschickt hab den kannst du ruhig auch mal ausprobieren alles klar mache ich da kriegst du Blutpunkte Oha, wie lang ist der denn? Das sind zwei. Ja, das sind zwei. Okay. Einmal nur Arktik und einfach nur Dingsbox. Ah, ich kann es ja lesen. Ja. War falsch. Der erste geht nicht. Ja, die sind jetzt schon abgelaufen. Wir suchen mal den anderen noch. Aber die verfallen auch, deswegen. Wenn ich mal wieder welche habe, oder? Sind verfallen. Sind beide verfallen. Okay, aber wenn wir uns mal welche wieder haben, dann können wir uns ja die schicken. Ja, dann musst du es früh genug sagen, dann. Ja, das kannst du übrigens auch googeln. Einfach bei Dependent oder in Codes googeln. Ach, das ist ein bisschen zu... Ja, wie soll das Internetseite noch? Ja, ich bin hier nicht so... Ah, nee, also... Ne? Alles, was irgendwie bunt ist, kannst du nehmen. Alles, was braun ist, ist nicht so geil. Ja. Alles, was bunt ist, kannst du nehmen. Braun nicht so geil, das ist braun. Lila und pink und grün sind am besten. Und rot. Ja, pinke halt. Merkwürdige Glühbirne. Zusatz. Also eigentlich ist mir das relativ immer Banane gewesen. Ja, mach irgendwas. Nimm einfach... Achte auch nur auf die Farben. Mach ich auch. Ich muss mir das manchmal nicht durch, außer wenn das irgendein Talente sind. Ich gucke immer nach Dings. Äh, Werkzeugkisten und Erste-Hilfe-Kids. Ja, nimm mal das rechte unten. Das gelbe rechts. Verfluchte Saat? Nein, direkt unten in den komischen Kreisen. Ja, das. Und es geht oben. Nimm. Kartenzusatz. Du hast einen leichten Delay, vergess das nicht. Du kannst das Buch noch neben rechts. Gut, ja, 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 ja. Da ist wieder ein... Da haben wir wieder eine Aus-Werkzeugkiste. Was das ist, weiß ich auch nicht. Staubige Schlinge. Keine Ahnung. Oh nein, der ist gesperrt. Dunkle... Die dunkle Wahrnehmung ist gesperrt, leider. Ja, das ist, ähm, ja. Pech. Man kann nur einen Weg nehmen, anscheinend. Nagelneues Teil. Mhm. Wegzeugkistenzusatz, okay. Und noch eben, bei den Blübbeln. Ich bin bei Level 50, wenn du so weitergeht. Dann kann ich gar nichts mehr machen, ne? Nur noch sammeln. Doch, der kannst du immer noch bei der Sammeln. Ja, aber dann würde ich, dann würde ich sie in einen neuen Charakter schrecken. Das macht ja sonst keinen Sinn. Nimmer den, nimmer den, nimmer den, nimmer den, 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 den Sanitkasten. Ja, ja, das, ja, ja, darauf achte ich auch immer. Mhm, deswegen hände ich mich, das wäre stärker ein bisschen. Ja, aber den Grün auch, aber so man sieht. Also Grün ist besser als Geld, ne? Und Grün, es ging mir nicht um Gelb, es ging mir um Lila. Ich bin zu Lila eingegangen. Mhm. Gesperrt. Ja. Ja. Ja, ich bin hier gerade voll am... Grinning, Grinning. Genau, am Level. Da will ich hin. Welches Level bist du eigentlich jetzt mit der Hexe? Meinst du mich? Ich bin hier in 14. Entschuldigung. Ich meine Lila. Ähm. 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 4 und 3 sind hier drin. Ja. 4 und 3 sind hier drin. Ach so. Ach ja, ich bin ja da. Na, ich bin die vorhin nicht. Mhm. Ich bin schon Silber. Mhm. Du levelst übel, ist krass, ey. Okay. Ja, die hat halt auch viel gezockt, ne? Mhm. Das stimmt. Ich bin immer noch bei Asche. Ich muss gleich zwei Leute heilen. Heilt euch nicht selber, ich mach gut. Ja. Kein Problem. Ich muss nämlich den Anhänger hauen mit dem Geist. Das ist gut. Das nehm ich. Ich muss einmal nochmal wieder laut, äh, mich stumm machen. Weil ich guck grad ein Video an von Leon. Hm? Nimm doch die Hand, Robert! Ach, jetzt ist sie weg. Okay. Die Hand Gottes. Ach komm, ich schaff's ja schon. Ist doch schon richtig hoch. Hm, hier. Das rote. Links. Links. Das rote ist wichtig. Unten rot. Links. Nein. Nein. Stream, ja? Hab's doch. Ja, ihr streamt, ja. Hab's doch. Ich hab ihn doch. Ich hab doch den roten. Ja, super. Ich hab den roten noch gesehen. Alles gut. Ja, ja. Den hast du für jeden dann freigeschalten. Den von der Überlebenden. Für jeden. Hallen. Anführer. Auch deswegen. Hm? Und ne Werkzeugkiste. Und ne Werkzeugkiste. Sinn des Lebens. Leon hat mir grad ein Bild geschickt. Von seinem Radio. Ich wusste gar nicht, was er für ein Bild ist. Und dann schickt er ein Video. Er hört... Wo war rechts? Entschuldigung. So, sei mal ruhig jetzt, Steffi. Will was sagen. Ja, ja. Du wolltest was sagen? Wie lange dauert, ne? Leon hat dir grade ein Video geschickt und dann hast du aufgehört. So. Ja, äh. Er hört grade K-Pop. Okay. Aber, äh. Halt. Anderes. Ne? Also auch das, was ich höre, aber ein bisschen... Anders. Ja. I'd rap. Jo. Komm. Er ist jetzt stolz darauf, dass er da jetzt was gefunden hat. Oder... Kann man was sagen, dass er alleine auch kommt? Ich hab ihn auf den Geschmack gebracht. Das ist schon süß. Ich hab auch... Wir waren gestern auf dem Weg nach Cottbus. Und da hatte ich auch K-Pop an. Und... Da guckt er mich so an und meint so... Ist das die und die Gruppe? Und ich guck ihn an. Und er so... Jaaa. Und er meinte, ja, ich kann auch schon was mal leiden. Ich war voll stolz. Meine Arbeit. Ja, tut mir leid, ne? Ich brauch nur ein bisschen. Ja, ist gut. Aber ich glaube, so leid, dass ich will. Ja. Robert levelt auch noch hoch. Ja, ja. Aber ich hab vielleicht nichts mehr. Ich hab noch 71. Hm. Vielleicht hab ich es heute voll zu kriegen. Klar. Nur noch fünf Level. Du? Jaaa, ja, ja. Wachst du so leicht? In deinem jünglichen Lifestyle. Jaaa. Ach, krass. Das schaffst du bestimmt noch. Oh. Nicht so schlecht, wie ich immer bin. Oben. Oben links. Das ist lila ne Auge. Lila? Links? Jaaa. Auge? Du... Das hab ich schon lange gemacht. Das siehst du immer erst zu spät. Ich hab Müge gehabt bei dir. Achja. Oh, ich hasse. Sorry, Mensch. Ich. Hehehe. 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 Ach, meine Hüfte tut schon wieder weg. Also Sonntag dann bei welcher Mutti? Hehehe. Bei Dana. Nicht bei Maya. Bei Mama. Also bei deiner. Mashi. Mhm. Dann kann ich auch gleich diese... Diese... Ne? Dings mitnehmen. Für den Arm. Das war's. Ich hab nix mehr. Ne, alles gut. Alles verbraucht. Ja, machen wir so. Und das alles musst du dann immer sagen, ne? Mhm. Übrigens hat Nikita sich nicht bei dir gemeldet, weil er denkt, er geht dir auf den Sack. Was? Das ist doch ne faule Ausrede. Das klingt sehr nach ne faule Ausrede. Hehehe. 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 So, wie sieht's aus? Ähm... Okay, warte. Ja. Bin gleich soweit. Ich hab auch nicht alles, ich hab auch nicht alles vorm Spiel gemacht. Ich hab auch erst ein bisschen gemacht und dann einmal gespielt und dann wieder ein bisschen gemacht. Einmal gespielt. Denn wenn du die ganzen 800.000 Punkte wegmachen willst, bist du ne halbe Stunde beschäftigt. Ich bin fast fertig gewesen jetzt. Okay. Dann kannst du ja weitermachen. Kannst du ja weitermachen, während du bereit drückst. Das geht ja relativ schnell. Achso, ich muss ja auch drücken, ne? So, denk dran, nicht heilen, ne? Jajajaja. Ich hab sowieso keinen Kasten mit. Achso, sollte ich vielleicht mal, ne? Sollte man vielleicht mal was mitnehmen. Vier Werkzeugkisten. Ach, das hör auch mal egal. Hm. Ach. Okay. Scheiß drauf. Hm? Nix. Ich hab gerade, ich wollte gerade noch was hinzufügen. Also. Ach Gott, ja. Let's go. Hm. Hm. Sieht schon gut aus mit den Körpers. Ja, es hat was. Was? Ist doch nur ein Bild. Sieht trotzdem cool aus. Ja. Kannst du ja das Hintergrundbild runterladen. Kapi. Machst du auch. Vielleicht mach ich das auch. Ja. Kannst du auch cool. Ja, ich auch. Total interessant. Voller Mitläufer. Gerne. Ja. Ja. Ich bin nur dazugehören. Ja. Ja, ja, ja. Klar. Sieht total toll aus. Ich hab noch nie so einen schönen Körpers gesehen. Wow. Morgen schnippe ich mit Lucy Körpers aus. Echt? Mhm. Wann ist denn Halloween? Nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag, okay. Am 31. Immer noch. So wie jedes Jahr. Ich vergesse das doch immer, Mensch. Ich bin doch schon. Dann muss ich arbeiten. Ich hab doch schon Alzheimer. Kann man denn Halloween vergessen? Ja, das geht. Wenn man nicht so wirklich dran denkt. Es geht. Wie hoch er gerät hat. Es geht. Oh Gott, ich hab nicht mehr schluckt. Oh, ich schwör ihn schon. Scheiße. Dann kann ich dich gleich heilen. Nee, er ist weg. Oh, Kirlbis. Es gibt nur 10 Punkte, ne? Voll wenig. Nee, für Kirlbis gibt es auch mehrere. Es gibt bis zu 100.000 Punkte. Oh, okay. Oh, oh. Also es ist glaube ich 5 Stück oder so. Sind auf einem jedem Lektor zu sehen. Das ist Dingsbums. Was? Wer denn? Oh. Wie hieß der Fall? Ähm. Die mit dem Messer? Mit der Maske? Ich hab ein brennendes Totum gefunden, glaub ich. Kann ich schlagen oder was? Nee. Der da. Der mit der Maske. Ja, ich hab das brennende Totum. Ja, mach das weg. Er hat den... Ich bin dabei. Ach der! Ja, auf den. Ich sehe, der ist gerade da oben, der ist im Spiel. Und scream, wer es denn Kirlbis ist. Oh, er hat nicht gesehen. Oh, hä? Ach ja, er hat One-Hits. Weil er hat den... Weil er sich zackern ist. Ja. Kann der Wanzler versuchen, der ist fertig? Ja. Er hat immer noch One-Hits. Da muss noch eine als er leuchtet. Nee, ist weg. Ich hab mich gleich befreit, ja! Da war eben eine Totung, verdammt. Geisse! Das ist hier voll zu mir geführt! Befreie den anderen! Er rett immer noch hinterher! Ich will doch nicht vorbeigefahren! Ich bin leider nicht vorbeigelaufen! Bist du es? Ja, du musst mich doch reparieren! Heil mich doch! Ah, sie kommt! Das wird nichts! Nee, sie hat mich gesehen! Sie hat euch alle gesehen! Kommt! Lauf, lauf, lauf! Bleibst du? Ähm, hallo? Oh, meinst! Ich wollte mich nur mal verstecken, so! Ja, ich hab das schon gemerkt! Du hast keinen Bock auf mich! Nee, absolut nicht! Wie hieß der denn? Kommt nicht auf den Namen! Das ist, äh, das ist, äh, Scream! Nee! Ja, das ist der, der mit der Scream-Maske! Nein, das ist nicht! Ach, verdammt! Natürlich! Das ist der mit der schwarz-weißen Maske! Nein! Ist er nicht? Nein! Oha! Der hat, der, sein, 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 des Leuchtes, sein Gesicht! Ach, nö! Ich, äh, hängern! Bin gleich fertig! Oh, scheiße! Er hat mich nicht gesehen! 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 Er hat gegengetreten und ich repariere wieder! Er kommt! Er hat einenurteil in ihrem Schnee! Ach, KACKE! Er hat mich nicht gesehen! Oh Gott! Ich kann nicht schön eins Messer meinen! Da war's fertig, ne? Und da war da irgendwie so ein blöder anderer Dings. Ist sie weg? Ja, sie ist weg. Er ist an mir. Sie sind zumindest nicht. Ach genau! So ein Arsch. Der sieht natürlich, dass ich hier oben sitze. Ah, Mann. Ich glaube, ich sehe da noch ein brennendes Toten. Ach, ne. Nee, das ist ein Feuer. Ach ja, siehst du, einige, einige, da könntest du gar noch Paletten noch manipulieren auf der Welt. Dass sie nicht umfallen. Und ihr ist da. Das war er sogar. Er ist schon wieder one-hit. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wie ist das so tief? Lauf. Hier ist ein brennendes Toten. Hier, wo ich liege, hier direkt bei dem, bei dem, bei dem Ding. Da ist ein brennendes Toten. Okay. Ja, okay, okay. Ich komme es gleich holen. Bei dem, bei dem Laster, Kanister, was auch immer. Ja, kann aber auch wo, was? Oh, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, scheiße. Ich mache den Generalfach fertig. Ja, falls ich verfolge dich nicht, sie guckt mich nur an. Sie guckt mich nur an. Okay. Jetzt habe ich vergessen, wo das Ding liegt. Oh, scheiße. Na, da, bei dem Transporter da. Transporter. Ja, hier sind ja überall Laster. Oh, da ist ein Laster, warte. Die Kanister gucken. An die Kanister. Brennendes Toten. Ja, hier. Die lässt mich in Ruhe jetzt. Ach, da. So sieht das aus, okay. Ah, sie kommt. Achtung. Sie nickt. Ja, sie nickt, okay. Ja, wie wir sie uns helfen oder so, keine Ahnung. Sie hat mich gerade mehrmals losgelassen, bis ich mich befreien kann und hat mich dreimal gegen den Generator geschmissen. Ja, sie... Oder zweimal gegen den Generator geschmissen. Ist gescriptet. Der Killer hilft uns, damit er selber mehr Blutpunkte bekommt. Ja, genau. Repariere mich mal. Bist du das, äh, äh, Fancy? Ja, du musst mit, du musst ja sowieso jemanden reparieren. Wolle ich mal um, er steht hinter uns. Echt? Lässt uns, lässt er dich einfach reparieren? Ja, moin. Ja, ich bin da oben auf dem Berg. Loll. Und bei solchen Runden, macht das echt Spaß, ne? Jo, ist lustig, ne? 3-1, ja. Ja, stimmt. So, wir können gleich... Komm, nee, lass uns mal... Der Killer soll uns mal schlagen, dann heilen wir uns gegenseitig. Schlag... Hey, schlag uns. Nee, er hält als ab. Ey, wir sollen öffnen. Er nickt immer noch. Der Killer. Aber die... Den Killer kenne ich gar nicht. Lass uns mal alle noch von den Killern schlagen. Freize... Damit wir uns gegenseitig reparieren. Ich bin auf einer Freize. Bist du raus, Fancy? Ich mach grad auf. Alles gut, ich geh schon raus. Okay. Was für ein cooler Killer? Ja, der hat uns eine Chance gegeben. Ja, aber der hätte uns doch schlagen sollen, damit wir uns gegenseitig reparieren. Verstehst du? Ja. Er hätte noch mehr Punkte gegeben. Aber er hat uns einfach entkommen lassen. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Kann man noch einen Chat schreiben? Ja. Ja. Schreib mal was in den Chat. Ich wüsste jetzt nicht was, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. 15.000 hab ich bekommen, immerhin. Ja, ob ich wirklich Level 50 Leute schaffe. Ob ich wirklich Level 50 Leute schaffe, ist... Ja, das ist so. Spiel gespalten. Ich bin Level 46. Alles großgetrieben. Achso. So ist gerade so. Dankeschön! Dankeschön! Ganz laut geschrien warst du, ne? Die Legion ist da... Oh mein Gott, ja. Ja? Kamst du nicht drauf? Nee. Ich hab die ganze Zeit gekauft. Oh mein Gott, die Miete. Och, eh. Oh, das hab ich überhaupt nicht gehört. Ich hab das ja ehrlich gesagt echt schade, dass die das nicht lesen können. Ja, bestimmt. Achso, ich hab nix mehr. Achso. Ich hab meine Aufgabe erfüllt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe drei von vier Werkserkisten... Äh, 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 Generatoren erst repariert. Wer fehlt immer noch Generator? Arminaschko. Ich muss zwei wirre Generatoren, äh, reparieren. Ja, da sind die mit den Kerzen drauf. Oh. Okay. Dann muss ich wohl gleich erstmal einen wirren Generator suchen. Generator, Generator suchen. Generator. 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 Sag doch einfach wie auf Englisch, wie sie alle sagen. Ein Gen. Ja. Nö. 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 Ich bin deutsch. Ich bin deutsch. Ich bin kein Engländer, ich bin kein Amerikaner, also spreche ich auf deutsch. Sehr gut. Hey. So, wer drückt ja nicht bereit? Die Skadi. Ja. Wo ist denn Leon eigentlich? Arbeiten. Ach, er will nackt sich? Also Spätschen? Mhm. Ah, okay. Ich hab meinen kleinen Geistin an der Hose. Warum seid ihr alle jetzt die Hexe? Die hab ich gekauft und Franzi auch. Ja, aber ihr habt sie jetzt alle. Das sieht irgendwie dumm aus. Nein, das ist cool. Nein. Ich hab nicht mit Charlie. Ich hab Englisch geschuldet. Ja. Great. Wie heißt er? Weiß ich nicht. Kann man machen. Das ist so. Das ist so schüchtern, sagt Lisa gerade. Ja, ich bin schüchtern. Weil du den Weiber um dich rum hast. Ja. Es ist wirklich so. Ah. Machi pushaded. Komm, mach ich übrigens weg. Ich dachte, Sven hat irgendwie nochmal richtig gute Bilder gemacht, ne? Aber, ne. Wieso ist das... Das ist doch ein hübscher Kürbis, oder nicht? Ich bin gegen den Klauen. Wo? Hä? Yay. Welchen Klauen? Oh, der. Ja, ich bin heute voll noob. Ich hab Lina gefragt, welches Level sie nur eine Hexe ist. Und steht da, oder? Ja. Ja. Ich bin heute richtig lost. Lost in Space. Kannst du noch mal eine Schnee-Tablette nochmal für dich machen, bitte? Kann ich auch für ja. Meine Finger tut nämlich wieder weh, und... Hm? Da, das Bein. Ach, die geht nicht. Musst du hingehen? Ey. Soll ich mich mal was sagen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ich wollte es nicht beschreien. Wenn jemand einen Generator mit Kerzen sieht, würde es scheitern. Ich werde versuchen, darauf zu achten. Da hat sich... Da hinten hat sich was bewegt. Das bin ich gewesen. Hier ist ein normaler. Da ist ein Kürbis. Oh, oh. Hier kommt jemand. Ich weiß nicht von wo. Ich seh nichts. Ups. Ah, wieder die Legion. Ach nee, du hast schon recht. Der Generator hat keinen Kerze. Keine Kerze. Der auf dem Feld. Er ist bei mir. Da, wo wir alle gestorben sind. Ey, weiß ich doch nicht mehr, wo das ist. Ich bin hier dreimal in die Gegend gelaufen. Hier gibt es ja noch nicht mal Norden, Süden, Osten, Westen. Du kannst dich hier überhaupt nicht orientieren. Gibt es auch so einen Bonus an so einen Kompass-artig so vielleicht? Dass man mal sieht, ob man Norden, Süden oder Osten, Westen ist? Kompass wäre echt mal hilfreich hier. Oh Gott. Ja. Ich, äh, äh, verdammt jetzt. Ey, ist mein Generator. Lord. Oh Gott, ich war. Kannst du nicht heilen, Lord? Nein. Ist mein letzter Generator, den ich machen muss. Ich bin gerade beim Clown abgehauen. Ja. Oh, Steffi, wir haben uns beide erschrocken. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt der Killer. Oh, der kommt... Nee. Nein! Der Killer stand direkt hinter mir. Toll, jetzt habe ich den Generator nicht fertig gemacht. Oh, der ist echt? Ja, das war meine letzte Aufgabe. Wir haben ja noch mehr. Ja, wir haben noch vier Stück. Und das, Freunde, ist der Generator mit Kerze. Wo? In der Scheine? Und dann gehe ich da gleich hin? Ich, ich muss sie nicht, nicht allein und nicht vollständig reparieren, glaube ich. Ich muss sie nur mit reparieren. Ja. 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 Der Generator... Ey, 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 er ist bei mir. Macht, macht alle Generatoren. Er ist bei mir. Ja, machen wir. Kannst du ihn denn auch, äh, abschütteln? Also, aufhalten, mein ich? Ja, ich halte ihn gerade auf. Ah, scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Ah, ach so, verdammt. Ich habe mich die ganze Zeit aufgehalten. Schön. Ich ziehe durch, komme, was wolle, ist mir egal. Der Camp, ne? Wer ist denn der Nied? Ein bisschen, ja. Ne, der bleibt immer noch stehen. Nicht befreien. Ja, er kämmt doch eh, er guckt in meine Richtung. Ja, ist egal. Ja, aber wenn wir dich da runterkriegen. Er kämmt immer noch, hart. Einer muss ablecken und der andere läuft hin. Gerade ist er weg. Jetzt ist er weg. Der kommt wieder. Er ist die ganze Zeit hier. Er wirft auf mich. Er ist richtig sauer auf mich, weil ich ihn übelst verarscht habe. Er ist richtig sauer. Er ist richtig sauer. Das ist sehr dumm, dass wir hier gerade stehen. Warum? Er sieht uns nicht. Er sieht uns doch gar nicht. Aber er sieht uns nicht. Keine Sorge. Wir hören seinen Herzschlag, aber wir sehen ihn nicht. Er ist bestimmt in der Steune. Er ist in der Steune. Ja, ist klar. Oh mein Gott, nein. Was lacht er denn so grimmig? Ich bin tot. Ich musste schon kämpfen. Kämpfen. Oh, ja, stimmt. Oh, wow. Was ist das? Schade, Mann. Ja, ich habe wieder keine Generator. Ich habe die Aufgabe wieder nicht geschafft. Scheiße, Mann. Vier Runden, nicht eine Aufgabe geschafft. Einige brauchen viel länger. Also ich habe fast eine Woche gebraucht, um eine Aufgabe zu machen. Brauchst du nur ein? Das heißt, es gibt keine anderen mehr, oder wie? Nein, es dauert immer lange, bis du das erredigt hast. Oh, okay, da ist er. Ja, ich bin voll in den Händen zu sehen. Vier Generatoren dauern ja nicht lange. Das ist ja keine schwere Aufgabe. Nein, nein. Aber es gibt andere Aufgaben. Ich bin jetzt im vierten Match und ich habe nicht mal einmal geschafft, vier Generatoren zu machen. Lina, brauchst du noch einen mit Kerze oder nur einen? Drei brauche ich mit Kerze. Äh, Armeh-Drescher da. Da ist noch einer mit Kerze. Lina, bei der Steu-Dresch. Ich muss mich gerade irgendwie... Er ist gerade hier irgendwo. Ich höre ihn. Da ist er. Er läuft mir hinterher oder ist mir hinterher gelaufen. Ey, er ist weg von dir. Du bist an mir vorbei. Bleib mal irgendwo stehen, dass ich dich heilen kann. Irgendwo vielleicht versteckt und nicht offensichtlich. So Armeh-Drescher, ja? Ja, Armeh-Drescher. Habe ich schon angefangen gehabt. Aber da kam er leider. Nee, Drescher. Geradeaus fällt sie da seit der letzten Woche. Ja, er ist die ganze Zeit. Nee, Drescher ist noch auf der anderen Seite, ne? Bestimmt. Ja, 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 ja. Oh, scheiße. Hey, ich sehe euch nicht mehr. Wieso sehe ich euch nicht mehr? Oh, verdammt. Ich sehe nichts. Mach die Augen auf. Guter Witz. Guck mal hier, Robert. Da ist nicht der Witz. Aha. Die sehe ich gar nicht. Ich habe noch nicht eingesehen. Oh, du hast gesehen? 100.000 Punkte. 1.000 Punkte. Ich habe noch nicht eingesehen. Glückwunsch. Ja. Ich habe noch nicht eingesehen. Und so gruseliger die aussehen. Wahrscheinlich habe ich sie schon gesehen, aber nie wirklich drauf geachtet. Nicht wahrgenommen, genau. An Generatoren liegen die auch manchmal. Ah, ich bin die ganze Zeit hier mit einem Generator. Oh mein Gott, war er auf einmal schnell. Da ist nicht. Ali, da wo Frenz jetzt nicht da ist, der mit der Kerze. Ja, ich würde da jetzt schon gerne hin, aber nicht hier zu wo er hier ist und so. Er hat dich gesehen, wer auch immer, der jetzt wegläuft, unter dem Ballen. Ich bin es nicht. Ich werde dich jetzt holen. Komm, wenn er nicht schon wieder zu dir gehen würde. Oh, komm. Jetzt geht er wieder? Er geht zu Steffi, gehen holen. Ah, er kommt wieder zurück. Er ist die ganze Zeit am Campen. Er geht immer wieder zurück. Er geht immer wieder zurück. Geh, Steffi, jetzt, jetzt, jetzt. Alina. Ah, auch nicht. Ah, okay, okay, okay. Warte mal. Was? Nein. Okay, warte ich. Ich warte, bis eine... Bis eine hängt und dann... Ich habe nichts gesehen, ist alles verschwommen. Heil dich mal hoch, bevor du jetzt irgendwo in den Kopf kommst. Macht sie schon. Macht sie schon. Alter, du Wichser. Hast du schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Drei Viertel. Er kämmt übel hart. Ja, ja, er kämmt übel hart. Jetzt. Jetzt kannst du holen. Kannst du hier holen. Nicht Luftversuch. Ah, jetzt musst du sie holen. Jetzt musst du sie holen. Oh nein. Du bist entkommen? Renn, renn, renn. Lol. Wie bist du entkommen? Holy. Na, ich habe mich davor gestellt. Ah, ach so. Und damit ich den Schlag einkassiere und nicht sie... Ich gehe in die Scheune rein. Oh, jetzt nimmt er mich. Hansi, was machst du? Hey, mich. Wir müssen den Generator zum Laufen kriegen, ey. Ja, ich mache den Generator. Er wird da bestimmt jetzt eh hocken, ne? Ja, wahrscheinlich. Er klemmt. Ja, das war gut, Schatz. Sonst versuchst du sie doch mal zu holen. Er geht, er geht, er kommt zu euch. Sonst lass Lina den Generator machen, weil sie braucht die Aufgabe, ne? Und du gehst Steffi holen. Na, ich habe ihn ja schon angefasst. Vielleicht reicht es ja. Ja, er muss aber fertig sein. Du musst ihn fertig machen. Ach so. Ja. Ja, dann... Ich muss ihn. Er ist da. Ich bin gleich tot. Er ist beim Generator. Ja. Du kommst, Scherz. Er ist weg. Weg, 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 weg. Da ist er. Oh, wahnsinnig. Generator ist schon wieder fast komplett kaputt. Ja. Läu, er hat ja neben geschlossen. Zur Hälfte ist. In deiner Scheine. Ja, ich heil mich gerade. Ja. Ich versuche, ihn abzudenken. Ich bin geheilt. ich bin rüber! Oh nein! Wie er immer lacht, wenn er jemanden erwischt. Ich sehe ihn. Ihr seht's aus, wenn ihr den Generator? Das fertig. Dann geh ich schon mal zum Tor. Bisschen noch? Ja. Bisschen noch? Ich hör ihn. Ein kleines bisschen noch. Und? Ich hab den vorne gerade ausgenommen. Von dir aus rechts, Franzi. Ja, er geht in die andere Richtung, so wie ich gewinnen hab. Ja. Er guckt von Weitem mit zu. Oh nein! Daneben! Was machst du denn, Skadi? Wo steht der Garde? Links, rechts. Er müsste links von mir sein. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Gehen wir nach dir. Hier lang, hier lang! Ja. Geh vor. Er ist hinter mir. Er ist hinter euch allen. Naja, aber ich bin die Letzte. Geh, 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 geh. Ja, toll. Alle haben wieder überlebt. Girl Power. Die drei Engel für Soli. Spiel mit Soli. Oder wie geht das? Oder so ähnlich. Ja, ich hab's geschafft. Sehr schön. Das war eine Nullrunde. Ein bisschen. Zumindest für dich. Ja. Ja. Krass hier. Robert. Sein Stream. Das kannst du ja auch mal reingehen. Ach, Geschiss, Robert. Ja, gib mir mal einen Zuschauer mehr hier. Kannst du doch mal einen Stream angucken. Ist wichtig. Ich brauch durchschnittlich, ich brauch durchschnittlich drei Zuschauer. Hast du schon. Ne, zwei. Steht da. Bei mir steht drei. Ja, hier steht zwei. Zwei. Ja, stimmt. Im Stream selber steht drei, aber hier bei UBS steht nur zwei. OBS oder OBS? Ich hab, äh, OBS Screamlabs. Okay. Das sind neue. Ich bin fertig. So. Es geht erst, wenn du mich bereit bist. Ich muss noch kurz neue Herausforderungen annehmen, ja? Ja, na klar. Tun sie das. Okay. Was nehmen wir denn? Werfen ist jetzt überhaupt, ne? Oder was? Nein, werfen ist überhaupt nicht. Ich habe hier vier großartige Fähigkeiten-Checks. Nääää. Bei Gesundheit schlafe ich einfach nicht. Ich muss jemanden heilen. Also nicht... Zwei Stück, also bitte nicht heilen. Okay. Guter. Dann gehen wir hin, denke ich. Das sieht total bescheuert aus, weil... Alle drei Weibern die gleichen Bewegungen machen gleichzeitig. Das sieht so aus, als wäre das ein Orchester. Vielleicht sind wir das ja auch. Ja. Wir sind doch die drei Engel für Schaden. Oh, ist jetzt gut. Dann können wir uns auch gleichzeitig bewegen. Ihr seid die eiskalten Engel, ja. Ja. Morope, Franziska und ich stehen kurz gleich aus, weil ich nur Rote Busse anhabe. Ah ja. Ja, stimmt. Na, dieses komische... Dieses... Dieses Ding da oben und hat Lisa vorhin freigeschalten. Und ich so, Schatz, du stehst auf Black & Leia, ne? Sie doch, ich weiß ja Bescheid, was du demnächst für sie tragen kannst, ne? Das würde ich mal verlegen, Aline. Nicht bei dem, worüber wir gestern gesprochen haben, ehrlich eh. Okay. Da ist man einmal nicht dabei. Doch, du warst dabei. Nein, ich war gestern unterwegs. Ne, vorgestern, vorgestern. Ach so. Entschuldigung, vorgestern meinte ich. Vor 17 Tagen. Nächstes Gespräch meinst du denn? Ich weiß auch grad nicht, was die... War... War ein Thema, was nur Frauen verstehen. Ach so, unten rum meinst du? Genau. Ah, ja, stimmt. Ah, scheiß drauf, Digga. Lisa dreht grad die Augen. Oh, guck mal, ein Kürbis, den könnte man als Hintergrundbild nehmen. Cool. Wie kann man denn Screenshots machen? Äh... Ähm... F12 ist bei dir Screenshot? Bei mir auch. Warte mal. Tatsächlich, hat er gemacht. Aber wo auch immer er es gespeichert hat. Ja, da dachte ich mir auch mal. Bilder! Unter einem neuen Ordner mit Screenshots. Wahrscheinlich. Mögelich. 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 Wenn ich Screenshot mache. Ja. Es kommt ein Geräusch? So ein Foto-Geräusch oder wie? Geräusch. Ja. Okay. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht. Was hilft gegen Herpes? Äh... Eine Creme extra für Herpes, weiß ich. Lippen abschneiden. Hm? Lippen abschneiden. Lippen ab... Oh Gott. Was man zum Haus tut, was man zu Hause hat? Ja, keine Ahnung. Also meine Mutti hat regelmäßig Herpes und sie nimmt nur... ...es Zeug aus der Apotheke. Das ist schönes Thema für den Stream, wollte ich nur sagen. Wir haben gerade fünf Zuschauer. Ich habe eine Lippe Herpes bekommen. Oh, okay. Lecker. Das tut sauwege Scheiß. Ja, das... Weißt du, wie selten ich Herpes habe? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe das auch noch nie gehabt. Dann habe ich mich gerade so geekelt, dass ich Herpes bekomme. Ja. Sagt man so, ne? Das war bei meiner Mutti auch so. Ich habe Vicky angeguckt, deswegen. Ach. Wenn ich dich so sehr kriege, Herpes! Oh, das ist so ein... ...so ein schlechter Spruch, ne? Der Spruch ist so schlecht. Ich weiß, woher kommt der Spruch. Ja, ich möchte auch... Das möchte auch gerne wissen. Gut auf eine wahren Gegebenheit. Wahrscheinlich. Ja. Er ist von dem Tod, glaube ich, schon. Hast du ja was bekommen? Der ist so ne... Der ist so ne... Ich höre zwei Sekunden zu und ihr redet über Herpes. Schreibt Leon im Chat. Guten Abend, Leon. Wie geht es Ihnen so auf Arbeit? Ich habe es jetzt auf dem Erfindergrundbild. Uh. Uh. Leon freut sich. Es geht um Herpes. Ich hatte noch nie Herpes. Ich kann da nicht mitbringen. Kann er noch kommen. Kapi. Wir leben noch so lange eh. Ja, ne? Ja. Ja, ne? Weiß ich auch nicht. Sehr, sehr, sehr lange. Sehr, sehr, sehr lange. Ja. Das dauert irgendwie sehr lange, ja. Aber... Ah, ich weiß warum. Wir haben alle Screenshots gedrückt. Das Spiel läuft jetzt dadurch nicht mehr weiter, weil wir einen Screenshot gemacht haben. Deswegen... Deswegen lädt er ja auch rechts unten in der Ecke weiter lang. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Das Video. Das Screenshot, das Videos aufnimmt. Richtig, genau. So sieht es nämlich aus. Und es wiederholt sich einfach nur die ganze Zeit. Ich stehe... Was? Ich stehe unten im Auto. Du stehst unten im Auto? Im Auto? Im Auto. Äh, ja. Ja. Das ist so groß, da kann man drin stehen. Ah, okay. Okay. Nein, wir haben es schon verstanden. Brauchst du dich nicht berichtigen. Berichtigen? Ist das Berichtigen richtig? Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das auch falsch. Die Rechtschreibung und die Aussprache hat doch eh alles verändert schon. Ja, mir ist scheißegal, ob es SZ oder Z oder nur S oder was weiß ich. Wie heißt das, wenn ich meine Freundinnen einladen möchte? Freundinnen. 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 Konnten. Du nerd wahrscheinlich mit zu den Umlauten. fofenes S wird nur noch Se... Ja, ÖÖ und Ö, das gibt es ja auch nicht in dem Alphabet. Und es ist das so und wird trotzdem noch ÖÖS. Öö und Ö. Du meinst ÖÖ und ÖÖ? Oh, ja, ja. ich habe zweimal gemacht ja so ich glaube ich glaube der killer ist ausgeschieden moment wenn wir aber rausgehen verlieren wir unsere gegenstände wir sind entkommen wir sind entkommen jupi abgebrochen deswegen ja wir sind entkommen fehler 500 was auch immer fehler 500 bedeutet er leon was machen sie denn da unten im auto kein bock auf hochkommen ich bin das steht im auto ja kann kann er sein dass er schon vor der tür steht unten schon hingefahren ist und 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 wartet man sieht das hat sie runterkommt wer genau so sieht es aus hochtragen über die schwelle tragen mal andersrum habe eingeparkt sehr gut hast du gut in der fahrstuhle gelernt bin jetzt oben schreibt er ja siehst du wir haben sechs zuschauer was ist denn hier los so ich habe meine opfergabe verloren ja live-bord-twitch freunde warum schwamm wird das angezeigt oben ja um ein vermieter ist zu schieb ich habe seine handynummer und der hat halt auch whatsapp der ist irgendwie 35 oder 40 oder so und der stellt das so in seinen status was er den ganzen tag so treibt der hat richtig geld der typ der ist im sommer ist der so oft auf einer party gewesen irgendwo auf einer insel oder so mit diesem klaren meer und hat da partys gemacht mit vielen frauen und anderen männern und Prozent postet er so oder dann bestellt also bilder von von ihm auf auf eine auf einer jacht rein naja der hat geld ja cool und dann kann ich gar nicht eine jacht weniger hat er dann wahrscheinlich hallo und sonst wo wie ist das wetter bei euch hallo einfach immer mal über das wetter reden das können die deutschen so gut oh es geht los das wetter scheiße ich war heute beim während des redens einkaufen wo du blitzschlagst boah krass alter krass krass wir werden uns das regen einkaufen gehen geil finde ich ja richtig interessant interesting weil wir haben sechs zuschauer ich werde wird schon ganz nervös hier gibt es kein profi gameplay geben sie bitte weiter so die anderen müssten auch mal bereit drücken wäre vielleicht ganz cool während die partie gewinnt in der beginnungen seid ihr bereit team arbeit Let's go! Oh, guck mal, schöner Screenshot-Hintergrund Oh, dann muss ich mal gleich auf F12 drücken, du Vertagt er sich da nochmal auf Scheiße, dass man Halloween in Deutschland nicht so groß feiert Darüber haben wir doch letztens schon geredet Amerika ist einfach nur riesig in Sachen Halloween Ja, mit TikTok ist alles voll damit Die lieben Halloween ohne Scheiß Selbst in New York, in der riesigen Stadt wird Halloween so groß gefeiert Ja Und wer da keine Süßigkeiten für die Kinder hat der wird hart bestraft Der kriegt Sekundenkleber auch Naja, so schlimm nicht aber es die Menschen merken sich das die haben eine schwarze Liste Hallo Guten Abend Hallo Hi Oh nein, eine Indoor-Map Oh, bei du hast das beschworen Hab ich gar nicht Doch hast du Oh ja, ich bin wieder schuld Oh, da ist ein Generator Oh, einer mit Kerze Kappa Ja, 800.000 oder so gab's Wo, der ist unten, der Killer Gibt's hier auch Kürbisse? Indoor-Maps? Ja Okay Der Killer ist unten, das ist der Typ mit der Waffe Ah ja Oh, ach, okay Ist der immer nach unten? Komm bitte nicht hoch Ah, er ist bei mir Bei mir oben Oh, ich kann nicht laufen Ich glaub doch Oh, ich bin so begeistert Nein Verfolgt euch immer noch? Nämlich nicht oben Nicht oben, nein, geh runter Ich bin bei den Spanien Ich will mal einen perfekten Skillpoint-Track machen, aber Ich sollte das lieber lassen Da unten Wie die immer so schwimmen, wenn sie sich freigegeben werden Oh, shit Jetzt kommt der, glaub ich, zu mir Sind ja alle oben Oh, ich seh ihn Er ist Oh nein Er hat ihn da weggezogen Vom, 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 vom Dings Vom Franzi hat er weggezogen Ja Er ist noch da Oh, oh Gott, ich komm hier gar nicht raus So Ich versteck mich Ah, nee, ich kann da hochlaufen, ne? Ich glaub, er macht mein Dings kaputt Verstehen Nee, macht er nicht Er kommt Er kommt, er hält euch, er hält euch Lass es hängen Spass Es ist mir eine Sackgasse ich habe keinen mit der kerze keiner mit der kerze generator ohne kerze es gibt wahrscheinlich nur einen mit kerze ich habe ihn gefunden den mit kerze aber den musst du auch dann auch fertig machen fuck bullshit scheiß er kommt so die ecke und ich verkacke ja er mit seinem komische waffe erhältlich ich gehe da mal kommt jetzt vorbei ja ich bin dabei also das ist so verwinkelt ne so kacke ja mann das sind halt die Indoor Maps kommst du da nicht einfach so ja ich ich wollte zu dir hin aber ja ich bin tot na oh jetzt ist sie tot schon ich bin tot oh ey wieso macht er die scheiß Tünen hier nicht auf netzchen nein so kurz davor ja freilich kann ich nicht freilich werden ja deswegen ist es nicht so gut ah diese Indoor Maps das macht einfach null Bock ne ich frage mich ob es den Killer überhaupt Spaß macht er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt es geht hier nirgend so lang hier morgen ja ach du Scheiße der ist einfach durchgegangen ja ja oh das gibt's nicht hehehehe hehehehe weißt du nicht so du Scheißkeller hehehe wer folgt der mich oh ja tatsächlich ja was ist denn das hier warum steht dir denn vielen Dank für deine Bestellung ich hab doch noch ganz bestellt wer die was bestellt oh Gott ich mich erschreckt was du liegst auch drei Mann liegen ja ist vorbei heil dich hoch verdammte Scheiße ich bin schon hochgeheilt oh das hat er hat er gut funktioniert ja ja er schießt auf mich ja zick zack alter die sind tot und ne oh mein Gott hehehehe lol was ein Abklatsch ne ja ja das war wirklich der eine lebt der andere lebt und so weiter und so fort vertCC machs gut Bessie wer kommt er kommt er kommt her kommt Gott. Oh mein Gott. Ich hätte gerade die Taste für Hellsicht gehabt. Jetzt ist sie weg. So ein Mist. Wo hast du sie denn hingepackt? Was? Die Taste für Hellsicht. Es tut mir leid, das fand ich nicht witzig. Ich weiß. Mach's gut, Bessie. Ich fliege in den Himmel. In den Himmel hinein. Er hängt dich ja nicht auf. Schade. Ich bewege mich einfach und dann ist gut. Glaub einfach ein bisschen rum, sei vorsichtig, aber trotzdem. Hör auf, die Luke. Auf jeden Fall hört man dich sehr, sehr gut. Sie ist ja noch zu. Er ist bei mir hier oben. Was? Er ist bei mir hier oben. Aber sie ist ja noch zu, die Luke. Ja, ja, definitiv bringe ich mich ja oben. Ich blute ja eh gleich. Ich blute ja eh gleich. Am besten versteckst du dich eigentlich. Oder mach einen Generator hier. Nein, mach einen Generator. Mach ich tatsächlich, damit ich meine Dings nicht komplett ohne zu verbrauche hier. Meine Kiste. Oh, der Skillcheck kommt aber ziemlich oft bei dir, ne? Ja. Schade, dass man ein bisschen selbst gehen kann. Ja. Oh, da war er, hatte ich gesehen. Da hatte ich instant gesehen. Bestimmt hat er das. Er kann dich riechen. Du hast nämlich, äh, Eau de Parfum aufgelegt. Oh, das war ja nicht gut. Oh! Hast du dich hochgeheilt? Ich komme jetzt zu dir. Nee, ich bin nicht hochgeheilt. Alles gut, das dreck nichts. Weil ich auch mal hänge, kann ich nicht schon. Ja, aber du kannst... Trotzdem kannst du noch mal laufen. Ich kann sie nicht hören. Ich höre nicht. Ja, doch nicht. Ah, nein, du lösst ja auch. Ah! Lauf, oh, es ist lauf! Ich bin gleich tot, dann hörst du sie. Genau. Da ist sie! Ich hab sie gehört! Stirb! Jetzt. Ich hab sie gerade gehört, die Luke. Jetzt musst du sie hängen. Wann ich kurz leise sein, Robi? Ich hab sie eben gehört. Ich weiß nicht, wo du sie gehört hast. Ich hab sie nicht gehört. Ich hab sie gehört. Ich hab das Rauschen gehört. Da! Hast du gehört? In der Nähe war es gerade. Ah, ja, okay. Vielleicht war es auch ein anderes Geräusch. Aber es hat sicher nach dem Rauschen angehört. Ja, egal. Egal, ja. Hättest du eh nicht getrafen. Ich glaub, dein Atmen war das. Er hat gerade so geatmet. Ich glaub, das ist das, was wir gehört haben. Ah, das kann vielleicht sein, ja. Jeder Killer hört sich anders an. Das war ja wieder eine sehr gute Runde für mich. Obwohl, ja. Ich bin tatsächlich über Dritter. Aber trotzdem schlecht. Lass uns da einfach nochmal über Herpes reden. Wir hatten eben noch sechs Zuschauer. Das hat irgendwie geholfen. Über andere Krankheiten reden. Lisa hat doch heute schon vielmal gekackt. Oh, nee, bitte. Über sowas darf man über Twitch nicht reden. Leider ist das verboten. Fäkalienhumor ist verboten auf Twitch. Man darf zwar drumherum reden, aber direkt... Dieser hat doch heute eine sehr große Bockwurst gegessen. Mmh. Komplett reingeschoben oder nur leicht angenüppelt? Ja, nur komplett reingeschoben. Oh, ja, oh. Sehr lecker. Mit Haut oder ohne? Bitte? Mit Haut oder ohne? Ohne. Und die ganzen Killer sind so schlimm geworden. Wer? Welcher Killer? Nee, alles gut. Fällt nur mit zu leeren. Ah, okay. Ich kann keine neue Herausforderung annehmen. Muss ich abbrechen, um Herausforderung anzunehmen? Tatsächlich. Repariere zwei Generatoren. Dann noch die Benz. Entkomme eine Prüfung. Okay. Klammer. Du musst erst das, was nach dem hellblauen Ding kommt. Kannst du erst mal machen? Ja, ja, ja. Die Zweiten, ne? Ist völlig egal, welche zu nehmen, oder? Tritt einen Überlebenden 13 Mal. Das eine, das mit dem Totenkopf, sind immer Killer. Da musst du einen Killer spielen. Ach so. Ja, dann muss ich ja das nehmen, ne? Ja. Musst du dann. Gut. Totenkopf ist immer Killer, alles klar. Mhm. Keine Ahnung, was ich jetzt da machen muss. Ich hab's wieder vergessen. Repariere zwei Generatoren. Ja, easy. Ja, wirre, die mit den Kerzen. Na okay, ja super. Ich hab, ich hab nur einmal eine gesehen mit der Kerze und da war ich tot. Ich hab aber auch ein Perk drin, ähm. Wo du die Kerzen sehen kannst. Nee. Äh, dass ein wirre Haken und ein wirre Generator, ähm, erzeugt wird. Hm. Das ist cool. Also einen zusätzlich quasi. Mhm. Interessant. Nutze diese Opfergabe, wird die Anzahl der Blutpunkte, Blutpunkte, die mit diesen Interaktionen verdient wird, erhöht. Ähm, während des Events erscheint ein standardmäßiger Wirre Haken und ein standardmäßiger Wirre Generator. Okay. Auf der Karte. Es ist sogar kombinierbar, also wenn wir alle das nehmen, ist halt mehr. Okay. Ist das dieses Goldene? Ja. Hm. Da wo so viel steht. Ja. Okay. Der Kürbis, oder was auch immer das ist. Wir alle nehmen. Neuer Zeit. Hab ich nicht. War aber die ganze Zeit ein Blutnetz. Ja, hab ich jetzt auch einmal mitgenommen. Das ist so ein... ...verflucht, der...verflucht, der Saat. Achso, doch, das hab ich. Wie findet ihr mein Halloween-Beld? Ach, mal ein Essen. Gut. Schön. Wenn ich das Halloween-Beld... Bei Instagram. Ich hab Instagram heute noch nicht aufgemacht. Na, darf ich heute Morgen mal so ein bisschen rumstümmelst mit dem Fixat und... Boah. Ich hab mir mal ein paar Bilder, mal wo er arbeitet. Lina. Schatz, du bist nicht bereit. Ich will. Nein, nicht bereit. Still dann. Ja, wenn ich jetzt drücke, bin ich nicht mehr bereit. Richtig. Wenn sie drückt, ist sie nicht bereit. Das ist die Verwirrung, ne? Ja. Dass selbst die Verwirrung verwirrt. Ja. Aber Lina drückt nicht bereit, schon seit einer Minute. Ah, ja. Lisa, spiel das mit euch. Ah, ja. Nein. Ich will lesen, was die Saat macht. Ich war euch nicht ganz fertig geworden. So, ich, ich muss Kerzengeneratoren töten. Ja. Töten vor allem. Du musst die reparieren. Ja, das ist ja dasselbe. Wie es aussieht. Wer hat hier nicht mitge... Wer ist hier nicht mitgezogen? Wer? Mit der Saat? Welche Saat? Ja. Ach, du bist also nicht mitgezogen. Womit? Ich, ich, ich kann keine Saat aussehen. Ich, ich bin, äh, ich bin nicht, äh, 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 nix. Genau. Nicht empfänglich. Nicht, genau. Was hast du? Nicht empfänglich? Keine Ahnung. Muss doch nicht sein. Du musst es nur sehen. Du musst es rauswerfen. Sehr gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Irgendwann werde ich die Saat aussäen. Keine Sorge. Oh Gott. Wünsche viel Spaß dabei. Oh, es dauert schon wieder so lange, der Lagerbalken. Na, noch geht's. Oh, ist das für dich ein schöner Hintergrundbild? Könnte man eigentlich als Streamshot nehmen, ne? Ich kam nicht schon zuvor. Ah, ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. Oh, es wäre schön, wenn du heute uns alle rettest, oder jetzt die Runde, und wir machen mal so gar nichts. Das finde ich eine gute Idee. Das ist peadogisch, sehr wertvoll. Jetzt nochmal los. Okay, wir bleiben mal stehen, ja. In der Tat. Er beschützt uns jetzt. Ja, wir verstecken uns in den Schränken, damit wir auch alle entkommen. Ey, das finde ich total groovy. Nee, nix. Okay, jetzt. Oh, es ist wieder eine Autormap. Nee. Zum Glück. Nein, die ist doch drin. Nee, das ist Autormap. Oh, die fahre aus, nein. Hier ist ein Generator mit Kerze. Oh, ich hab ihn schon gesehen. Scheiße. Ha, ich nicht. Das ist irgendwas Schnelles. Schwarzes. Dann ist Stream. Ich würde es nicht fertig machen, das muss er machen. Oh, sorry. Alter. Weißt du gar nicht, wo du bist? Äh, an meinem kleinen Haus? Ja, sagt viel, sagt so viel. Es ist die Legion. Ja. Aua, was haust du mir? Ich bin da auch im Schrank. Ja. Du bist irgendwie nur scheiße ziemlich gesehen. Als könnte es sein. Sie ist noch in der Nähe. Ist sie weg? Robert, wo bist du? Irgendwo, ich weiß es nicht. Egal, egal. Der Killer ist eh bei mir. Ist weg. Das ist Ghostface. Ja, das ist Ghostface. Nein, das ist die Legion. Die Legion? Ja, das ist die Legion. Warum sind wir aus dem Ghostface? Weil das ist... Oh, sorry. Was war das? Hä? Oh. Ist ja den Kürbis gemacht. Den wollte ich machen. Das zählt nicht als Kürbis hier. Okay. Das ist ein Kürbis, aber das ist am Haken. Und die Kürbisse stehen frei rum. Ich habe noch nicht ein Kürbis selber kaputt gemacht. Mach die los mit, Schatz. Ja. Oh Gott, sie war hier ganz in der Nähe schon wieder. Jetzt kommt sie rein in den Schrank. Ich werde jetzt kurz in den Schrank. Ja. Ja. Oh nein, nein. Nee, aber jetzt sucht sie auf der anderen Seite. Sie ist immer noch da. Ich sehe sie noch. Jetzt geht sie langsam ein Stück weg. Jetzt geht sie um die Kurve rum. Jetzt kommt sie, glaube ich, nochmal wieder. Ja, aber sie kommt. Nein? Ah, okay. Doch nicht. Jetzt sucht sie, aber. Sucht sie alles ab. Bis sie uns erste gefunden hat. Bis ab, wenn ich in den Schrank gucke. Das ist das Erste, was ich machen würde. Ja. Zumindest, wenn sie die Krähen sieht. Ja. Ja. Wo bist du hin? Da. Sie kommt. Ich habe die Kerzen-Generator gefunden. Super. Sie ist im Haus. Sie ist irgendwo bei mir in der Nähe. Ich bin gerade noch im Generator. Ich stehe da im Haus. Nee, doch nicht. Nein. Oh mein Gott. Oh, habe ich mich erschreckt. Äh, er hat erschreckt. Was hat ich jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kommt. Kommt. Ja, doch nicht. Ich hab's gemerkt. Da! Sie kommt mir in die Arme und sie kommt mir sogar entgegen. Ich glaub, sie steht am Haus. Sie kommt mir hinterher. Oh mein Gott. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, ich bin hier. Sie ist voll mein Weg. Tja, irgendwie spielt sie, glaub ich, noch nicht so viel Killer. Das guckst du mich so an. Oh, sie hat mich tatsächlich gesehen. Bist du grad auch auf der Suche nach nem Generator? Der Generator mit der Kerze macht er gerade kaputt. Er steht an dem Generator mit der Kerze und er sieht mich. Er bleibt da die ganze Zeit stehen. Er schlägt nicht mehr. Wie? Irgendwie sieht so aus, als wird sie gar nicht zu der Frau. Ich soll den Generator machen. Sie schlägt auf den Generator. Okay, dann mach ich's mal. Sehr. Kommt, kommt den Generator machen. Sie will. Sie will den Generator. Ja, ja. Ich will noch meinen Tote machen. Und ich finde auch irgendwo eins. Hier steht bestimmt irgendwo eins. Ich bin mir sicher. Ich muss es nur finden. Okay, er läuft um uns rum. Ey, warum haut er mich? Genau deswegen. Okay. Jetzt müssen wir uns gegenseitig reparieren, ne? Jetzt pflegt er mich. Damit er Punkte kriegt. Jetzt, äh, müsst ihr euch irgendwie heilen, bevor ihr komplett verblutet habt. Ey, bleibt mal stehen. Lass uns heilen. Danke. Also, erstmal selbst. Leider keinen Toten gefunden. Ist Torst dann offen? Ja, ich weiß. Aber lass uns mal heilen. Welches? Ich hab meins auf. Na, hier, ich mach meins auf. Also. Aua! Aua! Aua, meine Schulter! In einer Nähe, wo wir den ersten Generator fertig gemacht haben. Seht ihr das? Ja, ja. Kommt er uns zu? Ich weiß nicht. Nein. Warte, bleib stehen! Er will uns nicht töten. Nee. Okay, er will uns doch töten. Scheiße. Jetzt will er mich doch töten, Drecksau. Das find ich nicht, find ich nicht in Ordnung. Kommt mich bitte, hol nicht. Ihr habt noch nicht gehangen. Ja. Seht ihr mein Licht denn nicht? Ich seh kein Licht. Was für ein Licht? Hä, er hat mich fallen lassen. Lol. Er hat mich fallen lassen. Nein, ich hab das gemacht. Achso. War Tatschlampe oder was? Nee, er war in der Palette. Ihr seid doch grad hier gewesen. Hä? Wo ist Robert? Weiß ich nicht. Da. Raus. Kommt raus. Nicht heilen. Ich will noch Punkte bekommen. Robert, du stirbst gleich. Ja, du musst raus, Robert. Ja, ich lauf doch schon. Achso. Ich hab mich noch kurz repariert. Aber ein fairer Killer hat er gut gemacht. Na ja. Er hat selber gut Punkte bekommen und hat uns entkommen lassen. Ja, er hat schon schnell gemerkt, dass er keine Chance mehr hatte. Ja, aber er hätte rein theoretisch trotzdem einkillen können. Ja. Hat ihn wohl nicht so zufriedengestellt oder hätte ihn nicht so zufriedengestellt. Sechze... Nein. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal seinen Namen an. Das sagt ja schon alles. Nice kill, please. Sein Name sagt schon alles. 16.000. Du musst wieder dein Tagesritual da anklicken, ne? Nochmal? Du hast wieder was erledigt. Ich hab wieder was erledigt? Kannst du so aufmachen, wie es geht. Achso. Immer wenn du was abgearbeitet hast, kannst du das nächste anklicken. Loll. Aber ich hab doch was einmal ne Kerze gemacht. Nicht zweimal. Achso, das mit den Dings geht sowieso nicht. Nein, das nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das Tagesritual-Ding unten. Achso. Ja, ja, ja. Warte. Es ist wieder... ... aufgeleuchtet. Ja, hab ich. Die Sonne ist nur der Freude. Ein Fisch. Ein Signal. Oh nein. Hat das jetzt nicht gezählt? Oder hab ich es jetzt abgewählt? Jetzt muss ich... Du hast es noch nicht gemacht. Aber ich hab doch einmal... Ich hab doch einmal die Kerze gemacht. Weiß ich nicht. Ja, doch, hab ich. Definitiv. Da wart ihr alle mit dran. Das war da, wo ich gesagt hab, der Killer will das reparieren. Dann hast du es wahrscheinlich doch nicht ausgewählt. Doch, hatte ich. Hatte ich. Ach, ist ausgewählt. Komisch. Ich kann doch noch mal gucken. So sah es vorhin auch aus. Ich geh mal schnell auf Klo. Oh. Oh. Ja. Dina. So. Ja, Entschuldigung. Ja. 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 lustig aus bei Robert. Mit den vier Hexen. Mit den vier, genau. Mit den drei Hexen. Moin. Na? Wie geht's? Ganz okay. Gut. Wenn wir das wild drüber gesprochen haben. Oh, ich hab wieder 47.000, ne? Durch die Aufgaben. Bla, bla, bla. Bingster, boomster. Aber ich schaff's heute nicht. Ich bin immer noch 46. Schaff ich heute nicht Level 50. Zumindest 47.000, hab ich noch geschafft. Boah, das wird ja immer mehr. Das Netz wird ja immer größer. Ja. Ist ja unerträglich. Ich muss die kleinen machen, damit ich... Ich muss die grauen machen, die kosten nur 3.000. Was ist eigentlich mehr? Wenn man ein Totem segnet, oder wenn man ein Totem zerstört? Wie kann man ein Totem segnen? Naja, wir Hexen haben diese... ...diesen Perk. Und Talente für. Aha. Ja, ich bin die Mikaela können das. Du fragst aus allen Ernstes, ob wir... ...woll wir selber... ...überspielen nicht mal ansatzweise so gut können wie du? Das war... Also ich hab da auch nicht drauf geachtet, bisher. Okay. Nee, gar nicht. Aber ich hab letztens eins gesegnet, das war so mit Feuer. Das dauert richtig lange. Das stimmt. Ich hab bisher nur solche gesegnet und das dauert wirklich lange. Aber gut zu wissen, dass es nicht grundsätzlich so lange dauert. Ja, aber das ist richtig anstrengend. Das dauert wirklich lange. Das dauert wirklich ewig. Okay. Mein Essen ist da. Herzlichen Glückwunsch! Oh, guck mal, schöner Hintergrundbild. Könnte man ja als Creenshot machen, ne? Hast du das aufgenommen? Ja. Oh, gut. Okay. Das Karte steht. Erste... Oh. Ja. Gut. Wir sind da. Ja. Wir sind da. Ja. Wir sind da. Ja. Geht los! Oh nein! Achso! Das ist eine mit Kerze? Oh, wer hat da für kackt? Wer hat da für kackt? Sorry. Ah ja. Ich bin eben nicht anzugehört. Ich habe nicht so wirklich drauf geachtet. Ja, ja. Ich dachte, Frauen können mehrere Sachen gleichzeitig. Welche Hexe? Die mit den schwarzen Haaren. Ja. Die kann übrigens jetzt singen, ne? Nee. Ich kann die singen? Nein, das ist nicht die, die singt. Die Schweden, ne? Sie teleportiert sich auf jeden Fall. Ich habe immer noch nicht einen Kürbis gesehen. Ich sage es euch ehrlich, ne? Ich habe einen zerstört. Das war es mir wert. Hier, Robert, falls du hier über der Nähe bist, hier ist ein Generator mit Kerze. Wo, 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 ja? Am Haus. Am Haus an der Hütte. Am Haus an der Hütte. Oh, ihr seid beide weit weg. Rechts von dir. Rechts von mir. Oh, sie portet sich. Ah, ja, ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, der, ähm, ganz alleine ist. Wer macht hier gerade entspannt, Generator in der Nähe? Ah, ja. Cool. Wir hängen übrigens. Achso, ja, dann komme ich. Ja, jetzt zu spät, jetzt kommt irgendwer anders. Ja, okay. Einer ist der Engel. Ich sehe den Killer nicht. Ich sehe, ob das so schlau ist. Repariert ruhig. Der Killer ist gerade nicht in der Nähe. Hier ist ein Kürbis. Ich will das nicht. Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid. Ich habe noch nicht einen Kürbis gesehen. Ach, da ist ein Kürbis. Hinter mir ist ein Kürbis. Ich mache den mal. Ah. Verdammt. Cool, ich habe nichts bekommen. Warte, lass mich das machen. Ich muss zwei Kisten öffnen, ich danke dir. Nein, das ist nicht dein Ernst. Was? Mit den Kisten? Nein, der Killer kommt. Achso, ich wollte gerade sagen, ich mache es dir nur auf. Ihr könnt nehmen, was da drin ist. Ich will... Da ist ein Koffer drin. Ach, Mann. So ein Heilungskoffer. Magst du mir auch eine Gabel bringen? Wille? Killer ist hinter mir. Ist das gleich nebenbei? Ach, komm, er hat mich natürlich gesehen. Total geiler Killer bist du. Bin unterwegs, bin unterwegs. Ach, Mann. Warum kann ich nicht einfach mal meine Aufgabe erledigen? Ah, jetzt sind wir bei dir geraten. Ich hänge mal ein bisschen ab. Mach dir, mach dir Generatoren, ich hänge ein bisschen ab. Ja, ich hole nicht dein... Ne, ne, mach Generatoren. Aber mach nicht den mit der Kerze. Okay. Ja, mach den mit der Kerze, scheiß drauf. Warum kenn ich mich? Ah, shit. Meine Heilung war nicht vorbei. Warte. Moin, wer auch immer du bist. Hier ist gleich ein Generator, Robert. Wo? Ja, auch sogar mit Kerze. Noch einer. Zweimal mit... Zweimal mit Kerze. Ich wollte es heilen. Scheiß auf heilen. Nein. Ja, ich heile mich. Oh, jetzt kommt der Killer schon wieder. Okay, also ich bin da auf jeden Fall, dann gehen wir da hin. Hier ist uns auch ein Generator. Hier direkt hinter. Okay. Ja, warte, ich kann's gut. Ja, mach ich. Gut, ich hab ihn weggeblotten. Ja, aber du hängst gleich. Ja, macht nichts. Egal. Er kommt. Vorsicht. Robert, lauf weg. Ich bin im Schrank. Sie portet sich. Er sucht dich, Robert. Ja, ich weiß. Ja, sie sucht den. Ich weiß. Ich seh sie. Ich seh sie genau in den Augen. Guck mal, im Stream. Die ist direkt vor mir. Ah, jetzt hat sie sich getortet. Ich mach den Generator. Ja, ja, ich bin bei. Achso, ich müsste nicht mal abhängen. Nein, 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 nein. Nein. Komm, 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 Generator helfen. Ich weiß nicht. Ich war zu früh. Ich muss übrigens Kürbisse zertreten. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Ich hab mich erwischt. Er hat jetzt den Glückwunsch. Entschuldigung, ich hab sie zu dir geführt. Wieso fangt ihr denn beide? Ist ja halt abgelassen von mir. Ja, sie kommt jetzt. Ja, ich mach ihn fertig. Nein, Eis heilen. Achso. Hier am Berg ist noch ein mit Kerze. Komm her. Ja, ja. Er kommt. Ah, genau. Sie kommt in die Errichtung und macht gleich einen Headshot. Machen wir dann jetzt fertig, ja? Ja, ist fertig. Ich hab meine Aufgabe zumindest erfüllt. Okay. Oh, hier guck ich gleich mal um die Ecke. Da ist ein kleines Licht. Okay, einer liegt. Einer hängt. Oh. Einer will sich verstecken. Nein, das ist aus Versehen. Oh mein Gott. Ja, ich bin dir in die Arme gelaufen. Hol die Beine, bitte. Erst Robert am besten, bitte. Nein, erst abhängen. Nein, ich häng schon zweimal. Ich bin erholt. Abhängen und dann mich holen. Ist gut. Ich bin unterwegs. Oh. Gib nicht auf. Ich bin unterwegs. Ich renne. Das ist kurz davor. Du musst dich schon beilen. Sie ist bei mir. Sie hängt mich. Nein. Komm, komm. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Es tut uns leid. Ich habe doch gesagt, das bringt nichts. Doch, das hätte noch gereicht. Adieu. Adieu. Und Robert, hi. Du hast einen Sanikas. Das mache ich doch gerade. Nein, ich meine. Alles gut. Ich sehe das ja noch nicht. Dann seien die Kassen dann nicht ausgereicht. Ach, echt? Komm her. Ja, moin. Komm her. Ich bin auch gleich tot. Okay, komm, wir rennen beide. Sie kann doch nicht uns beide schlagen. Doch, könnte sie. Nein, kann sie nicht. Eine kann gerne Rafa machen. Was ist bei dir? Ja, jetzt wieder. Ja, ich bin tot. Scheiße, nicht dahin reinen. Nicht dahin rennen. Jetzt hat sie dich gesehen. Robert, geh zum Berg. Rechts von dir darfst du keine Rafa mit Kerzen. Geh zum Berg. Da, gerade aus. Ach, come on. Boah, wie komme ich denn jetzt hier das scheiß Haus rein? Boah, er ist Silber. Nee, doch. Scheiße. Ich dachte, er hat Platten. Fuck. Ja, das war's. Versuch zu flüchten oder such die Luke oder so. Ich spawnte erst, wenn ich tot bin, ne? Ach ja, stimmt ja, ist er neu. Ja, aber du dich hochgeheilt jetzt. Ja, zum Dreiviertel. Dann heil dich mal schön. Sie sucht mich hier nämlich gerade. Ja, sie geht um das Haus rum. Ach, Quatsch, auf gar keinen Fall. Ist nur noch einer. Ist nur noch ein Generator. Wenn ihr euch anstrengt, dann schaffte das. Oh. Das hilft uns vielleicht. Hast du dich jetzt hochgeheilt? Schon lange. Ja, schon. Er krabbelt dir entgegen. Scheiße. Ich hing gerade am Baum fest. So ein Mist. Ren, 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 ren. Ja, 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 ich bin... Ja, ja, ja. Jetzt siegst du da. Ja, alles gut, rennen. Jetzt siegst du dafür. Ren, im Zickzack oder so. Sie kommt. Ja, 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 ja. Nicht reinlaufen. Ach, das sieht sie? Das sieht sie? Ach, komm. Der hat es hört zu einem. Ja, okay, das war's. Schade. Aber war ein guter Flussversuch gewesen. Sucht die Luke. Ach so. Soll ich sterben? Ich weiß sie. Ich hab gehofft, dass ich zu meinem Totem krabbeln könnte, weil sie dann meine Spur nicht mehr gesehen hätte. Ach, Mann. Hä? Hä? Ich bin einfach gestorben. Lol. Warum? Weil ich keine mehr... Ja, weil ich hing... Ach so, du hängst auch. Okay. Ja, sie hat mich gerade aufgehört. Schade. Aber die hätte mich trotzdem gekriegt, auch wenn ich nicht in den Schrank gegangen wäre. Ich wäre bloß länger geflüchtet, mehr nicht. Na, Ali hätte gleich zu dir kommen müssen und nicht kommen müssen. Ja. Ja. Ist egal, ist egal. Das ist doch blöd. Mach da nichts. Passiert. Ist doch nicht schlimm. Ich hab gut Blutpunkte bekommen, alles easy. Also es wird auch gar nicht aufgeführt, wie viele Blutpunkte genau ich jetzt für das Totem gekriegt hab. Also... Nee, ich auch nicht. Ich hab... Dann müsste man das wahrscheinlich richtig ergoogeln. Zum Beispiel, ich hab gegen einen Kürbis getreten und da wird auch nicht angezeigt, wie viel Blutpunkte ich bekommen hab. Mach hoch! Nee, stand nix. Hab ich auch gesehen. Da stand nix, ne? Nee, da stand nix. Nee, da stand nix. So, ich hab Level 48 geschafft. Vielleicht schau ich doch noch 50. Aber ich glaub, so lange machen wir nicht, ne? Also ich mach noch eine ganze Weile. Gut. Dann ziehen wir jetzt durch. Dann machen wir jetzt 24 Stunden streamen. Nee. Let's go! Also da bin ich irgendwann raus. Das halte ich, glaub ich, ehrlich gesagt durch. Aber nur, wenn's lustig bleibt. Und vor allen Dingen... Ja, und... Irgendwann kickt die Down-Phase rein. Und dann ist es nicht mehr lustig. Ja, irgendwann. Irgendwann bist du auf einen Schlag durch. Aber die Down-Phase geht auch vorbei. Ja, ich weiß, aber dann musst du erstmal ne Stunde mehr durchhalten. Die Down-Phase ist aber sehr, sehr anstrengend, hab ich vielleicht gemacht gemerkt. Ja. Ja. Ich hab irgendwie vier Stunden nur mit Schnafen. Du bist wieder sehr weit weg vom Mikro, aber man hat dich trotzdem verstanden. Nö, ist sie nicht. Doch, sie war sehr weit weg gerade. Hä? Hä? Ich glaub, ich muss dich echt mal ein bisschen lauter machen. Ich glaub, du musst deine Ohren sauer machen. Nö, nö, nö. Sie ist wirklich sehr leise. Ich hab dich auf 81 nur. Oh, lol. Ich hab alle auf 200. Äh, okay, das ist ja kein Wunder. Ich hatte sie auf 81. Dass sie kein Wunder sehen, wo sie so leise ist. Okay. Sag mal was. Hallo? Ja, besser. Ja, besser. Auf jeden Fall besser. Auf 81. Wieso hatte ich dich auf 81? Hast du einmal so rumgeschrien, dass ich dich runtergedreht hab? Weiß ich nicht mehr. Oha, falls fließt man ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab, ich hab, ich hab einen da in der Zeiger eigentlich noch nie rumgedreht. Beim Zeiger fall nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht war es mal ganz am Anfang, wo sie angefeiert hat, zu streamen. Vielleicht war da irgendwas mit dem Mikro so laut gewesen. Keine Ahnung. Ich muss egal, dass man einen Zeiger hat. Ach, meine Fresse, lass mich doch mal. Ich müsste mich immer ärgern. Sag mal einmal was falsch. Kurz mal Fenster aufmachen, nicht so laut reden. Na toll. Sitzen. Ist dein Lieblings-Ecke neuerdings. Dum 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 dum. Vielleicht keiner mit ein? Bereit drücken. Dum 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 dum. Da hat jemand wieder Lust auf Heiraten. Ja, macht sie ja nächstes Jahr will sie ja nochmal, ne? Naja, nicht Ja sagen, aber die Hochzeit, ne? Oh, hat jemand einen Kuchen? Oh, guck mal, das könnte man schön als Hintergrundbild nehmen, ne? Oh, Mann. Es sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Das können wir uns jetzt so lange anhören, bis es... Bis es weg ist, bis das Halloween-Event vorbei ist. Aber... Und Tom will nicht mehr? Ey, Tom ist doch schon seit ne Stunde weg. Ja. Guten Morgen. Ja, er braucht schon Discord, sonst macht das keinen Sinn. Ja, definitiv. Wieso schreibt eigentlich keiner bei mir im Chat? Das find ich ein bisschen schade von euch. Einfach mal Hallo schreiben oder wie geht's? Wir zocken mit dir. Ja, aber man kann das ja mal machen. Für einen guten Kumpel. Aber das wäre doch Blödsinn. Ich meine, wir können dich doch mündlich fragen, wie es dir geht. Nee, aber es ist das Schöne im Chat. Ah, guck mal, da hat jemand in den Chat geschrieben. Hallo, mein Name ist Skadi. Hallo Skadi, wie geht's dir so? Ah. Oh, hallo Lisa, hi. Wie geht's? Woher kennst du meinen Namen? Oh nein, eine Indoor-Map. Oh, die Generation sind wie schwer. What are you doing? Ich hab keine Ahnung. Doeing? Ja, keine Ahnung, ich kann doch kein gut Englisch. Kein gut Englisch. Deutsch anscheinend auch nicht. Meine Fresse, hier ist ja nirgends sowas. Oh, oh, ist er irgendwo? Ja, ist mir total egal, ob er irgendwo ist. Oh nein, er ist mit dem hier. Oh, ist es die, die kotzt. Oh, er hat den, wie lange ist so ein Generator blockiert? Für immer. Für immer? Ja, das ist er hinten. Nein, was doch. Dann wird es nicht, wenn die das vollkotzt. Frage, ist die unten oder oben? Hä? Nein, unten. Sie hat mich gefunden. Ich hab nämlich Puls. Oh man, wie soll den Generator wieder entblocken? Ich hab einen gefunden hier. Ich hab dieses Blöckchen, meinst du, ne? Das dauert, ähm... Ja. ...unterschiedlich lang. Ich bin wieder hochgelaufen. Je nachdem, wie hochgeskillt der Dings ist. Ja. Der Perk scheint wohl ewig zu halten. Ich warte und warte. Ist das eine Minute vielleicht? Oder länger? Anderthalb Minuten? Ich weiß nicht genau. Einerthalb Minuten? Äh, dann kann ich mich ja verpissen hier. Mann, hier läuft mir immer noch hinterher. Ja, jetzt sind wir wohl. Hab ich gesehen. Auf dem Puls gerade. Ich war im Schrank. Ist jetzt auch immer noch nicht frei, Alter. Hat sie dich rausgeholt? Äh, was ist... Wieso hab ich mich erschrocken? Ich bin gegen den Generator gelaufen und hab mir den Kopf gestoßen. Na, hat sie den verflucht oder so. Ist ja interessant. Hm. Oh nein. Ich sehe sie da unten rumlaufen. Sie kommt jetzt hoch. Nee, ich glaube, sie ist noch... Sie jagt mich. Es sah so aus, als wenn sie die Treppe hochkommt. Sie jagt mich? Also, ob du jagt mich? Ja, aber du bist doch oben. Ja. Denn, 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 sollte jemand, äh, den Hängenden holen. Den Hängenden? Ja. Ach, komm, das ist so ein Mischstück. So ein richtiges Mischstück ist das. Ja, jetzt kotzt sie sich auch mal voll. Alter, so ein Mischstück. So, es wird jetzt immer gefährlicher. Vor allen Dingen, wer ist genau in meine Richtung gelaufen gerade? Wer war das? Ja. Ich häng' hier noch drei Stunden, 52 Minuten und 20 Sekunden. Ich muss runter. Oh, ihr seid alle unten. Cool. Hat sie da ne Falle gebaut? Oh, sie hat nicht gesehen. Achso, nee. Das ist das Wasser. Das ist das Kotzwasser. Hör sie. Oh, sie ist hoch. Sie ist hoch. Ja, ich sehe sie. Robert, du musst dich wachen. Oh, scheiße. Weiß ich. Bin ich blöd? Oh Gott, ich sag's nur. Oh Gott, gut, dass sie nicht so gezielen kann mit ihrer Sabber. Oh Gott. Ich bin unten mit dir. Ach nö. Ach nö. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der hat mich natürlich gesehen. Tu mir leid. Ich hab mich wieder im Schrank versteckt. Ich hab aufgeschrieben. Vielleicht vergessen sie es einfach mal Das nicht im Schrank nachzugucken Ich hänge hier mal ein bisschen ab Und wieder Das zweite Mal direkt in meine Richtung gelaufen Und sie hat mich weggenommen Also ihr seid heute echte gute Kameraden Sie kommt hoch Ich hole ihn Ist fast fertig Ist fast fertig der Generator Nur noch ein ganz kleines bisschen Bevor du dich heilst Mach das Bevor du dich wäscht Ich muss mich waschen Sehr gut Ich meinte Lisa Ich glaube Lisa war das Bin ich in den Keller gelaufen? Ernsthaft? Ja moin Hier ist ja gar nichts Ich such diese Waschdinger Aber Dankeschön Die sind weiß markiert Ja ich weiß dass die weiß markiert sind Aber manchmal sind da einfach Räume dazwischen Dass man hinten rumlaufen muss Ich bin wieder an dem selben Waschautomat Und die läuft mir wieder Ja Die ist mir wirklich wieder Sie hat's nun wieder getan Aber diesmal ist sie dir weiter hinterher gelaufen Ey ihr macht das wirklich mit Absicht Ihr wollt dass ich sterbe ne Ihr wollt das einfach Jedes Mal wenn ich mich irgendwie reparieren möchte Oder Generator mach Kommt einer in meiner Nähe Und dann Ah ok Ja moin Oh Gott sie hat Gott sei Dank Dächtig hart daneben geschlagen Ah scheiße Okay Das war super dumm Sie hat mich Ich glaube den werden wir nicht brauchen Weil wir sind noch nie Ich betone Wir sind noch nie entkommen in eine Indoor Map Noch nie Ja Sie ist hier Direkt Sie kommt Ich hab ne Generator Mit Kerze gefunden Ich muss ihn fertig machen Ich komme euch nicht helfen Ok Oh scheiße Lass mich doch in Ruhe Aber noch liegt da keiner von euch Und hängt keiner Ok Ich hätte mal nicht sagen sollen Komm mal hier den Generator mithelfen Ben unterwegs Ok Steffi du musst da oben helfen Wehe das Vieh kommt jetzt her Das Vieh kommt hier natürlich her Ich Ne es ist oben Es ist oben Es ist oben Es ist oben Aber hier ist der Treppe in der Nähe Let's go Wieso bin ich eigentlich schon wieder voll gekotzt Ich war doch gar nicht voll gekotzt Ach der Generator war voll gekotzt Ja moin Der steckt dich dann mit an Das ist ja bescheuert Hier ist noch ein Generator Mit Kerze Ja ich brauch keinen mehr Ich hab zwei von zwei jetzt Ok Ich mach dir mal den Generator Aber ich komme Aber Ich seh wo du bist Ich komm zu dir Ich seh wo du bist Boah ich komm hier nicht lang Gigi Bist du tot? Oh ne Schade Dreimal gang Aber wenigstens bin ich hier als erstes gestorben Es wird sowieso hier keiner überleben Hier hat noch nie jemand überlebt Bei einer Indoor Map Du brauchst dich übrigens nicht ständig sauber machen Wenn du sowieso Ähm Generator machen musst Dann gehst du mal wieder den Generator anfasst Ja Ja aber es gibt ja Punkte Für sie ist das aber mehr Pumpe Ja also vor allem wird sie stärker Für jedes Mal Für dass sich jemand damit heilt mit dem Wasser Echt jetzt? Ja Loll Okay So einer noch Boah ich kriege riesig Boah la Krise Jetzt zum Beispiel können wir uns nicht mehr heilen Aufhören Sie kriegt nachher rote Kotze und kann nicht sofort umhauen Ja das hat sie glaube ich jetzt Ich komm dich holen Ich komm dich holen Ja Danke Er hört auf wenn ihr irgendwo rüber wollt Ich komm dich holen 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 Mir schon klar Ja als ob sie das Sie hat mich nicht gesehen Ich heil dich hoch Ja heil dich hoch ich bleib im Schrank Ich bleib im Schrank Held dich hoch Sie hat mich nicht gesehen wie ich in Schrank gegangen bin Ne Man sieht's Vorhin ist sie mir noch hinterher gerannt Oder bis eben Ah ok Hä wieso sehe ich deine Leiche nicht Ich bin oben nach dem nächsten Genau Ah hier ist noch einer Weil du im Schrank bist Wo wieder sie Ah Kannst du sie retten? Ja klar ja klar Ich kann sie easy retten Wir laufen wieder in die selbe Richtung Damit rechnet sie nicht Das kann doch nicht sein Echt nicht Was ist denn? Oh du bist doch wieder erwischt Oh Da kommt sie mir genau entgegen Pass auf sie kommt zurück Ah ok ok Ich hab noch ein ganzes Ende zu machen Ja Kort sie Ah Jaja Was Jetzt weißt du wo ich bin glaube ich Ja wir kommen Ja wir kommen Ja wie gesagt wir haben noch nie Wir sind noch nie entkommen in einer Indoor Map Noch nie Fuck Habt ihr euch hochgeheilt? Nein nur zu Nicht mal zur Hälfte Nicht mal zur Hälfte Ah schluss Ah schluss Ja das war's Gigi Wie gesagt wir sind noch nie entkommen Das wird noch nicht passieren Indoor Maps Aber das passt ne Wir waren eigentlich Eigentlich waren wir gut Äh der letzte Generator Der war Da fast zu einem Dreiviertel fertig Ja Aber es ist so demotiviert Wenn man weiß Dass man einfach nicht entkommen kann Ne Da kann man ja Ne Kann man nicht Natürlich Nein das ist eine Indoor Map Wir sind verflucht Wir sind verflucht Okay Ja ist leider so Zumindest wenn ich dabei war Haben wir noch nie Oh guck mal wer sind da Der Po Die Porsche ist im Chat Und der Miller ist im Chat Guten Abend Guten Abend Millie Poshy Ja Die schicken sich hier schon wieder gegenseitig Herzen zu Guten Abend Wie geht's denn der Familie Oh ich muss mal Fenster zu machen Ich schreie die ganze Zeit raus Ich brauche noch drei Kürbisse Ich habe Sage und schreibe 15.000 Points gemacht Das ist doch in Ordnung ne Und ich muss doch ne Tür öffnen Vielleicht schaffen wir doch noch Level 50 Ich hätte total vergessen eh Und dann habe ich glaube ich auch noch die Kürbismission Achso ja Krank Stimmt die sind ja alle krank Stimmt Alle mittlerweile ist auch Henry krank Mh Wir sind alle viel krank Krank ne Krank ne Äh ja moin Okay Witzig Mh Sehr witzig Das war wieder der witzigste Spruch den man lassen konnte Deine Vögel Vögel Ja ich sag einfach nur Vögel und dann hören sie auf zu reden Echte Nein Das war Zufall Ich muss die Grauen machen damit ich schneller fertig werde Das reicht nicht schade Die Grauen kosten nämlich nur 3000 Ich will Level 50 heute noch schaffen Ich muss auch noch Level 50 werden Äh ja du bist Level 47 ja Hey Lina du bist schon Level 50 Geht's jetzt? Wie hast du das gemacht? Ich bin eben geworden Loll Wie viele Punkte hast du denn bekommen? Henry Henry geht's wieder etwas Ah Schnuppi hat er Ein bisschen Schnuppi hat er Okay Keiner einen 15 gekriegt oder so Ein bisschen Schnuppi Ein bisschen Schnuppi hat er Wer dir nicht zuhört Ich hab doch zugehört Ja Ich kann zwar Ich kann im Gegensatz zu Frauen sogar drei Sachen gleichzeitig Zuhören Gucken Und reden Was hab ich denn gesagt? Äh Morgen früh wird auch wieder hell und der Schlittenschrank kommt zu Besuch Nicht schlecht Nicht schlecht Ja siehst du Siehst du Nein Okay Ich vergesse sowieso alles noch 10 Sekunden also das war gut sein Wenn man Schlüssel dabei hat kann man dann die Luke jetzt noch aufmachen wenn sie gar nicht spawnt Ne Wenn sie gar nicht spawnt kannst du sie auch nicht aufmachen oder? Und wo ist das jetzt ein Schlüssel? Ja wozu steht Schlüssel jetzt eigentlich da wenn er jetzt nur beim letzten aufgehört Die spawnt entweder wenn nur noch einer da ist Oder wenn du diesen Schlüssel mit hast Dann spawnt die je nachdem wie viele Generatoren fertig sind Zum Beispiel Ähm Ich glaub die spawnt wenn mindestens zwei tot sind Und dann mindestens drei Generatoren fertig sind Okay Dann kannst du sie öffnen damit Hoch ist tiefer als flach Eine sehr gute Weisheit von Posh Hallo Poshy Also es muss immer mindestens ein Generator mehr fertig sein als Überlebende da sind Ja Das war sehr schön Also wenn du noch Aber es geht nur wenn der Schlüssel da ist richtig? Nur wenn man den Schlüssel hat geht funktioniert das Genau Genau Also wenn man keinen Schlüssel hat dann wird das gar nicht erst passieren Ne Das spawnt die eben Also die spawnt dann glaube ich fast von Anfang an Ah ok ok Also ich glaub wenn der erste Überlebende stimmt dann spawnt die nachher glaube ich Soll ich mal gucken ob ich einen Schlüssel hab? Wo ist der Schlüssel? Wo findet man den? Oh ja stimmt das könnte ich mal eigentlich nur nachlesen Ah ok ja scheiß drauf Kannst du gleich noch mal Ja stimmt Gegenstände Schlüssel Ich hab einen Schlüssel dabei Soll ich einen Zusatz nehmen? Schlüssel Blut Sterne Bla 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 Goldenes Abzeichen Goldenes Weiß ich nicht Selten Ungewöhnlich Gewöhnlich Gewöhnlich Lilane Lilane Ok Hab ich So dann nehm ich noch einen Kuchen mit Hab ich einen Kuchen? Ich hab keinen Kuchen Ich habe keinen Kuchen? Ich bin mir sicher dass ich einen Kuchen hatte Das dritte Lilane Das dritte Lilane Das hier Also das Das hier Ja moin Wer ist da reingekommen? Ja Hey ja ich hab mich entstummt Ich hab eine Nachricht von meiner Schiffe bekommen Drinnen ist kälter als draußen Hä? Nein Das ergibt keinen Sinn Das ergibt wirklich keinen Sinn Tatsächlich ist unsere Wohnung meistens kälter als da draußen Ja weil ganz oben wohnt und weil wahrscheinlich eure Nachbarn nicht heißen Unter uns wohnt keiner mehr Ah siehst du Nur sind die Rohre Deswegen ist dort wärmer Eigentlich heißt es ja nachts ist kälter als draußen Aber Milla hat's ein bisschen äh Verumstaltet What's going on Skatey Wollen wir mal skaten Ey guck mal Das könnte man als Hintergrundbild nehmen Das sieht echt nice aus Ich will ein Tricksal spielen Wer hat Robert stehen? Skatey What's going on? Oh Gott ich höre mich selber entschauen Das ist ja schrecklich Ich bin auch immer erschrocken wie ich eigentlich klinge Ich fühle mich irgendwie in meiner Stimme dass sie tiefer ist Aber ich hab voll die hohe Stimme finde ich Ja im Stream hörst du dich ziemlich hoch an aber in BL so richtig Rrrr Rock'n'Roll Nein Ich bin auch immer wegen der Klamentschieber Zwischen eingeschüchtert von erstes Verlust Ja kein Problem Es ist 22 für 22 Am 22.10 Oh ne Indoor Map geil Ey das ist dieselbe wie eben Ja sei geil dann wissen wir ja wer gewinnt Und ich bin auch direkt dort wo ich vorher war Unglaublich Ja ich auch nicht Als jemand ne Kiste findet sag mir mal Bescheid Kiste Wo bist du? Haha nein war ein Witz Oh Ey Ja Der Der äh Twister Ich hab mich doch verstanden Aaaaaaah Lass mich in Ruhe Ey Oh Alter der schneidet mein Bild kaputt Ja du musst zigzag laufen Er hat mein ganzes Bild zerstört Aua Oh ich hab mich aufgefasst Oh ich hab mich aufgefasst I go hangover Ooooooooh Ja ich hab doch kein Zeichen Bei mir ist ein Totenkopf An der Seite Okay Und dann läuft er ab Soll ich einen Fluchtversuch unternehmen Nein Nein Komischerweise sagt er immer nein Ja weil es nichts bringt Die Chance ist 4% Vielleicht hab ich ja den Skill Dass es 50% erhöht ist Nein das ist nicht das Bild Achso gut Fast gar nicht damit ankommt Aber abhängen ist so scheiße Ich mein mit euch abhängen ist immer so komisch Oh Mist Der Generator ist fast fertig Ich hab nur noch kein Mühe Ja dann musst du ihn nochmal anticken Bevor er ihn kaputt macht Ich hänge Achso du hängst Leute ihr müsst was machen Ja es hängt zwei Leute Ihr machten gerade nichts Ich bin gerade am Generator dabei Ja ist egal Ist cool Wir hängen hier nun Er ist so fertig Ja Okay ist ja gut Hälte Seite Achtung erst bei mir Achtung erst bei mir Er ist bei mir Er läuft hier Ich muss kämpfen Er ist jetzt unten Hallo Lina hat Meller geschrieben Hallo Meller Wollen wir hier nun endlich hoch Er ist unten Lass mich meinen Generator machen Ich weiß immer nicht wer das ist Ihr seht nämlich alle gleich aus Wer ist das hier? Achso Achso steht er da unten Steht er da unten beim Heilen Er kommt hinterher Okay Das musste ich wieder Nein Wo 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 Ach da hinten Da hinten sind sie Ja 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 Ich komme Ich komme Hier ist doch gar nichts Ach man Wir kommen Wir kommen Wir kommen Insohn und Sonnenschein Ja 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 Sohn und Sonnenschein Sohn und Sonnenschein Alles gut Du musst doch nicht kämpfen Alles gut Schatz zu sein Schatz zu sein Schatz zu sein Weitere steht Ja ich muss mich verstecken Nee Auch für mich Wir werden sowieso alle sterben Du weißt ob das ist hier eine Indoor-Map Da rennt ihr euch da her Ja direkt neben uns Piss dich Rabe Oh der Generator ist fertig Mist Oh ist doch gut Nee Ich will einen finden der nicht fertig ist Wir haben immer noch vier zu erledigen So ein Dreck Ja das kannst du aber auch laut sagen Nee Echt man Kürzt Dann soll mich doch einfach an Ruhe lassen Ja lass es aus dich raus Lass es raus Den ganz Oh man ich hab Leertaste gedrückt Echt diese ganzen Frust musst du rauslassen Jetzt Oh Alter ich find hier gar keine Treppe hoch ne Ich bin jetzt hier hoch Ja ich find hier auch keine Treppe ehrlich gesagt Du bist es wahrscheinlich hier neben mir ne Das ist so kacke Ja ich find auch keine Treppe Ja Ich hab Ich hab Ich hab einen Generator gefunden Oh geil den nehmen wir Oh Oh ich auch Scheiß auf Ich mach den jetzt fertig Ey sogar mit Kerze Den Schlüssel kann man erst nehmen Wenn Sie einen Generator mehr haben Als Leute da sind Achso okay Dann mach ich mal einen Generator Mein Schlüssel ist so nicht Du kannst ihn zwischendurch benutzen Du kannst so Sachen sehen Du kannst die Generatoren sehen Wie benutze ich den denn? Wenn du einfach so stehst Dann steht da Benutzen Konzentrieren steht da Vielleicht mal einfach ganz normal stehen Nicht hocken Stehen Tja Und umgucken Umgucken dabei Und dann siehst du ein bisschen was Da oben ist was Ne es ist ne Lampe Ich seh gar nichts 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 Ich glaub man kann die Ich glaub man kann die Noch nicht sehen Man sieht noch nichts Da ist ne Kiste Weiß ihr eigentlich, dass einer von uns den Schlüssel hat? Weiß der Killer das? Nee, eigentlich nicht. Also er sieht das und war stehen. Ja. Okay, du hängst sehr weit. Ja. Oh, du bist tot. Ja. Ich habe zu lange gebraucht. Sie war schon in der zweiten Phase, als ich da war. So ein Scheiß. Oh, weil das eigentlich tut. Du bist nicht als erstes gestürmt. Das stimmt. Das stimmt. Wenn du so weit gehst, dann stirbst du sogar als letztes erst. Du musst dich verstecken. Da kommt. Fuck. So, jetzt könntet ihr die Luke finden. Ja, das theoretisch könnten wir das so stimmen. Okay, warte. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Ich probiere mal Konzentration. Okay. Aber es kann sein, dass du noch nicht an dem Umfeld bist. Ach so, man muss auch in dem Umfeld sein, ja? Nein, die Luke kommt nur, wenn dein Vorletzt so tot ist. Oh, fuck, Mann. Der Schlüssel ist hier da. Der Schlüssel ist doch da, um die schwarzen Dings aufzumachen. Ja, nee. Nee, wir müssen noch einen Generator fertig kriegen. Ach so, ja, mache ich gerade. Ah, stimmt. Einen Generator braucht ihr noch. Mache ich gerade. Mache ich gerade. Lina ist aber wahrscheinlich gleich tot. Ja, alles gut. Ich bin nicht tot. Wieso? Ah, du hängst noch alle. Oh, Gott. Ja. Aufgebleibt. Oh. Okay. Soll ich dich holen kommen? Er ist einfach stehen geblieben. Oh, Gott. Soll ich dich holen kommen oder bist du tot? Ich bin einfach so dumm. Lebst du noch einmal oder bist du tot? Sie hängen das erste Mal jetzt. Ach so, okay, dann komme ich zu dir. Kannst du gerne holen. Ja, sprich ruhig mit mir. Pass auf. Na, der kämpft. Nee, er rennt. Du kannst so auch spielen. Er ist nur voll bei der Nähe. Oh mein Gott. Jetzt lauf hin, lauf hin. Jetzt ist er gerade weg. Oh, wir müssen hier rumgehen. Ja, da genau. Ja, der hat hier ein gutes Andi. Ach, die darfst du nicht spielen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich bin direkt hinter dir. Schaffe dich ja. Nee, die Bohnenluge. Ach, fuck, der kommt hier direkt lang. Oh, so ein Wichser. Boah, er hat... Wir haben hier noch nie überlebt. Wir werden hier auch nicht überleben. Echt kacke mit der Bohnenluge. Das ist so optimistisch, ne? Das ist so. Ja, ich muss sterben dann. Aber dann spawnt sie sowieso. Oder wir machen halt noch einen Generator fertig. Nicht in die... Nicht in die... Oh mein Gott. Das hat er nicht gehört. Hundertprozentig nicht. Ach, scheiße, Mann. Warum funktioniert das denn nicht? Weil du rennst dabei. Dann schmeißt du die so zu. Ach so, okay. Das macht ein Geräusch. Was? Nee, also... Die Bohnenluge erscheint nur noch, wenn der vorletzte tot ist. Ich hab... Komm zu mir. Ich hab den Schlüssel. Und die ganzen Killerbohnen. Die wurden alle stärker gemacht. Also man hat kaum noch Chancen. Nein, es macht... Diese Indoor-Maps... Also langsam müssen die Entwickler mal merken, dass Indoor-Maps einfach nur scheiße sind. Ich mein, wir strengen uns nun wirklich an, ne? Aber wir gehen schon mit so einer Demotivation ran, wenn wieder eine Indoor-Map kommt. Ja, du. Ja, ihr doch auch. Weit doch ehrlich. Nein. Nicht so viel wie du. Ich antenne. Aber wir haben ja auch noch nie gewonnen. Mensch, altes Heim. Keine Herausforderung aktiv. Ich bin auch mal so richtig. Was ich so schlimm finde an diesen Indoor-Maps ist, dass wir keine... Schließt dir zwei Truhen auf. Das sind die Kisten, die man aufschließen muss, ne? Ja. Okay. Du musst erst aufstehen, was du möchtest. Ach so, okay. Aber jetzt bekomme ich es erst, oder wie? Ja. Und dann kannst du weitergehen. Okay. Habe ich jetzt die Belohnung bekommen? Ja. Ah, okay. Dann schaffe ich es ja doch noch, ne? Oh, eine Taschenlampe, nämlich. Muss die braun wieder machen. Ich brauche immer noch drei Silviser. Verdammt. Ich habe auch keinen mehr gesehen. Jetzt in der ganzen Web Indoor nicht. Das ist ein Russen-Game. Was willst du verlangen? W.O.T. Incoming. Also. Ja, stimmt. Das ist ein Russen-Game, ne? Nein, das sind zwei. Rückt bereit. Würdest du über meinen Account spielen? Weil wir sind vier und ich würde sonst, äh, ich hätte gern die Mission, weil ich hätte gern das da. Was machst du da, Robert? Nichts. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr merkt, äh, nichts. Wir gucken jetzt so. Achso, cool. Dankeschön. Lass doch mal ein Follow da. Nein. Das wird leider noch nichts. Das wird leider noch nichts. Okay. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh. Ist das dein Ernst? Wieso? Was denn? Sie hat sich das nächste neue Oberteil gekauft. Ach. Diesmal ist es ein Pullover. So ein... Sieht aus wie so ein... Es sind zwei Pullover. Und der eine sieht aus wie von so einem Football-Spieler in der Größe XL. L. Okay. Es ist eine Größe L. Entschuldigung. Also kein T-Shirt, aber ein Pullover. Chicago. Ey, das kommt hin mit Football, oder? Eishockey, ja, okay, Eishockey-Football ist ja... Die Rüstung ist ja... Die Rüstung ist ja fast dieselbe, die da drunter sitzt, dann. Sind ja beide so gepanzert. Das kannst du wegmachen. Auflöchen, die Ketten, Robert. Ja, wollte ich schon sagen, weil ich bin doch kein Killer. Mhm. Dann kriegst du eine neue Aufgabe. Mhm. Muss jetzt übrigens auch zwei heilen. Rette als... Mac Thomas. Bin ich das? Nee, ne? Nein. Hab ich nicht, ja. Kann ich... Mac... Mac... Mac Pommes, genau. Mac... Mac Donis. Was genau? Warte. Was genau? Hat Aline gerade was gesagt? Sie redet mit ihrer Freundin. Ach so, okay. Nicht mit dir. Also sind wir irrelevant, ja? Ja. Finde ich nicht so toll. Bin enttäuscht. Bin so enttäuscht von ihr. So abgehoben. Porsche, Becky, aufwachen. Na, was sollen wir schreiben? Hier wird nicht geschlafen. Ihr habt... Ihr habt... Ihr habt Aktivität im Chat zu zeigen. Und wenn's nur Emotes sind. Sie waren Lärken. Nee, ist nicht. So. Aha, Lisa Fritz lacht. Was ist denn so lustig, Lisa Fritz? Du! Ah, okay. Ja, okay. Kann ich verstehen. Was? Nee, wie kommt, Franzi hat's geschafft. Äh, nee, Lina. Abschluss gehofft sie. Hm. Was? Ofenkäse? Ofenkäse? Bei Becky gibt's jetzt Ofenkäse. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab eben bestellt. Bei mir gab's Nudeln mit Käsesauce und Hühnchen. Hm. Und Pilzen. Bäh! Und ein Lover. Hm. Sehr lecker. Wie kann man bloß Pilze essen? Ich versteh das nicht. Es wächst auf dem Boden vom Wald. Alle pinkeln... Alle Tiere pinkeln darauf. Und das isst man. Super, was? Na, das, was wir essen, das wird gezüchtet wahrscheinlich. Das weißt du doch gar nicht. Äh, Mechler liebt Rosenkohl. Ja, nee, ist klar. Alles klar. Meine Lieblingsessen, wirklich. Oh. Also wirklich. Rosenkohl, ne? Äh, das darf man hier in Spielen gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde dafür gebannt werden. Hm. Ich hasse Rosenkohl wirklich, ohne Scheiß. Das stinkt wie die Hölle. Was isst du denn überhaupt? Äh, deutsche Hausmannskost. Königsberger, knapps. Ja, alles, was mit deutscher Küche zu tun hat. Außer mit Pilzen, Rosenkohl. Und Blumenkohl mag ich auch nicht so sehr. Und Spinat? Ess ich ab und zu, aber nicht immer. Ne, Spinat ist ja überhaupt nicht. Blumenkohl ist doch lecker. Ich liebe Spinat. Ja, Blumenkohl ist lecker. Nein. Blumenkohl auch, ne? Und Brokkoli auch. Hä? Brokkoli? Wer das isst, der kann Lauch sein. Hallo? Also, so zum Beispiel, äh, Sascha. Sascha ist sehr viel Lauch, weil er ein Lauch ist. Lauch-Ziebeln sind auch richtig gut. Aber das findet ihr denn eher ziemlich unsympathisch, dass man ihn Sascha nennt. Ha, 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 ha. Ey, guck mal. Oh, ist das hübsch. Ey, das könnte man doch als... Ach so, ich sag's nix. Ich sag's nix. Ich sag ja schon nix. Ist gut, wir haben's kapiert. Ihr wisst immer noch nicht, wo wir's gespeichert haben. Doch, ich hab's gefunden. Ich hab's schon als Hintergrundbild. Ey, du hast es wirklich als Hintergrundbild gemacht? Ja. Ja, moin. Beste Brudi. Spinat Beste, sagt Dave von Miller. Mhm. Er hat wahrscheinlich zu viel Papai früher geguckt. Esst immer schön dein Spinat auf, damit du groß und stark bist. Mhm. Das war alles ein Trick. Ein Trickfilm, ja. Ja, nee, das war ein Trick, damit man immer schön aufisst, sein Spinat. Obwohl man, obwohl das gar nicht schmeckt. Also nicht besonders. Naja, bei Miller hat's ja geklappt mit dem Großwerden. Ja, ja, aber er isst ja auch Rosenkohle. Er ist ein etwas anderer Mensch. Ach so. Fuck, ich mach. Life is life. Na, 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 na. Boah, ich hab wirklich alle na, 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 na gemacht. Hello. Hello. Hello again. Ich sag nur einfach. Ich sag einfach. Hello again. So sieht's aus. Hast du ne schöne Stimme. Deutschland sucht den Superstar anmelden. Oha. Ich häng fest. Oh, es ist, ähm... Der, der, äh... Ich komm nicht drauf. Es ist der Killer. Es ist der Killer. Ah, der Sensor. Ah, der Kettensägenmann. Genau, Kettensägenmann. Einer der ersten Killer überhaupt. Oder wenn nicht sogar der erste Killer mit den, mit, mit den Fallensteller und noch jemanden. Alter, ich hab, ich hab grad ein bisschen laggy. Ein bisschen laggy ist gerade. Ich glaub, ich schließ mal ein paar Seiten. Schließ mal ein paar Seiten. Schlüssel gefunden. Hältst den Glückwunsch. Ein abgeboten? Nee, einen ganzen Schlüssel. Hm. Mhm. Hm. Schlüssel. Im Boot ist ein Ding. Er ist, er ist auf dem Weg zu dem Generator, der da fertig gemacht wurde. Ich bin grad auf dem Schiff. Ich auch. Ach, dein. Rosenkohl. Nee, ich bin allein hier. Oha. Äh. Bitte. Warum liest du das vor? Ich hab's extra nicht vorgelesen. Blumenkohl mit, äh, Käse überbacken. Oh, das ist lecker. Oh, der Mama lahm Brot mit Bockwurst. Oh, nee. Da ist's vorbei. Du weißt genau, warum ich das gesagt hab, ne? Oh mein Gott, hier ist der Killer. Hat er dich nicht gesehen? Nicht. Hat sich grad so ein bisschen angehört wie ein Fangirl. Oh mein Gott, da ist der Killer. Oh. Oh nein. Oh, nein. Oh, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Das ist ein bisschen. Hallo, Mr. Wichtig. Du fickst ja wohl nicht richtig. Okay. Hier ist ne Kiste. Ey, die brauch ich. Ich muss zwei Kisten machen. Im Keller ist immer eine. Ach ja, stimmt. Im Keller ist ja immer eine. Kenn ich ja von meinem Keller. Mama, laden. Mama, laden. Ladenbrot. Oh, verdammt. Ist der, der ist sehr wohl nicht zu. Da, wo es liegen ist, ist eine Kiste und ein Generator. Woh ... Karsia direkt neben dir, quasi. Ach ... Nicht hängen. Eiko, i hang over! Ach, Scheiße. Toilette, Toilette. Oh ... Er ist hier irgendwo da näher? Ja Ja, ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Er ist alles zu in der Nähe. wer ist hinter mir her ich lauf mal von euch weg ich bin hier direkt am haken sehr clever von mir aber ich bin schön von euch weggelaufen dass ihr viel Zeit habt aber merkt ihr was es ist wieder eine outdoor map und funktioniert wieder alles besser es ist einfach so ja da kann ich meinen Schlüssel mitnehmen und ich habe schon mal eine Person geheilt wer ist noch ich heil dich nachher du musst mich heilen nur ich okay okay ich lasse mich gerne von dir verarzten wer kommt mich holen die in der Nähe von euch also links von dir ist das Ausgangstor links gerade Ausruf von dir ist ein Ausgangstor das mach ich jetzt auch oder komm erst mal her nicht heilen her komm ich mach das ich heil mich selber okay nein ich hab doch gar keine Kiste gut so warum machst du das Tote warum darf ich das nicht machen ich mach da mal das Stor auf damit ihr hallo heil mich heil mich ach so ich dachte du wer man ihr seht alle gleich aus oh ich weiß doch nicht wer wer ist wer ist denn hier vor mir Achtung Achtung nein er ist hinter mir ich geh wieder zum Tor ja okay ey das ist wirklich nicht nicht schön muss ich sagen er lässt mich in Ruhe er lässt mich in Ruhe Leute ich dachte die ganze Zeit ich stehe neben Nina ne ich hatte das auch scheiße ne ihr das funktioniert nicht dass ihr alle gleich aussehen oh ne Kiste ne Kiste oh nein so ein Öhrbomb okay wo bist du jetzt erkennt jetzt hier von vor ja dann heil mich mal heil mich mal heil mich mal heil mich mal warte jetzt das bist du auch Lina ne ja das bin ich ja wenn ihr seht alle gleich aus das funktioniert nicht ich kann ich kann nicht die anderen beiden sehen gleich aus ich hab ne andere Jacke an oh ja wow daran erkenne ich euch auch oh mein sehr gut dann ist ja alles geklärt oh das war ein Witz hier nimm ich vor, dass halt so ein Gammel und dann auf einmal das andere Tor aufgeht das ist ja ich hab selber in Ruhe rennst du da hin ich hab nen Tote ach so ich hab's da aufgehauen ich hab's da aufgehauen so Tor ist offen ist jetzt das Tor offen was ich da auf angefangen hatte aufzumachen nein ich seh nirgendwo ein Tor er hantet doch nicht wieder das ist doch kacke er hantet ne er hantet er hantet genau sind wir wohl ein falsches Spiel ne aber das könnten wir auch mal wieder spielen fast nur oder ja er hat one hit one hit one and only ich mach das Tor auf das Tor passt auf holt Lisa runter ja ich bin, ich bin am Tor, ich bin am Tor an den an den nördlichen tor ach so hier gibt es ja keinen norden süden osten westen stimmt ja hier war ja was aber ich glaube ich bin richtung wir sollten auch rennen oder nicht sollten wir jetzt nicht rennen haben wir alle überlebt wir haben alle überlebt geil sehr geil siehst du kaum haben wir wieder eine outdoor map alles easy ist so ich hab sogar den schlüssel gewonnen herzlichen glückwunnen wie viel punkte habe ich bin trotzdem letzter 11.000 dankeschön habe gar nichts gemacht hier in der runde lina 28.000 stehen ab ecke du warst so gut du warst so gut das finde ich nicht in ordnung also das ist auch gegenüber den anderen nicht sehr ratsam so gut zu spielen weil das ist nämlich demotivieren für die eigene leistung ich versuche beim nächsten mal mehr mühe zu geben nicht so viele zu machen sehr gut dankeschön endlich er hat mal jemand meine ich werde mir Mühe geben nicht mein bestes zu geben das ist das beste alter level 49 leute ich brauche noch eine kiste dann habe ich die nächste aufgabe erfüllt dann kriege ich noch mal 15.000 vielleicht klappt mir das wirklich heute noch also vor 0 uhr genau lina mach mal weniger siehst du miller sagt das auch was gehört wenn er sie hat sich schon entschuldigt alles gut kappa was hast du mit Zigarette gemacht und mir gemacht das hast du glaube ich von mir gemacht weil du warst in der küche und mein tabak war offen wir reden hier nicht über Zigaretten warum äh weil suchtmittel in meinem chat nichts mehr zu suchen mein stream nichts mehr zu suchen haben fertig kappa nur weil du aufgehört hast du rauchen ja genau deswegen jetzt muss ich euch wieder heilen also ich lasse mich gerne von dir verarsten rauchen fetzt sagt er jawoll ja sehr fett die junge ja das ist wohl eher anders geschrieben aber die sucht ist halt immer noch da man möchte halt immer noch rauchen auch wenn es jetzt schon sechs wochen her ist es ist vielleicht nicht mehr so groß aber es ist glaube ich nie ganz weg glaubst du ja boah das wäre ja schrecklich ich hoffe dass es wirklich irgendwann weg ist stellenweise ist es schon ein bisschen anstrengend ne weil dann trinkt man automatisch mehr kaffee ist was auch nicht gesund ist du musst koffeinfreien kaffee trinken mhm das macht es ja auch das hilft überhaupt nicht das hilft nicht na klar ach ja ja mhm nur dann ist äh wurde sogar bewiesen wissenschaftlich dass koffein äh psychische störungen äh verstärkt ja dann bin ich ja dann bin ich ja schon am ende der nahrungskette wenn es danach geht na also es wird gesagt es erstärkt psychische störungen es macht keine ok ja ich habe aber welche also verstärkt ist es bei mir ja man braucht sich auch besser wenn man auf koffein verzichtet also cola kaffee ich kann ich nicht kann ich ja energies trink ich mittlerweile ein bisschen weniger eine 1 seit einer woche habe ich keine einzigen mehr getrunken ready ja macht mich komplett kirre was kaffee bei 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 becky bei becky bei becky meint der meint 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 also bei becky scheint das wohl wirklich zu so zu laufen wie du sagst mhm ich habe nämlich bei youtube eine gesehen die hat auch äh angstzustände und trinkt kaffee oh guck mal wow oh ne ich sag nichts ja weiter sie hat ähm das mal ausprobiert ob das wirklich stimmt und sie hat gesagt tatsächlich also seit sie jetzt auf koffein verzichtet hat sie weniger angstzustände mhm aber aber das macht keinen sinn wenn ich auf ein zweites äh suchtmittel quasi verzichtet dann wird das in meinem körper nur noch schwierigkeiten verursachen denn 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 greife ich nachher noch zu alt dann greife ich nachher noch zu alkohol wollte das oder wie das ist ja was ist das ach so äh du sollst ja langsam davon weg kommen nicht wie bei dem rauchen von heute auf morgen das ist sehr kompliziert aber du kannst ja aber gesund ist es trotzdem oder komplett aufzuhören einfach so und sagen nee ich bin jetzt ich nehme jetzt hier keine keine wasserpfeife oder oder wie am besten ist tatsächlich äh das langsame aufhören echt es hat mehr potenzial nachher dass es halt komplett weg bleibt ach bei mir nicht doch funktioniert doch na klar bei mir ist radikal bei mir war einfach radikal ich wusste genau wann ich aufhöre nach dem angelcamp ist schluss fertig so war es bei mir und einfach statistisch ist die wahrscheinlichkeit einfach höher wenn du spontan komplett aufhörst dass du dann eher wieder rückfälliger wirst als wenn du Stück für Stück aufhörst wo hast du denn das gehört das ist alles das habe ich aus dem gezogen was Franzi gesagt hat krass der killer kommt ist der Typ mit dem schießen oh ich laufe ihn direkt in die Arme lol äh screen ja es ist wieder screen die maske wieder wir hatten die noch gar nicht ja ich dachte der andere wäre auscreen oh mein Gott war zu laut oh er hat einen Kürbis zertreten so ein frecher Typ ich bin im Haus machen Generator in zweiten Stoff er hat mich gesehen hier wird er bestimmt nicht herkommen ne oh nein meine schnellste Wunder wieso bist du tot noch nicht aber er ist halt immer noch bei ihr mhm hat ihr mal ne Taschenlampe ich bin bei ihr ich hab ja ne Taschenlampe ja moin ich geh zum Generator hinten den ihr angefangen hattet und der ist schon fast komplett down eilig oh hier ist ne Kiste ich hab meine Aufgabe ist damit erfüllt wenn ich boah das war knapp der Checkpoint komm schon ja hat geklappt auf jeden Fall dass er mich nimmt das war der Plan das war der Plan das war der Plan das war der Plan ich sehe ihn nicht aber ich hab Polis Ah doch, er ist da hinten Er tritt Kürbisse, jetzt kommt er wieder zu mir Er kann die Kürbisse auch kaputt machen Schade Er macht die Kürbisse auch kaputt? Ja, er geht gerade ins Haus rein Lol, ich wusste nicht, dass der Killer auch Kürbisse kaputt zerstören kann Was habe ich ihn hier eigentlich in der Hand? Ist das ein Werkzeugkoffer oder ist das ein Sani-Kasten? Ein Sani-Kasten Okay Oh mein Gott, Robert Ja Oh, hier ist ein Kürbis, meintest du den zertreten? Ja, ich komme Dankeschön Oh mein Gott Mein zweiter Kürbis, yippie Happy Halloween Oh, wie schnell er ist, ey Oh, hier ist ein Generator Hier ist ein Generator Echt Das nervt so Hast du da einen Toten? Oh, fuck Total Kommt er Oder kommt er nicht? Oh mir egal, da hat er mich aufgehauen Okay Gehst du hin? Ja, ne? Gut Er kommt jetzt zu mir Er sucht mich Er geht an mir vorbei Er geht an mir vorbei Okay, er findet mich anscheinend nicht Ich bin gleich erholt Äh, ich hab irgendeinen Fokus Bei mir ist alles, äh, blau um Rang Der ist halt nicht mehr bei dir Dann weg Äh, lol Der ist direkt neben mir Ich hab ihn gar nicht gehört Ach ja, stimmt Der hat ja keine Herzklopfen Hab ich ganz vergessen Der hat ja keine Herzklopfen Mach Generatoren, mach Generatoren Ich häng zum ersten Mal Oh, dein Totem ist kaputt gemacht Was denn? Ey Das ist doch überhaupt ein blöder Killer Wo, wo, wo Wo, wo man gar nicht hören kann Dass er, äh Dass er kein, dass man bei ihm einfach gar keinen Herzschlag hört Warum, warum ist das bei ihm so? Weil er sneaky ist Mhm Der war doch nie leise Hast du mal Scream geguckt? Oder Scammy Movie? Scammy Movie Da ist er doch total laut Und kifft sogar Er hat mich gleich schon wieder Oh, danke fürs Abheben Willst du mich Ach, ich kann mich ja selber reparieren, ne? Ne, das ist gar kein Dings Doch ist ein Sunnykasten, okay Ach, Scheiße Er hat mich So, warte, ich hab die jetzt Ne, okay, dann mach, dann mach Brauchst du das für deine Operation? Ja Sehr gut, dann hast du jetzt fertig Ich hol die nach Ja Alle Kinder sind OP geworden Sagt Miller Naja, weiß ich nicht Also ich finde der Fall Ich finde den Fallensteller immer noch am schlechtsten Oh, da ist der Sneaky wieder angerauscht Sorry Oh Gott, er ist da vorne Irgendwo ist ein Toten Ah, hier Spürst du das? Ich hänge das weiter mal Hast du so'n So'n Dings dafür? Aha Und immer ein Geräusch Und dann ist so Irgendwo hier ist ein Toten Wir schaffen es nicht, ne? Wir sind nur am Retten hier Ach, komm Reparier mich mal Ich hab, ich hab keine Erste-Hilfe-Kirten mehr Lauf, lauf, lauf Oh, nee, Brudi Das ist schon echt krass, ey Wir sind Oh, wenn Lisa jetzt auch noch hängt Da sind wir alle Auf Arsch Reicht mich Er kommt zu euch in die Richtung Ja, gut Ja Durchziehen Einer für alle Und alle für einen Er kommt dann nicht in eure Richtung Sieben Ah, schaff aber was? Wer da Das war's mir wert Er will zu dir, er will zu dir Ja, ich hab's gemerkt Es repariert, ja Äh, rum Ja, warte Lass mal den Generator machen hier Vielleicht ist irgendwie jemand so nett und, äh Ja, ja, Lisa kommt zu dir Lisa, Lisa kommt zu dir Wir haben zu Rapp über die Hälfte geheilt Oh Gott Oh nein, renn, 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 renn Renn, renn Hä? Ja, weil er nicht will Ach so, ja, ey Ja, ist so ein Mist Aber er genau wollte sich ihn auch schon Jetzt hat er alle da, wo er will Ja, komm Alter, ihr liegt ja alle Ja Ja, ich komme Oh, er killt mich Ich bin geheilt Du kannst einmal kurz vielleicht Ich weiß ja nicht, wer wer ist Wir seht ja alle gleich aus Die, die weg ist von dir Oh Andere Seite Ja, genau Noch nicht, noch nicht, noch nicht Lauf Woher soll ich das wissen, wenn ihr alle gleich ausseht? Ehrlich Wir seht alle gleich aus Ihr seht alle gleich aus Ja, ihr habt euch anders angeklädigt Aber ihr seht trotzdem gleich aus Ich merke euch Ich merke doch nicht, wer ein anderes Oberteil anhat Ich sehe sie ja Dann soll ich wohl damit anfangen Darauf Dann nimmt euch wenigstens Denn einer von euch muss wenigstens einen Hut Ja, er macht doch ein Selfie, alles klar Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie Ob ich dann Selfie Äh, das Den Hüt abnehmen kann Mein Gott Nein, kannst du nicht Kann man nicht? Nee Vielleicht eine andere Frisur oder so Kürze Haare, keine Ahnung Ich gucke mal Ach, scheiß drauf Mach doch nicht gleich Ja, OMG, sagt Mella Ich bin direkt zum Killer gelaufen Wusste ich doch nicht, dass er da auf dem Boden lag Und gerade jemanden killt Habe ich doch nicht gesehen Irgendwer hatte das angesagt Oh, jetzt killt er mich Ja, aber Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen Nein, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen Bist du wohl, Luca? Nein Wir sind hier schließlich bei Lost Gaming Ah, er zugemacht hat Macht er hier wieder ein Selfie, oder was? Äh Lies mal nicht Doch, er macht wieder ein Selfie Hm Moin Moin Okay Cool Alles klar Das war cool, die Runde Ja, hat Spaß gemacht Ja, eigentlich Mit Leben, ne? Ich habe meine Herausforderung geschafft Ich bin glücklich Ich habe nicht einen Kürbis zertreten Ich habe keinen gefunden Ich sehe auch eine gute, ne? Sie rennt durch die Wohnung Macht überall Licht an und geht dann irgendwo hin Selbstfürsorge Selbstfürsorge Ich habe es fast geschafft, aber nur fast Selbstfürsorge Wo ist Selbstfürsorge? Selbsthilfe Gruppe Okay, ähm Hier Hm Spiele ich halt den hier Oh, das ist Ja, du musst Also kannst du den Hut nicht absetzen Geht nicht Nein, es geht nicht Okay Cool, okay Okay, Lisa ist tatsächlich die Hexe Und Skadi ist jetzt die normale Frau Und Lina Die normale Frau Ja, ohne Hut Der Kill hat gerade über PS4 geschrieben Happy Halloween Wer hat das geschrieben? Der Killer von eben Wow Ja, ist doch nett Das geht Ist doch nett Meinte ich dir nicht, das geht irgendwie nicht? Ja, Halloween passt ja auch zu den Killern, ne? Das ist so ein Scream-Killer Scary Movie Nein, ich meine, dass er, ähm Mach Cam an, Junge Ja, dass ich, ähm Welche Cam Über PS4 träumt Ja, privat Ja, er hat mir privat geschrieben Okay So, in der Bild So, Robert, ich bin jetzt rot Achso, aha Habt ihr die alle schon noch 50? Nee Ich, ähm Muss das machen für mein Mein nächstes Ding hier Ah Muss bei Gesundheit Mich selbst zweimal heilen Soll ich über Handy streamen? Wie soll das denn gehen? Wie soll ich über Handy streamen? Meine Kamera anmachen Und gleichzeitig am PC sein? Das ist doch zwei verschiedene Podcasts Außerdem will ich mein Gesicht nicht zeigen Dann zerspringt, äh Dann hauen eh alle auch vom Chat ab Kappa Ich werde mir, ich werde mir keine Kamera holen Das wird nicht passieren Bei einer Million Follows Mache ich es vielleicht Da werde ich überlegen Kappa Es gibt ja schließlich auch Es gibt ja schließlich welche Die haben auch drei Millionen, äh Abonnenten auf YouTube Und die haben ihr Gesicht noch nie gezeigt Ich sag nur Ich sag nur Achso, ich muss breit drücken, ne? Ja Ah, nee, ja Der muss mir erst Leben machen Ja Los! Schreibt er Hm? Ist das ein Toast? Ja, ist ein Toastbrot Haha Sieh Hä? Ja, von Ist das Kann man das so machen? Oder ist es Gekauft? Warte, ich gucke Captain Oz Happy Toast Ja, das ist, äh Das ist, glaube ich, ein Äh Äh, Emote Von, von Sub Ah, okay Ist von Losty Hm Ah, okay Aber süß, ne? Ja Das Grinsen Ist fast so süß Wie das Gronkhärz Das Gronkhärz Ist das süßeste Das Gronkhärz Sieht immer so unschuldig aus Mensch Sieht aus wie so ein Knastbruder Oh ja, das stimmt Aber jetzt erkennt man nicht Wegs ist Gina Ja, ne? Wenn du jetzt sagst Hier bin ich Okay, weiß ich Bescheid Der Knasti Der Men's Woman Der einzige andere Typ Der andere Typ, genau Der andere Wir nehmen einfach den anderen Ja Ah, okay Eine andere Persönlichkeit mit schönen Haaren Also hast du schon alle, alle Killer, alle, alle Auf 50 Auf 50 oder Können die eigentlich auch wieder fallen Oder bleibt das immer so die Stufe dann Du 50 bleibt Okay Außer du drückst, äh, Prestige Was? Wie wieder? Außer du drückst Prestige Okay, dann drück ich mal Dann ist alles weg Und hast du blutige Klamotten Und warum sollte man das denn tun? Um zu leveln Hä? Er gibt keinen Sinn So sehe ich hier Sie ist Prestige Zwei Also blutige Hose, blutiges Oberteil Und wozu sollte man das tun? Hat man irgendeinen Vorteil? Nö Äh, toll Aber das funktioniert aber nur, wenn man level 50 ist, richtig? Ja Okay Sieht cooler aus, aber bringt gar nichts Naja Ja, vielleicht mach ich das auch Weil das ein Prestige ist, Mann Ja Hab ich doch verstanden, Miller Wie bei Wie damals bei Blackout Ja, ja Ja Aber bei Blackout Da hast du wenigstens noch einen Vorteil gehabt Wenn du Prestige hast Nee, bei Blackout, sondern bei Call of Duty Ja Was ist hier eigentlich mit Was ist hier eigentlich mit Porsche? Ist die noch wach? Oder ist die eingeschlafen? Porsche, aufstehen! Schule! Äh, ja, moin Bester Witz ever, ne? Ist heute ein richtiger Witz, Paul Ja, ist krass Ja Hey, ist das nicht so ein Hintergrundbild? Ey, Alter! Das könnte man ja wirklich mal einen Screenshot machen Und als Hintergrundbild nehmen, ne? Warum erinnerst du ihn da dran? Äh, es ist so toll Es ist so toll Es macht so Spaß Ich glaube, heute trollt von dem scheiß Kürbis Das ist ja auch Sinn der Sache von so einem Kürbis Der der Angst einmachen soll Eins einjagen soll Na, Angst einjagen nicht, aber Aber wenn du den Wenn du den Kürbis so schneidest Das wäre schon crazy, ne? Der sieht schon gut aus Ja Aber das kann halt keiner Scheiße, Leute Hm? Ja Seid mal alle Hallo Lucy Hallo Hallo Lucy Wie geht's dir? Lucy Mal gucken, ob man es hört So, meine Süßen Ich mach mich weg Gute Nacht Gute Nacht Schnuckibups Machste gut Schlafen Sie schön Träumen Sie was Schönes Hallo Lucy Achso, Miller hat auch mitgemacht Hallo Lucy Achso Hat sie bestimmt gehört, Miller Hat sie bestimmt gehört Hm Sie freut sich auf Marco Oh, wir müssen das spielen, ne? Ja, moin Ich steh hier einfach rum Bist du schon verletzt? Nein Ähm, ja, ich bin von vornherein verletzt Wegen der Fähigkeit Welche Fähigkeit? Ich ziehe geradeaus Mal gucken, ob ich da mal klarkomme Echt? Äh, ja Was ist denn das für eine Fähigkeit Dass man sofort verletzt wird? Ja, ich krieg da Warte Ähm Wenn ich verletzt werde Kann ich mich sofort wieder erholen Selber Und das muss irgendwie ausgeglichen werden Nein, komm her Ich repariere dich Das kannst du nicht Kannst du mich nicht heilen Echt nicht? Nein Null Du bist ja Außerdem bin ich Nee, schon gut Also kannst du mich nicht heilen Ist ein dauerhafter Nachteil, ne? Nein, das geht mir nicht Ja, so in etwa Weiß nicht Ich komm dich holen Ja? Ich hab keine Ahnung Ich komm dich holen Ich komm dich holen Nur auf dich zu befreien Mensch, das ist Kinder Kannst du den Kürbis da treten? Ja, nee Ich hier oben In diesem komischen Ah, komm Ah, okay Hier ist der Killer Hier oben In diesem komischen Achso, in diesem kleinen In dieser kleinen Ähm Genau Oder hier oben In dem Schrein Ich kann grad nicht Oh Oh Ernst, aber doch hinter mir Nee, ne? Boah Hat mich nicht gesehen Verdammt Gute Nacht Ja, gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht an alle Die schlafen gehen Wie Gronke immer so schön sagt Hä? Wie kann man den denn weg machen? Das kannst du nicht Der gehört uns Okay Ich mach hier einen Mit der Kerze Braucht das jemand Als Aufgabe? Nee Ich nicht Hier wo ich hänge Ist links von mir So eine Scheune Oder Trasse Was auch immer das ist Und da ist ein Kürbis Okay Ja, brauche ich Brauche ich Brauche ich Ah, da hinten läuft der Killer Der ist irgendwie hier bei mir dann näher, der Killer Soll ich dich holen, komm? Ja Ja, geh mal hin Okay, ne, der Killer ist in der Nähe Der Killer ist in der Nähe Hat er den Knall nicht gehört? No, der hat mich nicht gesehen Wieso ist er hinter uns? Willst du das segnen sonst? Willst du das hier segnen, das Tote? Ne, das bringt nichts Ich kann das ja nicht benutzen Inwiefern du kannst es nicht benutzen? Na, weil ich als segne kann ich mich ja nicht in dieser Position heilen selber Dieser Perk kannst du momentan nicht benutzen von der Hexe Ja, weil du kannst Deine Spuren sind in dem Bereich nicht zu sehen, wenn du rennst Das finde ich auch schon mal nicht schlecht Wer sieht dich dann nicht? Scheiße Entschuldigung Hörngenerator, warum sehe ich die immer nicht? Ach, hier war ich ja schon Ach, warum habe ich mich nicht daran erinnert Ja, aber ich kann nicht nach hinten gucken Oh, falscher Knopf gedrückt Jetzt habe ich mich ablenken lassen Ich kann nicht mehr nach hinten gucken Ich bin nicht multitasking Bei der Plastik geht das Woher hol den Controller für den PC, dann geht das ab Ich brauche mir überlegt, ob ich meinen Controller einfach mal benutze und da mit DVD spiele Ja, das ist Quatsch Das ist viel einfacher, glaub mir Woher willst du das wissen? Du hast eine Konsole Ich kann meinen Controller überhaupt nicht umgehen Ich bin auch kein Controller-Spieler Aber auch kein PC-Spieler Geht jemand zu ihr oder nicht? Ich bin eigentlich gar nichts Er läuft hinterher Er läuft hinterher, okay, dann mach ich zu Ende Dann geh ich zu ihr Und du kannst ablenken oder so Er hat von mir abgelassen Ja, ich habe ihn gesehen Wer ist hier? Ich komme dich gleich holen Ja, die Lass schon da Äh, lol Aber ich habe ihn noch fertig gekriegt, nice Oh, danke für den Tipp in dem Kürbis Der will ich mir jetzt Was zur Hölle? Och man, ich hätte mich fast befreit Deine Lea ist im Busch auch noch ein Kürbis Ich habe alle vier Jetzt Dankeschön Ich referiere mich Er kommt jetzt her Ah, stimmt Wo ist er jetzt? Oh nein Ich liege Alles gut Renn weg Renn weg Ich war so dumm Ich wollte ihm eigentlich die Palette vor die Nase hauen Aber irgendwie Habe ich das nicht hergekriegt Das hat er mir jetzt aber nicht gehört, oder? Oh, ich sehe ja richtig gefährlich aus mit meinem Zerkratzenauge Also ich sehe ihn aktuell Ist gleich fertig Oh, da ist schon wieder der Killer hinter mir Scheiße, tatsächlich Versucht euch irgendwie jetzt da zu retten Ja Ich habe es gleich Ich habe es gleich Ah, Mann 2, 2, 1 Robert liegt genau am Ausgang Ach, an dem Ausgang Ja, wunderbar Mich hängt Der ist genau am Ausgang Der hat er aus dem Ausgang, ja Ich kämpfe Ich komme zu dir Oh, nein Ich habe zu früh gedrückt Ich glaube, das war es Ich scherbe gleich Okay, nice Du, schwarz Sehr ehrlich Geh zum Ausgang, Robert Das war gar nicht der Ausgang Ja, renn Renn zum anderen Ausgang Nicht zu dem bei dir in der Nähe Oh Gott Mach dir das Tor auf Bleib am besten da Hast du da jetzt offen? Andere wäre offen Ich habe es fast offen Der schlägt sich gleich Nein Nein Wir können sie nicht Ich kann leider nicht helfen Wenn er mich hängt Wenn ich tot Wer, wer Oh Ja, scheiße Bis denn kommen Ja, er hat mich rausgeschmissen Oh, sehr gut Ja, und wer hätte er mich genommen Wäre ich tot gewesen Schade Das ist so kurz vor Ende Nochmal irgendwie Einer erwischt hat Ja, sehr schade Oh Naja Passiert Ich bin zweiter geworden Also ich habe ja ganz gut was gemacht Ja Du wirst immer besser Ja, es geht Ist immer noch sehr Ist immer noch sehr lost Aber es geht Sei mal nicht so bescheiden Ja Ich brauche halt immer sehr lange Um in ein Spiel reinzukommen Deswegen fange ich nicht immer so gerne neue Spiele an Ja, macht doch nichts Kann man irgendwann mal auch Aura-Zellen verdienen? Oder kann man die nur kaufen? Die sind nur zu kaufen Achso Äh, ich werde dafür kein Geld ausgeben, ehrlich gesagt Was für Aura-Zellen Na, das da oben Achso Ich habe es geschafft 50 Ja Sehr schön Ich noch nicht Oder? Hat es gereicht? Guck mal Ah doch, könnte reichen Ja, Mann Ich habe es auch geschafft Äh, warte Ja, Meister Der Meister ist hier Guckt euch das an Guckt euch die 50 an Geil GG GG in den Chat GG GG In den Chat Habe ich gesagt Warte So Sehr schön Sehr schön Drei Nicht in den Chat Doch nicht in den Chat Na klar Ich meine bei Sky Äh, bei, äh, äh, Twitch Ach was Weißt du gar nicht Doch meine ich Nein, nein Da kann ich es auch Warte Ja, da kann ich auch Du Nur Steffi Nur Steffi Fehlt wieder Lisa ist am Handy Achso Handy ist wichtiger Als GG zu schreiben Für mich Finde ich Finde ich auch richtig toll Sie grinst Sie hat mir gegrenzt Ah ja Ja Doch, du kannst Doch, scheinbar Das scheiß Kacke Was du auch immer machst Was machst du denn da? Äh, Pintas, ne? Jetzt seid ihr raus Ich bin raus Ja So, jetzt kann ich Prestige erhöhen Sagt ihr, ne? Was, ihr seid raus Hört ihr auf? Ne, wir sind, äh, aus der Gruppe geflogen Lol, okay Hä, nein Ja, Lisa hat die Gruppe Lisa hat die Gruppe verlassen, steht hier Hä? Ja, bei mir, im Stream Was, ich? Lisa hat die Gruppe verlassen Wir sind alle komplett raus Ja, egal, ich komme einfach zu euch wieder Warte Hä, ich bin doch in der Gruppe drin Nein, du bist nicht drin Ihr seid raus Warte Hat jemand eine Gruppe offen? Ja, ich hab gerade alle eingeladen Achso, eingeladen, okay Ja Keine Ahnung, was das war Ja, Matta Ja, mal Lappen Ja, mal Lappen? Warum? Ja, man darf man Ja, man gehört mit zum Spiel dazu Wie kann man jetzt Prestige erhöhen? Wie funktioniert das? Wie ist das Blutnetz? Auf mein Blutnetz, ja Ja Und in der Mittag Aber das fängt jetzt für alles, ne? Alles Aber ich seh dann anders aus Machen das viele? Einige Let's go Erhöhe dein Prestige Das kann ja jeder sehen, dass ich Prestige höher bin, ne? Ja Let's go Stufe 1 Zum fortfahren Okay, du fährst jetzt alles Wie alles? Oh mein Gott Dann bist du wieder in Stufe 1 Hm? Dann bist du wieder in Stufe 1 Ja Okay Ja Und jetzt hast du das blutige Oberteil Jetzt kannst du es anziehen Okay Zieh das blutige Oberteil rein Wo ist das? Das da? Links Anpassen Das hier Bloody Oh, geil Sehr gut Ich bin Bloody Bloody Murphy Oder wie nennt man ihn? Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Hat jemand auch von euch Blut? Ja, du nehmen wir Klar, die, ne? Du hast es auch einmal Ja Und jetzt haben Ist doch schon rot Mehr oder geht auch gar nicht Okay Ihr seid jetzt die Killers Ach, Inventar ist auch komplett weg dann, ja? Die Killers Inventar ist Ja, das ist alles gut gesetzt Ja, scheiß drauf Ist okay Robert Aber ich hab Ich Ich hab Ja, du sagst, ob ich war Ich soll bereit drücken So Ich kann's auch nen Perk aussuchen Achso, ja Nö, kann ich nicht Ich hab keine Perks Ich muss draufklicken Ich hab keine Talente Ich hab keine Talente Jetzt hab ich Jetzt hab ich was Jetzt hab ich was Ich hab nix Guck Claire Talente Das ist doch Talente Inventar, oder nicht? Nein, wir sind Opfergaben Liest du das nicht, was da steht? Talente Da ist Opfergaben Ja, wo ist Talente? Keine Ahnung Achso, da ist Talente Ah, okay Da unter Sag das doch Ach, ach, ach Anführer, ne? Anführer war immer gut, ne? Ja Kannst du mit anfangen Ja Ey, ich blute Und was kommt als nächstes Preschise-Level? Die Hose Die Hose Und dann glaube ich nachher H Okay Und dann kannst du Irgendwann dreimal Also dreimal machen Und dann bist du durch Dann geht nicht weiter Dann bin ich Ultimo Ja Geil Dann kannst du immer noch Weitere Blutnetze machen Bis zu Unendlichkeit Und wie sieht das jetzt Bei mir aus? Wenn man Prestige höher ist? Was steht jetzt über mir? Na, der Totenkopf Ach, der Totenkopf Den seht ihr dann? Ja Okay Und andere denken sich so Oha, der hat schon Ahnung Vom Spiel Der kann das Ah, das ist sehr gut Sehr gut Sehr gut Finde ich gut Ah, ja Was ist los, hä? Was willst du? Hm Ahnung vom Spiel Hm, ja, ja Bin halt der Dolle Bin halt der Dolle Ich bin halt der Dolle Becci, hör auf zu lachen Ich hab, du siehst ganz genau Ich bin Prestige Level 1 Also, wer hab ich Ahnung vom Spiel Also, hör auf zu lachen Denkst du mal Ich bin die rote Hexe Und Franzi ist die andere Hexe Okay Die andere Ja, ich bin die grüne Die grüne und rote Hexe Sehr geil Steffen Rot Franzi Grün Ich bin der Teufel Franzi der Engel Ja Du gehst Blutspenden Skadi geht nicht Blutspenden Sagen wir so Achso, wow Skadi ist ein Bio-Mensch Okay Ich denke einfach immer daran Du bist ja bei Blutspenden gegangen Also bist du rot Du siehst viel mehr Öko aus als ich Hä, nee Achso, wegen der Sonne Ja, mit der Sonne Ja Feilt nur noch ein Goa-Zeichen unten irgendwo Der eine geht sich impfen Der andere nicht Ja, so kann man es auch sehen Hast du recht, Müller Der eine geht sich impfen Der andere nicht Aber Steffen ist ja geimpft Und denkst ja auch Sie sind ja beide geimpft Aber wir müssen uns ja wohl Nochmal impfen lassen Anscheinend Weil es Also Ist das trotzdem jetzt noch anerkannt Oder sagen die jetzt Nee, ist nicht Ihr müsst doch impfen gehen Oder dürfen wir nirgends so rein Dürfen wir trotzdem überall rein Ich glaube noch ja Aber ich glaube nachher nicht mehr Wann nachher? Ab wann? Wenn es ausgerufen wird Dass ihr euch impfen lassen sollt Obwohl es nicht auch ausgerufen Oh, guck mal Ich bin gegen den Clown Warum wird das bei dir immer angezeigt? Welche Richtung im Blick Gegen den Clown spielen Steht bei mir auch Ja, bei mir steigt das nicht an Bei mir auch nicht Nina ist gar nicht mehr da Doch Ah, okay Was denn? Ich dachte, du bist schon auf deine Tastatur eingeschlafen Sehr gut Lost, schreibt Becky Dann würdet ihr zu dritt gehen Ist da eigentlich immer noch im Schlagzimmer? Ist da eingepennt jetzt? Oder was? Schläft Leon eigentlich schon? Nee, der ist in der Stube und guckt Gronkh Der guckt Gronkh? Was spielt er denn gerade? Nuckel Blaze, okay Tankstellen Simulator Ach, den spielt er wieder Ach, den spielt er ja schon seit Tagen, ne? Also während mehreren Wochen schon Ja, ist ein cooles Spiel, finde ich auch Aber ein bisschen abgehetzt, ne? Man ist immer nur am Laufen Wäre auch kein Spiel für mich Hast du den Toiletten-Simulator gesehen? Ja, na klar, der war geil Ja Mit den Tänzerinnen am Ende, ne? Ja Geil Ja, das war cool Hat mir sehr gut gefallen Ich hab den Killer gesehen Es ist Es ist Es ist Der Clown Wer hätte das gedacht? Wir haben doch schon einen Klassenclown hier in der Gruppe Ja Das bist du Oh, hier ist der Ausgang Soll ich aufmachen? Witzig Ah, Steffi, das bist du Ich erkenne es, weil du rot bist Oh, der Clown sieht aus wie ein Elefant Wie? Ein stinkender Elefant Mit Blut dran Was ist das Weiße da hinten auf der Map bei mir? Könnt ihr mal bei mir gucken im Stream? Was ist das Weiße da hinten? Das ist das Toten Das ist das Toten, das uns hilft Dass er nichts erschönen darf Genau Ah, okay Genau Geil, ich bin der Nächste, ja Ach, komm Achtung, der Killer kommt Oh Er hebt mich auf Und er geht geradewegs in meinem Toten Das war knapp So, nee, nee, er liegt rechts ab zu euch Oh, bitte, du kommst jetzt nicht hierher Nein Jetzt kommt er bestimmt hierher Da hinten ist er Wollt ihr mal mit dem Ding? Ja, ich hole Ja? Hier ist ein Toten Bevor ihr jetzt zu mir kommt, ich bitte erst heilen Bevor ihr jetzt zu mir kommt, ich bitte erst heilen Bevor es ist, Hubert Ach, das ist ja auch interessant Das kann nur in der ganzen Map ein Totem Oder auf der ganzen Map ein Totem geben Nein Doch, meins ist weg Dann hat er es kaputt gemacht, aber es gibt mehr Ach so Ja, stimmt Katz will ich heilen Ach so Katz will ich heilen Aber wir können Aber kann man Wenn man dich verletzt, fällst du denn sofort um? Wenn der Killer dich verletzt? Ja Oh, das Ja, genau Das hat er gerade Ja, ich werde es auch nicht mehr nutzen Nee, das ist Quatsch Oh mein Gott Das nützt mir nicht genug, als dass es mir wirklich hilft Boah, er ist superschnell Ja, ich werde es einjud Oh, ich werde es nachочка Ja, ich werde es nach Lite Dann muss man seinen Sanikasten aufbrauchen. Dann komm. Von links. Ich bin gerade in der Scheune bei einem Generator dran. Der drinks ne Kerze, falls jemand einen braucht mit ne Kerze drauf. Er ist vorbei gegangen. Er wollte mich nicht. Er will mich. Oh scheiße, das war zu früh. Ich fühle mich ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Warum? Es ist einfach an mir vorbei. Ja, du Arme. Er ist an mir weg. Er ist weg. Ja, er ist bei mir. Ich bin bei dem Generator, wo der Totem ist. Kann er die nicht auch zerstören? Er ist fertig, ja. Ich wollte an der Kirche. Ja, ich wollte sie. Oh. Robert, folgst du sonst? Nein, sie verfolgt mich. Ihr könnt sie holen. Alter, wo muss ich hin? Auf der anderen Seite. Oh, das war ganz knapp. Er könnte Lina holen. Ja. Er hängt mich jetzt auf. Dankeschön. Oh, warte. Ich kann dich nicht heilen. Ach, du bist hier gar nicht. Aber ich kann dich nicht heilen. Nee, das stimmt. Lass mich das uns segnen. Ah, okay. Ich mach's. Ich mach's schon. Hast du schon eins gesegnet, oder war Lisa das? Nee, ich hab schon eins. Kann man jederzeit machen. Ja, du kannst nur eins von dir selbst auf der Karte irgendwie sowas. Kannst irgendwie immer nur eins aktiviert haben. Achso. 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 Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe das Geräusch gar nicht gehört. Das Geräusch kam nicht. Ich habe mich quasi darauf nicht vorbereitet. Oh, lost. Die ganze Zeit geht das gut. Und jetzt? Das ist heute wie gesagt. Ja. Also das ist wirklich lost von mir. Robert, er kommt zu dir. Ich höre ihn noch nicht. Er ist bei mir. Achso. Ist gleich fertig. Aber wir haben ja immer noch drei Generatoren. Scheiße. Irgendwie spielen wir das schon zigtausend Jahre und wir haben noch keine Generatoren geschafft. Ja, ich merke das auch schon. Das ist gerade irgendwie echt... Irgendwie machen wir gerade echt keine Leistung hier. Nee. Ich bin tot. Oh, nee, ne? Ich auch. Auch! Nein! Oh, no! Oh, jetzt kann ich alleine den Ding suchen, ne? Doch, bin ich da. Ach, wo bist du denn? Oh, oh, oh. Oh, anders. Aber ihr könntet ihr noch schaffen. Es sind zwei Generatoren. Ja, bei allem bin ich gerade bei. Seh ich ja leider nicht. Seh ich leider nicht. Also, ich bin ziemlich auf der anderen Seite der Map. Oh, ich habe hier einen Generator. Von dort ausgesehen, wo Lisa und Scotty hin. Okay, ich bin mal den Generator, wo der Herr Dings ist. Der, äh, sag schnell. Er ist bei mir. Er ist irgendwo bei mir. Wo das Tote ist, genau. Oh, mein Gott. Ist er der NPD her? Nee, er hat meinen Generator kaputt gemacht und hoffentlich guckt er jetzt nicht in den Schrank, denn da bin ich. Du musst den Generator gleich wieder anticken, damit er nicht gut festläuft, ne? Er kommt gerade weg. Ja, 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 jetzt hat er nicht. Jetzt kannst du erst mal die Bodenluke suchen. Okay. Erst wenn sie tot ist, losrennen. Ja, ja, ich mache Generator so lange. Nee, brauchst du nicht. Jetzt. Jetzt. Okay. Jetzt klappt sie auf. Ich bin übrigens noch nie durch ne Lücke geflohen. Noch nie. Na, dann mal los. Vorsicht. Ren. Ren das. Ach, nö. Ich weiß doch nicht, aus welcher Richtung der kommt, Mensch. Das war echt ungünstig. Ja, es war alles ungünstig, weil man nie weiß, aus welcher Richtung er kommt. Man weiß es einfach nicht. Ach, komm. Ja, ja, ja. Oh, den Tod habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Okay. So ein Clown, Alter. So, hallo. Der hat deinen Finger gegeben. Ja. Ist der schon ein bisschen eklig. Ja. Ich habe so viel gemacht, aber es gibt so wenig Punkte. Das finde ich ein bisschen unfair. Ich habe so viel gemacht. Aber wir haben im Prinzip alle ziemlich wenig bekommen. Herausforderung auswählen. Fertig. Sehr schön. Was gibt es als nächstes? Heile insgesamt zwei Gesundheitsstatus, andere. Okay. Ich muss euch heilen zweimal. Hm. 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 Gut. Bin schon wieder Stufe 3. Prestige Level 1. Weil ich der Dolle bin. Ja. Hm. Ihr legt euch mit den falschen Arten. Hm. Und ist das überall so? Ist man dann einfach nur blutig? Ja. Überall. Bei jedem einzelnen Charakter. Hm. Hm. Okay. Ja. Man kriegt dann, wenn du da raufklickst, ist alles weg und du kriegst blutige Klamotten. Das ist bei jedem so. Hm. Alles weg. Ich habe gar nichts mehr. Alles. Krass. Das ist schon krass, ne? Das ist quasi nur für Leute, die einfach sagen, ach, lass mich einfach nochmal von vorne anfangen. Scheiß drauf. Ja, genau. Ja, ich bin ja noch in der Lernphase. Alles gut. In der Lernphase aber trotzdem Prestige 1. Das ist doch was Cooles, oder? Das hat auch noch keiner geschafft. Hm. Lisa. Was denn? Ja. Wollte ich nur hören. Bisschen kontrollieren. Okay. Habt ihr eigentlich alle Anhänger dran, ne? Nee, ich hab noch nie einen. Aber bestimmt, eigentlich könnte man ja mal, ne? Ich hab Regenbogen, die sind Automaten und noch was. Ach so, weil ich seh das nicht. Hm. Vielleicht, weil der Umhang so lang ist? Doch, da sieht man so einen kleinen. Ja, ja, stimmt. Na, bei Nina kann man das... Was sieht man? Nee, das... Ja, das sieht man ganz schlecht, ne? Mhm. Weil ich so ein krasser Typ bin. Ah ja. Na ja, guck dir mich doch mal an. Habt ihr auch den Geist? Ja. Hä? Ja. Nee, ist das so schön? Ich trage ihn auch. Ja. 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 Ich auch. Nein, das so nicht. Oh Gott, das ist so schön. Oh, Entschuldigung. Bitte. Gern geschehen. Ich wollte dir grad zeigen, noch ging nicht. Allo, nein, Entschuldigung auf dem See. Entschuldigung auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Spändchen in die Höhe. Aber keiner kennt das Lied auswendig, ne? das ist ja nur eine Strophe oder ein Satz sagen wir so Geht's noch weiter? Ja, na klar Es gibt ein richtiges Lied davon Ja, das weiß ich, aber ich dachte, das wäre nur die eine Nein Die eine Strophe Nee, nee Es gibt ein richtiges Lied Ich hab ein TikTok gesehen Da stand das Lied Schön, dass du geboren bist, sonst hätten wir dich sehr vermisst Und dann stand da so Ich vermiss auch meinen ungeborenen Freund Jürgen Ja Sehr tiefsinnig Oh, keine Outdoor-Map Keine Indoor-Map Ich wollte gerade sagen Ach nein, ich wollte... Erinnert mich mal bitte, dass ich den Perk rausnehmen wollte Achso, äh, nimm mal den Perk raus Achso, ist zu spät Nicht jetzt Es ist Michael Myers Übrigens ist, äh, äh, das Toten segnen mehr Punkte als das... Es ist der komische Schwertsegemann Der Messersprayer ist das Guck mal, wie Lina geht Scheiße, jetzt ging's dir Oh, fuck Richtig komisch gegangen Er ist hinter dir, ja Ja Voll breit bei uns Lina, hinter dir ist er, ja Ja, ich weiß Ich spüre es Hahahaha Fühlst du's? Er ist wieder bei mir, er will mich aufheben Oh, scheiße, ich hätt mich erholen sollen Gar nicht dran gedacht Führen Sie's, Mr. Krabs Alle meine Entchen schwimmen auf'n See Schwimmen auf'n See Schwimmen auf'n See Ich hab' den, den Dings jetzt aufgemacht Alle meine Gänse wenscheln durch den Grund Genau Da, da Steffi hat, hat den Text reingeschrieben bei Twitch Könnt ihr gucken So geht das alle meine Entchen geht Ja, das ist ja auch scheiße, der Rest Ja, der Rest ist wirklich scheiße, das stimmt Ja, ich bin unterwegs Alle meine Teufel, Guren auf'n Dach Guren auf'n Dach Eins in der Lüfte, fliegen alle nach Oh, das ist, also die wirklich, die anderen sind, sind wirklich dumm Du kannst ihn hoch Ja Komm schon, komm, komm Ja Er klebt mir am Arm Er kommt Da ist er Oh, der ist, der läuft, der läuft genau hier lang Warum läufst du genau hier lang? Hier sind wir Ich doch nicht Oh, du siehst uns doch auch im Menn Ach, ich bin froh, wenn ich von ihm weg bin Oh, da ist jemand aber wirklich sauer Da ist jemand sauer Lisa Lisa Was denn? Streng dich nochmal jetzt an Da ist jemand sehr oft abgehoben mit seinen blutigen Klamotten Echt, Mann Ich bin hier Prestige-Settel 1 Ich mach hier alles für die Familie Ich mach hier Generatoren und was noch, Edith Er hängt Er hängt die ganze Zeit nur ab Ja, ist echt so Ich mach hier Hangover Hey, Chat Wie geht's euch? Ich kenne sowieso gleich Also ist egal Ich weiß nicht, ob der Chat antwortet Steffi Ich fühle ihn mal weg Nee Er verfolgt mich nicht mehr Er verfolgt mich nicht Hm Okay Chat, antworten Es gibt eine Playstation 5 zu gewinnen, Kappa Einmal eine Eins in die Chat Kappa Eins in die Chat Eins in die Chat Eins in die Chat Oh, shit Eins, eins, eins Ja, sicher Da sind sie alle da Wie er mich wieder will Ich krieg die Krise, Alter Oh, voilà, Krise Oh, okay Ich hängt wohl irgendwas an dir zu finden Wo ist der? Nein, verpisse Ich weiß genau, du vermisst mich Lädt mich am AA Lädt mich am B B Oh, holen dis Oh, hä? Lädt mich am C und am G Wohin du willst Lädt mich am A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, Kale, M, R, E, L, E, L, E, L, E, L, E, L, E, L, G ein bett der war echt schlechter davon müsste man clip machen nein machst du nicht schädlich meine nase juckt und ich hab ein checkpoint er schießt auf mich er schießt auf mich er schießt auf mich er ist jetzt robert hinterher also man könnte mich jetzt holen ja ich ja unterwegs wie das ok ja dann drehe ich wieder um und mach hier den generator auch du bist ja hier in der nähe und was machst du denn hier ich hab dich doch gar nicht gesehen die sind ja voller blutmann weil ich fest die zähler eins ab m auch scheiße was hat er gar nicht geheilt ach so ja um ne er hat mir dabei zugeguckt wie ich aufgehoben werde Ja, ich bin total abgehoben. Abgehoben. Ihr werdet hier irgendwie nicht so richtig fertig, habe ich das Gefühl. Das Spiel geht Ewigkeiten, oder? Also wirklich. Oder, nee, das war das Vorspiel, das so lange ging, ne? Vorspiel. Ah, ja. Achso, nein. Ah, scheiße. Das Vorspielen, das hört sich wieder irgendwie falsch an. Danke, Lila. Bitte. So, lass uns mal die Exe da hinten helfen. Ja, ich bin da. Ist er weg? Siehst du ihn noch? Ich habe ihn eben gehört. Oh, ich renne ihn direkt in die Arme. Oh, ich bin so lost. Er ist im Haus. Er kommt, er kommt, er kommt. Er verfolgt mich, wie es scheint. Nein, doch nicht? Okay, Entschuldigung. Er verfolgt mich nicht. Er ist bei mir. Ja, ich... Ich sehe ihn. So, ich probiere jetzt mal den gefühlen fünften Generator zu reparieren. Gut, ich bin... Oh, Steffi, du hast nicht wirklich den Clip gemacht, oder? Oh. Oh. Den will... Der hört sich bestimmt total scheiße an. Ach, nö. Der Killer kommt natürlich wieder zu mir. Voila, Krise. Voila, Krise. Voila, Krise. Du bist einfach direkt zu mir, ey. Ich habe dich nicht gesehen. Dankeschön. Boah, hast du den Generator gesehen? Ich habe aber nicht dich... Ich habe aber nicht dich gesehen. Mann, ey. Es tut mir leid. Boah. Das ist jetzt bestimmt schon der... Allein in diesem Spiel der dritte Generator, bei dem ich gestört werde. Aufgrund dessen, dass irgendjemand an mir vorbeirecht. Nee, ach komm. Der war die ganze Zeit da. Ach, komm, hör auf. Er hört dich. Er hört dich, wenn du verletzt bist. Du musst gucken, dass du wegkommst von ihm. Ich habe mich schon wieder im Schrank versteckt. Aus Versehen. Ja, das hört er. Ja, aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen, okay. Ja. Ich bin tot. Das ist eine gute Frage. Das, das lohnt sich nicht mehr, glaube ich. Sorry. Voller Krise. Aber wenigstens habe ich blutige Sachen. Boah, so eine kleine... Was? Na, 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 na. Na, na. Vorsicht. Ich hatte den nicht komplett fertig. Der musste aber nicht mehr viel. Wenn du mir jetzt stirbst, lohnt sich das sowieso nicht mehr, den zu machen. Das muss direkt sowieso zu mir kommen werden. Immer noch besser als FIFA Ultimate League zu spielen. Ist doch so. Okay, ich bin nicht mehr abhauen da, eh. Er ist immer noch bei mir. Er rennt hier rum. Wo ist dein Generator? Ah. Wo ist dein Generator? Auch in diesen komischen Steinden-Dingern. Totems. Wo die Totems sind. Wo ist dein Generator? Ich höre, ich höre... Was? Ich sag mal, ha... Er hat mich gesehen. Oder? Ja. Er kommt. Er kommt. Das hat sich gerade... ...wie angehört wie die Luke. Nein, das ist der... Das ist das Tote, was das hier anhört. Okay, ach so, okay, okay. Ist vorbei. Ja, das war's. Kannst abhängen. Kannst abhängen. Oh, ja, na gut. War eine sehr lange Runde, aber... Wenn wir jetzt nicht... ...schau, gewinnen. Oh, oh, oh mein Gott. Fuck, so ein Scheiß. Ich spiele es noch nie wieder, wenn wir nächste, nächste Runde gewinnen und uns anstrengen. Man kann nicht gewinnen. Natürlich. Nein, weil die nächste Runde eine Indoor-Map ist. Wenn man so negativ redet, dann verliert man alles. Ja. Also, du kannst jetzt nicht positiv denkst, sonst kannst du jetzt so richtig mal in den Arsch treten. Die nächste Runde ist aber eine Indoor-Map. Ich... Die nächste Runde ist eine Indoor-Map. Ich trete dir gerade so in den Arsch. Das spürst du bestimmt schon, ne? Ja. Hm. So richtig schnell. Mit mir. Ich mach richtig Shitstorm mit dir. Was? Nix. Nix. Voila, Krise. Oh, ey. Digga. Was denn? So, jetzt erstmal das hier weg. Ey, ich hab einen Sunny-Kasten gekriegt. Wieso sagst du immer Voila, Krise? Ja, kennst du das nicht? Dave. Wer es nicht kennt, der kennt es nicht. Voila, Krise. Das stimmt voll. So, ich nehm jetzt nichts mit. Keine Aufgaben, nix, weil ich eh erst verlieren darf. Das bedeutet... Das bedeutet umgesetzt die wirkliche Krise. Voila. Ich geb dir die Voila-Garantie. Voila-Krise. Was macht ihr denn hier die ganze Zeit? Ich weiß es doch auch nicht. Mann, geht doch weg. Nee, wollen wir nicht. Scheiße. Ich glaub, sie mein... Oh, Elina. Elina, du hast es fast geschafft. Hast du einen Park rausgenommen? Ja, hab ich gerade gemacht. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Okay. Ich wollte nur sagen, wir haben immer noch sechs Zuschauer. Irgendwelche Fremden gucken auch zu. Ich glaub, wir sind noch gemerkt. Also, strengt euch mal ein bisschen an. Sie sind schön. Ich versuch's. 30? Ja? Nein. Ich bin 30 Euro, oder fast 34. Ich bin zu viel für eine Mickey Mouse Handyhülle. Oh Gott. Ja. Definitiv. Oh, das ist nicht viel Geld. Wißt du, ja? Nee, finde ich auch nicht. Mickey Mouse. 34 Euro, das geht noch dafür, dass es Mickey Mouse ist. Da gibt's für bestimmt viel Schlimmere. Danke. Wonka. Danke. Bitte. Wie kann man das denn noch schönreden, Elina? Ich rede das nicht. Doch, hast du. Ich lege nur Tatsachen auf die Töne. Ja, aber so... Wie ist keiner 18 mehr? Oder 8 Jahre? Na und? Gerade dann sollte sie doch mit dem Geld tun können, was sie will. Oh. Oh, Elina. Ich meine, einige gönnen sich eine teure Handyhülle. Andere gönnen sich Zigaretten. Das stimmt. Die nächsten, keine Ahnung, gönnen sich Kokain oder so. Ja, gut. Okay. Jetzt sind wir aber wirklich zu weit gegangen. Also, ich kenne niemanden, der Kokain nimmt. Niemanden. Nee, ich auch nicht. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die das tun. Und alle, die das nehmen, möchte ich auch nichts mitzutun haben. Aber weißt du was? Weißt du, was witzig ist? 35 Euro für eine Handyhülle, die sehr viel macht. Und ein Handy ist hellig schützt. Das Handy geht nicht kaputt. Sieht gut aus. Aber 35 Euro, vielleicht in den ganzen Monat ausgeben, mit der Badelein. Das ist wieder in Ordnung. Ja. Aber ich finde, 35 Euro ist viel. Also, 25 höchstens gebe ich aus. Aber mehr. Gleich da. Was, du gibst jeden Monat so viel aus? Was? Nein. Ich wollte schon sagen, einmalig würde ich hier was nur ausgeben. Nie wieder dann. Death by Daylight könnte ich in der Zeit was ausgeben. Ja, siehst du? Siehst du? Death by Daylight. Aber warum denn nicht nur in die Hülle aus? Es gibt noch ein Spiel, wofür ich wirklich was in Gehen noch ausgeben würde. Und das ist World of Tanks. Mit einem zusätzlichen Panzer kaufen oder so. Den ich auch mag. Aber sonst würde ich in Gehen finde ein Spiel, das ich bezahlt habe. Oder in dem Fall geschenkt bekommen habe. Trotzdem kein Geld mehr ausgebe. Ich würde nie Ingame-Käufe machen. Gar keinen Bock drauf. Das habe ich früher mal gemacht mit Stämme. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja. Da habe ich immer aufgepasst. Ich habe auch mal gespielt. Ja, Stämme hat so gut wie jeder mal gespielt, ne? Ja, aber ich finde das nach Dauer wird es nachher so richtig langweilig. Ja, natürlich. Es ist ja auch immer dasselbe. Du hast da halt immer mehr Städte. Und umso mehr Städte du hast, umso nötiger ist es, einen Premium-Account zu haben. Es ist einfach so. Du brauchst einen Premium-Account, umso mehr Städte du hast. Damit du eine bessere Übersicht hast. Das ist halt der Sinn der Sache. Und man könnte das auch super als Wallpaper nehmen, diesen Hintergrund. Robert? Voila, Krise! Robert! Ey! Ja? Nichts. Guck mal, den Hintergrund. Ja, guck mal, wir haben sieben Zuschauer. Geil, ne? Aber nur wegen dem Hintergrund. Ja, nur wegen dem Hintergrund. Nichts anderes. Oh, ist das nicht ein schöner Hintergrund, wenn man den mal als Wallpaper nehmen könnte? Geil. Screenshot. Ey, lass mal ein Screenshot machen. Oh, nee. Ich hätte eigentlich mal auf Klo gehen müssen. Alter, wir spielen schon vier Stunden und 42 Minuten. Ja. Schon? Ja. Es ist schon um zwölf. Bin ja auch wieder da. Ah, da ist der siebte Zuschauer, der sich gerade reingehackt hat. Poshnetti Korpa. Poshnetti Korpa ist wieder wach. Scali hat mein Dings umgeschmissen, Chef. Mein Junkmuck. Poshnetti Korpa. Voila, Krise. Ey. Kürbis, mein Kürbis. Warte, 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 warte. Ey, warte, warte. What? Ey. Ich wollte den Kratz ertreten. Da hinten ist noch einer. Wo? Ach, da. Let's go. Geil. Äh, es ist, es ist, es ist, Gary. Es ist ein Killer. Es ist ein Killer. Oh nein, nicht der Typ schon wieder. Oh, er hat sich bei mir angeschlichen. Ich hab ihn noch gesehen. Wie er sich schon ran gerobbt hat, die Dreck hier. Oh mein Gott, er ist echt da nur vorbei. Der Killer kommt zurück. Ne, der ist da hinten. Okay. Das schlägt's ja um sich. Erstmal dich geheilt. Lauf. Ich hab'n Sandikasten. Alles gut, ich hab'n Sandikasten. Lauf erstmal weg. Ähm. Nö, er heilt sich erstmal. Ne, ich bin weg. Ich bin im Haus. Aber nicht immer. Wenn wir ablaufen. Ach, nö, ist ich dein Ernst? Perpiss dich. Perpiss dich, Killer. Perpiss dich, Killer. Ich kann doch nicht hierher mit ihm. Oh, ich wusste doch nicht, dass du hier bist. Nicht ins Haus. So lacht sich gar nicht für alles diese aus mit. Ich wusste doch nicht, dass du hier bist. Gibt's an den Generator? Ach, Mann. Ja, das kommt davon, wenn man nicht überall hinlassen darf. Ja, ich seh' euch doch gar nicht. Wenn du übernächst über Montag deinen ersten Tag hast, Franzi, dann geh' ich auch in deinen Raum und dann, oh, ich wusste doch nicht, dass du hier bist. Ja. Ey, ich freu' mich so. Anja sagt, halt die Gosh, ich kann nicht schlafen. Alles klar. Nein, nein, ich wollte die von den Potschmeißen. Ich hasse den Kinder. Potsch, nett die Koba, das find' ich jetzt nicht in hohen Ordnung. Potsch, das hol' ich gleich. Ja, ja, lass mal. Ich häng' hier nur ein bisschen ab. Ist gut, ich, ich geh. Ich häng' mal mit meinen Kumpels ab hier ein bisschen. Ich geh' schon, ich geh' schon. Hä? Come on. Hett, da bist du. Oh, oh, hebe mich an, bitte. Oh, geil. So, ich reparier' mich selber. Ja, ich weiß, ich kann das einfach gut. Soll ich dich reparieren? Geh weg, geh doch, geh doch woanders hin. Achso, ja, okay, ich geh woanders hin. Ich bin hier unten. Ja, ich, oh Gott, er ist da. Oh, ja, man hört ihn doch gar nicht. Jetzt bin ich schon wieder tot. Man hört ihn doch gar nicht. Woher soll man denn wissen, ob er da ist? Geh zu ihr runter, ich bin unten. Er kommt, er kommt, er kommt. Bestes Gameplay ever, Alter. Er bringt mich im Keller. Jetzt renn, 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 renn. Ich renne. Renn schneller. Er verfolgt mich. Oder nicht? Nein, er verfolgt mich nicht. Er verfolgt mich. Geh hoch und holen. Nein, alles gut, lass mich hier verrecken. Nein. Doch. Fürs Team. Er ist irgendwie. Fürs Weg. Au, ach. Oh, ich kann mich nicht verheilen. Er kommt zu dir, Steffi. Isa, wie auch immer. Dankeschön. Seid ihr die selbe Person haben, wer gelernt hat. Moller, Krise. Nö. Erst war das Brot. Oh nein. Nein, man sahen, die Kasten ist kaputt. Ja, er ist erstmal tot. Wie kann ich den wegschmeißen? Äh, ich glaub, G. G? Nee. G geht nicht. F, E. Ich glaub, bei mir oder C. C? Irgendwie so. C nicht. Auch nicht. rumliegend. Nee. Oh nein. Er ist schon wieder bei mir. Probier mal mit mir. Schlag mich nieder. B. B. Häng mich auf. B. Wie Berta. Ja, geht auch nicht. Ja, geht auch nicht. Doch. Er stalkt mich. Er stalkt mich. Er stalkt mich. Er stalkt mich. Ja, jetzt verfolgt er mich. Jetzt geht's los mit ihm. Na komm, schlag mich nieder. Hey, man kann das gar nicht drücken. Hm? Skadi, wann kommt denn... Wann kommst denn Mo? Er ist schon echt hart nah dran. Posch. Posch. Er drückt. Posch. Äh, Skadi, Posch fragt, wann du morgen kommst. Äh, ich versuche morgen um 10 aufzustehen. Und dann mich fertig zu machen. Gegen 12 nachher los. Mit mir geht's auch in den Knollern. Und, äh, einen Kürbis holen. Und dann komm ich rum. Aber, aber du musst genau den gleichen Kürbis machen, wie hier bei Dead by Daylight. Genau, genau so muss er aussehen. Du hast jetzt ein Wallpaper, extra ein Screenshot gemacht. Jetzt machst du den gefälligst auch so. Oh, doch so früh. Das ist so spät, das sind so 13 Uhr. Ja, sie sagt doch so früh. Ja. Ja, man darfst nicht ausschlafen. Haha. Ja, weil sie jetzt nicht schlafen kann, ne? Deswegen hat sie das Problem. Oh, ich wollte lieber doch lieber hier schlafen. Oh, ich hab mich schon wieder nicht gehört. Ach, Mann. Ne, man hört ihn doch gar nicht. Ja, du musst dich auch ein bisschen umschauen. Ja, ist ja gut. Ich häng mal wieder ein bisschen ab. Achso, ich bin tot. Ich bin tot. Ich häng das zum dritten Mal. Kann ich eh nicht ausschlafen. Nie. Sie kann nie ausschlafen, sagt sie. Könnte das vielleicht daran liegen, dass du Kinder hast? Kinder brauchen nie so viel Schlaf. Nein, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Was macht er da? Er hat mich nicht gesehen. Ich bin einfach an ihm vorbeigekrabbelt. Er hat es nicht gesehen. Er stand unten im Keller und hat geguckt. Und hat so um sich geguckt. So, hä? Wo ist er denn? Und er guckt auf die Treppe. Und dann, so ist er das erste Podest. Und dann dreht er sich da auch einmal im Kreis. Wo ist er denn? Und dann guckt er hoch und dann sieht er mich da krabbeln. Was ist das für ein Geräusch, das da immer kommt? Hm? Dieses... Ich glaube, dass man es geschafft hat, irgendwie da durchzukommen oder so. Okay. Er ist mal... Da, wo ich liege, ist der Generator zu zitteln. Ja. Über die Hälfte fertig. Also, mach den sonst fertig. Er hebt Steffi auf. Wir machen es gleich. Ich hoffe, ich muss noch einmal kurz raten, dann ist er fertig. Okay, und wer rettet? Wie oft hinkst du schon? Ich mach Generator. Okay, dann rette ich. Obwohl... Nein, 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 nein. Du machst Generator. Du hinkst schon. Bestimmt. Er ist recht lang zum Generator. Ich wache auch so auf, aber manchmal wache ich auf, halb zehn und Henry pennt dann noch. Das ist immer ein Geschenk. Oh, okay. Kannst du froh sein, dass er kein Säugling mehr ist? Weil dann wachen sie alle vier Stunden auf. Aber das kennst du ja, wenn ich erzähle dich das. Ja, ich bin an ihm vorbei. Das gespürnte. Ja, das sieht ich manchmal nicht. Oh, jetzt. So, wo genau ist jetzt hier der Generator? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Oh, weia. Warum machst du das tot denn nicht? Ich schulde den Generator lieber. Also hier ist er nicht. Wo war ich denn denn jetzt? Das muss doch hier in der Nähe gewesen sein irgendwo. Ja. Wo du gehangen hast. Er kommt zu euch. Er hat mich gesehen, glaube ich. Ja, hat er. Ach so, dann hat er. Er hat dich zwar gesehen, aber Steffi hat er auch gesehen. Nee, der ist schon über die Hälfte nicht mehr. Jetzt, ich, ja, ich hole sie. Steffi, hängst du schon im zweiten oder dritten Mal? Den habe ich gesehen. Im zweiten Mal. Kommt. Renn, 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 renn. Oh, fuck. Da war er ja. Du schaust mal, was du gegen Aue hast. Wieso hast du Köppibum? Er kommt. Das kann halt, darf man ja auch nie stören, wenn man Säugling hat. Weil das gehört ja mit dazu. Das ist, damit rechnet man einfach. Das sind halt, dieses erste Jahr ist, äh. Oh, du bist genau in die reingelaufen. Vorsicht, er kommt. Ja. Ich bin mir sicher. Ich hasse ein bisschen Kackspiel jetzt miteinander. Alles Auer. Du hast alles Auer. Du. Ich bin kein Doktor, keine Ahnung. Porsche hatte letztens mir ein Bild geschickt und hat gesagt, ich seh aus wie eine Oma. Stimmt ja auch, Kappa. Ja, bin alt. Nein, ist sie nicht. Das Problem ist, das Problem ist, wenn man... Das kenne ich tatsächlich auf. Wie scheiße können wir das nicht einfach in den Ring kriegen? Ich weiß es da auch nicht, aber auf jeden Fall, ja, sind wir alle tot. Ja, ich schiebt es auf mich. Hallo, ich hab Prestigelvel 1, also ich kann's nicht, kann ich schuld sein. Also wir haben mir da nichts zu tun. Natürlich! Ne, ich bin der Beste. Wir retten uns gegenseitig, wir helfen uns dies und jenes und denken an den Generatoren, denken an den Toten, aber irgendwie... Du musst daran denken, es ist wahrscheinlich Skill-Based Matchmaking, denke ich mal, ne? Der stärkste von uns, wer ist das? Wahrscheinlich Skadi. Hm. Du bist... Das heißt, an dich wird gemessen, welchen Killer wir bekommen. Also... Gar nicht schuld. So gut, so gut wie du bist... So gut wie du bist und wir sind alle schlechter, verstehst du? Das ist Skill-Based Matchmaking. Skadi schuld. Ja, einer muss ja schuld sein. Ne, das sind die ganzen Stream-Sniper bei Robe. Genau, die ganzen sieben Stream-Sniper. Kopf, Rücken, Bauch, hab mich wohl verkühlt, ist ja auch... Mistwetter. Ja. Schietwetter, wie man's in Hamburg sagen würde, ne? Moin, moin, meine Aktiven. Ich bin einfach auf Toilette. Ja, das mach ich auch. Druck auch an. Nein. Wer möchte ein Pommes-Bären? Hat sie so schlug. Was? Ob jemand auch ein Pommes-Bären möchte? Ja, ich. Warte, ich esse dich mit. Warte, Moment. Scher. Hä? Dankeschön. Kann richtig spülen, während wir auf der Zunge zergehen. Vollgas, vollgas. Geht von der Karte aus. Ja. Einmal nicht bereit, freit sich nicht da. Sie muss ne Pulle. Das ist ne Frau, die geht lange Pulle an. Achso. Ich rede ja von Erfahrung, ne? In Erfahrung. Oder Fach aus. Auserfahrung. Tag, Woppel. Juten Tag. Kann ich den mal pimpen? Das ist ein Insider. Den kennt keiner. Knusper, knusper, knäuschen. Der Knusper an mein Häuschen. Der Wind. Der Wind. Das ist ein bisschen gegen. Das ging echt schnell. So, meine Damen und Herren. Das Rad. Oh, guck mal, das könnte man das Hintergrundbild nehmen. Oh, was? Das ist ein schlitzender Grund, echt. Ne, ich träume dir halt davon. Das ist das Hintergrundmache. Warte? Ich schwörste. Ich träume davon heute noch. Genau das macht Frenzy morgen. Und wehe nicht, ich will es auf Instagram sehen. Ich will es auf WhatsApp sehen. Genau so muss der Kürbis aussehen. Und wehe nicht. Du misst ein Foto mit. Oh, je. Und ich mache es heute auch als Hintergrund. Und der Bell ist auch die Zeigen. Alles klar. Wir schmatzen jetzt einfach ein Screen, weil das seriös ist. Meine Tastatur ist jetzt voll mit Chips. Geil. Sumidaum. Sumidaum. Wer ist der Henker? Robert hatte eben der Henker stehen. Echt? Äh, habe ich nicht drauf geachtet. Äh, ja, gute Frage. Der Henker ist, glaube ich... Oh, ich habe eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Ist das nicht der, der so kommt? Nee. Ich weiß. Aber mich brauchst du sowas nicht fragen. Geh am besten nicht laufen. Am besten nicht laufen, quasi. Warum? Weil er dich hört. Es ist der Killer. Was? Ich habe Lebkuchen am Bett stehen. Oha. Boah. Voila, Krise. Wie lange macht ihr noch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Solange wir Bock haben. Solange der Erste sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und der hat dann Schuld, dass wir aufhören müssen. Das ist eine gute Idee, oder? Das ist eine gute Idee, ne? Franzi ist schuld. Genau. Wer jetzt aufhört, der ist schuld. Was? Ja. Wer kriegt die Schultern auf die Schuhe geputzt? Äh. Macht keinen Sinn. Ja, mach natürlich weiter. Bring ein scharfes Messer mit, Skadi. Du sollst ein scharfes Messer mitbringen. Du sollst das genau nachmachen, hat sie gesagt. Ja. Genauso wie es im Bild ist, möchte sie es haben, hat sie gesagt. Hast du das verstanden? Ich versuche. Ja, ich will es sehen. Ich schwöre, wenn du es hinbekommst, Respekt. Ach, der ist so weit weg, ohne Ritz. Echt nervig. Ich habe einen Generator fertig. Hast du sehr gut gemacht. Ja. Oh, du bist ja auch hier. Wir können doch nicht beide zusammen hier rumhocken. Ja. Äh, hab ab. Ja, bin ich doch schon. Ach, hier kommt man nicht durch. Ja, moin. Äh. Ja, er kommt, er kommt. Oh, nein. Kann man durch die Tür nicht durch? Ach, nur der Killer kann die zerstören, oder was? Ja. Oh, was ist denn das für ein Blödsinn? Als wenn der Killer stärker ist als wir. Macht doch gar keinen Sinn. Nein. Nein. Ich habe keinen Bock mehr. Also, ja. Ich glaube, Anja lacht sich wegen uns kaputt. Ich glaube, wir sind der beste Humor-Streme, den sie je gesehen haben. Hahaha. Alle denken, wir sind gekloppt. Oh, nö. Nö, nö. Lass mich. Äh. Voller Krise. Ah. Mama. Mami. Mami, lass mich. Oh, man. Junge. Such dir einen anderen Kumpel. Ich muss das selber machen. Okay. Woller Krise. Woller Krise. Woller, 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 woller. Ah, eine Hexe. Lass mich in Ruhe. Oh, lalala. Nein. Oh, ich schieße er denn aus. Hat er einen Scheiß-Wut auf. Und ich fühle es sich jetzt cool, oder was? Ja. Hast du seine Muskeln gesehen? Er ist cool. Oh, ja. Total coole Muskeln. Alle total vernarren. Das sieht aus wie so ein komischer. Ich glaube, er wollte... Ich glaube, er wollte einen Kölner Dom nachmachen, oder? Und zwar. Ja, guck ihn doch mal an. Das sieht aus wie ein Kölner Dom. Genauso dunkel. Genauso spitz. Das ist spitz. Ich hänge mal ein bisschen ab und esse ein bisschen was, ne? Bist du mit Larry oder so? Ja. Ja. Holst jemand vorwärts? Ja. Für noch ein Kölner Dom. Okay. Der kann doch helfen. Ja, ein bisschen abhängen ist geil. Durchlatschen. Vorsicht nicht da durchran. Moin. Moin. Ach. Danke, dass die mich verarzt haben. Äh, entschuldigen Sie bitte. Könnte ich Ihre Nummer haben? Ich habe meine verloren. Nein, 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 nicht hierher bringen. Oh, ne. Brudi, lass mich in Ruhe. Nein, warum rennst du dir nicht so schnell? Ah. Robert. Wer tut alles weh? Ah. Hat mal jemand Asperin für mich? Oh, leck mich, Alter. Du, das scheiß Ding, ey. Ja, echt, Mann. Der hat echt ein scheiß Ding. Scheiß Ding. Einmal ein bisschen weiter links. Weil ich hier mit meinem Generator gerade zu tun habe. Und du, genau. Ich habe doch gesagt, links, jetzt renne ich links. Dann hockt sie da auch noch. Ja. Ich bin komplett erholt und versteckt. Ihr könnt mich holen. Ah, ja, stimmt. Du bist ja... Ja, ja. Wer geht hin? Ja. Ich gehe. Ich gehe. Dann mache ich hier meinen Generator weiter. Oh, du sitzt da immer noch, ne? Ja. Ihr habt mich alle vergessen. Oh, schade. Ja, ich sitze da immer noch, es sind zwei Drittel sind durch. Ja, ich renne schon woanders hin. Drei Viertel. Dankeschön. Er lässt auch mich locker, ne? Nee. Dankeschön. Lauf, Forrest! Ey, wie schnell ist er denn? Das kann nicht sein. Du bist übel lange gerade weggelaufen. Ja, aber gut, du hast mein Ding gekriegt. Und er killt mich einfach instant. Ja, instant, Junge. Oh, ich bin gefangen, genau neben irgendjemandem. Nee, es ist alles wieder. Achso. Ich bin hier oben. Nein, er hat mich gesehen. Oh, Skadi, tut mir leid. Musst du dich nochmal selber heilen? Nee, bist du das hier, Skadi? Skadi liegt. Skadi liegt. Ja, aber ich muss mich du kampflich. Komm, der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt. Ey, diese Kacke, ich vergesse das in meiner Wand. Ja, ich auch, ständig. Ja, der kommt durch Steine alles, ne? Mit seinem komischen Kram da. Ja, der hat Wallhack an. Scheiße, er hat nicht. Du musst den anderen beiden mal helfen. Ich? Ich lieb? Ja, nein, äh. Ähm. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ja, genau, das meine ich aber. Habt ihr euch schon hochgeheilt? Ich bin die Hälfte gleich. Bist du das hier? Ja, ich. Bin am Rand. Und dann ab 20. Ich hör ihn. Ich hör ihn. Er ist unterwegs. Immer dasselbe. Nee, ach komm, ich lauf wieder in seine Richtung. Es ist doch zum Kotzen. Ja, du musst mal die Augen aufmachen. Ja, ich kann doch nicht überall hingucken. Er singt. Gib dir Mühe. Nee. Man hört nicht, aus welcher Richtung er kommt. Oh Gott. Ah. Ah. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Oh, ich bin in eine Falle reingegangen. Ich bin so ein Trottel. Oh, ihr ist ein Toter. Oh, bitte kein Clip machen. Nein, andere Richtung. Warte. Ach so, ja, okay. Oh nee, Brudi. Oh nee, ich hab keinen Bock. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin heute Lost unterwegs. Ich weiß es auch nicht. Oh mein Gott. Aber er ist nicht immer... Oh, das sind alles Fallen... Was sind das denn komische Fallen hier auf dem Boden? Das weiß doch keiner, dass das eine Falle ist. Was siehst du da? Nee, es sah irgendwie interessant aus. Und dann bin ich hingegangen. Wer war das? Ich war das. Bin ich jetzt für immer gedamaged durch diese Scheiße? Oder muss ich hier durch... Irgendwie schon, ja. Also geht das nie wieder weg. Ach hier, das kannst du nicht... Oh, 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 meine Bruder! Dieser Wichser, der macht mich so fertig. Der Killer. Oh, jetzt hat er es schon wieder kaputt gemacht, der Wichser. Ach, er kann... Er kann einfach von da hinten durchschießen. Okay, ja, ist okay. Ist okay, du bist der beste Kude. Er hat mich einfach getötet. Er hat mich einfach getötet. Nein, hat er nicht. Was hat er denn mit mir gemacht? Was hat er denn mit mir gemacht? Ich bin auch... Er hat dich eingesperrt. Ich bin auf dem Weg zu gehen. Ach, das geht auch? Ja. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ey, reparier mich mal, bitte. Danke. Reparier mich mal. Ja. Oh nein, der kommt schon wieder. Nein, er sucht doch für den Fall. Mahlzeit. Holst du mal einen Stift da raus? Nein, 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 nein. Ja, der Killer kommt doch schon wieder zu mir. Er riecht mich doch. Er riecht mich doch. Es ist immer dasselbe mit diesem Killer. Es ist unglaublich. Es ist einfach unaufstehlich und ich kann es einfach nicht fassen. Oh, Gott sei Dank, ein Generator. Ich fühle mich schon wieder so unnützig. Achso, fein. Ich erhole mich mal, ne? Oh, nein. Sind jetzt beide... Ja, ich... Achso, okay. Na toll. Nein, könntest Lisa noch hätten. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Ich bin tot. Er stimmt, ich erreichte ich so schnell nicht. Ach, Mann, nee. Ich hing ja eh jetzt das letzte Mal ab. Er fliegt noch. Im S. Na, aber er geht jetzt zu ihm hin, denke ich mal, oder nicht? Weiß ich nicht. Probier's aus. Noch liegt er da. Mach auf. Ist gut. Er ist hinter mir her. Er hat mich gesehen. Ich bin erholt übrigens. Oh, ja, moin. Lina. Mach mal auf das Tor und da geh raus. Er kommt zu dir. Nein, er nimmt mich. Oh, da ist die Luke. Wer hat den Schlüssel? Bei dir direkt. Du kannst die Luke gleich benutzen. Ich meinte Kappa. Wenn es gerade hier raus ist, kannst du sie benutzen. Nein, ich hab keine gesehen. Ich hab so gesagt. Ach. Mach uns doch nicht so Hoffnung. Das wäre so cool. Das tut mir so leid. Das tut mir leid. Mach mal das Tor auf. Das andere Tor ist auf. Rann, Herr. Oh, nö. Sie ist schon wieder. Kaum bist du bei mir, ist das nicht recht hinter mir her. Mann, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben einfach nur. Oh, jetzt kommt man hier auch noch nicht mal durch. Och, Mann. Oh, nö. Dieser scheiß Kölner Dom, ey. Ich hab ihn noch nie gemocht. Robert lässt sich auch immer tragen. Er versucht es nicht mal. Ich hätte ja überleben können, aber nein. Weißt du, wo wir hinrennen? Ja. Weil du so kreuz und quer hier rennst. Weil ich gehofft habe, dass ich Robert nicht herrn kann. Ach so. So, dann warte noch mal kurz. Warte. Na. Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht. Wenn er jetzt einen irgendwie noch getroffen hätte, am besten noch... Das wäre ja jetzt... Ja, das wäre jetzt noch echt gewesen. Am besten so einen mit so einem Ding und den anderen mit einem Schwert und dann hätte wir beide gehen. Ja, genau. Ach, ich war die ganze Zeit nur auf dem Boden. und kriegt er für 8000 Punkte. Geil. Auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Ja, die. Summer. Raus aus der Schublade. Hallo. Aus der Schublade oder aus der Schokolade? Beides. Der braucht Schublade für's dann. Schokolade. 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 Was ist denn das hier für ne Hose? Was ist denn das hier für ne Hose? Leute. Wo ist denn das jetzt? Leute. Hm? Ich hab keine Lust mehr zu verlieren. Ich hab meine zweite Talent. Was soll ich als zweites Talent nehmen? Bindung. Lest du es durch? Äh, innere Heilung. Ich weiß nicht, müsst ihr sagen. Weil wenn ich mir das alles durchlese, bin ich auch nicht schlauer. Halt dich, guck. Innere Heilung ist gut. Dann zerstörst du ein Totem und versteckst dich im Schrank und bist geheilt. Äh, du zerstörst ein Totem und versteckst dich im Schrank und bist geheilt. Ja. Hast du genauso richtig verstanden. Wow. Als Küche sind wir ja nicht. Dafür müsste man aber erst ein Totem finden. Und ein Schrank. Und man müsste sich ja auch noch heilen. Ach ne, muss man ja nicht. Ja, heilen wird überbewertet. Ja, genau. Ich hab ne Depression. Okay. So. Seht ihr nicht, wie ich da stehe? Ich bin halt deprimiert. Ne, ich seh dich da. Futter und fröhlich. Boah, total. Ich kann lesen. Könnt ihr das sehen? Ich lese. Ich lese mich jetzt killen oder nicht? Weißt du, was ich toll dumm finde? Ich kaufe mir eine F***-Hetze. Und ich kann mich nicht selbst heilen bei dem Scheiß, wo ich leider das segnen kann. Weißt du? Nö, das machen wir uns erst mal raus. Ja, warum? Ja, weil du hättest nämlich den Gurt, das ist. Ja. Ja. Warum komm ich denn? Ich finde den Gurt, wir schaffen das viel besser. Wenn ich euch vom Haken losreite, hole, dann kann ich 30 Sekunden euch schneller heilen. Du möchtest reiten? Ich reite auf euch, genau. Ammona. Dann nehm ich mal. Ja, ist das. Galopp, galopp. Ja, genau. Also, Internet heutzutage. Einfach nur versaut. Ich kann das gar nicht. Ich bin so geil. Meine Katzen jagen sich, hier bin ich noch von A nach B und von B nach C. Wir haben Spaß und ich deprimiere hier. Tja, da musst du auch jemanden jagen. Tja. Was? Dann jagen ich jetzt dich. Oh, ich jagen mich weg. Das ist Gottes, sister. Genau das machen, nur bloß dein M-Machen. Jetzt haben wir ein Pferd hier. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, 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 ein Pferd auf dem Flur. Oh nein. Lass mal ein Klipp davon machen. Ein echtes Pferd auf dem Flur. Und er steht auf Käse. Hä? Hat er das gesehen? Wir spielen gegen den Doktor. Oh, wir spielen übrigens gegen den Doktor. Oh nein. Weißt du was? Ich verstecke mich in dem Schrank. Und ihr macht das jetzt, ja? Dann kommt der Rabe und verpetzt dich. Ja, dann wechsel ich halt. Geht von Schrank zu Schrank. Ja. Ja, sie sucht sich einfach zwei Schränke direkt nebeneinander und dann geht sie immer hin und her. Alles klar, Digi. Geh ich mal von links, rechts, von links, rechts. Hm. Vielleicht geht es mir nicht, wenn ich mir mit mir nicht verstecke und einfach nur so gut dastehe. Aber Nani verliert wegen Skadi. Ach doch. Weil sie so hochgepascht ist und schon Silber ist, müssen wir jetzt Silber spielen, obwohl wir Bronze haben. Ja, so sieht es nämlich aus. Pass auf, morgen bin ich auch Silber, dann bin ich auch schuld. Ja. Morgen ist Maske Singer. Maske Singer? Maske. So wie Basketball. Maske. Oh nein, das ist schon wieder dieser Ladebalken, der nicht funktioniert, ne? Hört sich an wie Nachname, wenn du das so sagst. Maske Singer. Ja. Ja, egal wie man das ausspricht. Singer. Singer. Der Marc. Der Maske Singer. Singer. Singe. Singe. Ha ha ha. Habt ihr was gegen Singer, oder was? Ich singe, also singe. Ah, Mann. Vor einer Krise. Oh Gott. Oh mein Gott. Und das ist alles für immer live. Für immer. Dieser Lachkrampf, der wiegt. Findest du das gut? Oh mein Gott. Mein Bauch. Oh, ich hab auch was gemacht. Mein erfolgreiches Einkommen bei der Jagd, der bringt überlebende Punkte und eine und er hat es mitgeladen. Der Midnight Groove. Der Midnight Groove? Ach so. Ja. Jetzt dachte ich mir, ist das so ein neuer Tanz? Midnight Groove. Mädchen, was hast du getrunken? Das möchtest du nicht wissen. Das möchtest du einfach nicht wissen. Aber ich sag's dir trotzdem. Ich trinke gerade Sprite. Koffein. Oh mein Lala. Um das nicht zu wenig. Koffein. Nee. Das waren heute tatsächlich nur drei Tassen bei Posh. Kaffee. Nein, das geht direkt zum Kran. Oh. Es waren nur drei Tassen Kaffee bei Posh heute. Ich hab mir nicht noch einen Kaffee gemacht. Oh. Wie kann man die? Oh je. Die steht sich gar nicht mehr ein, ey. Ah ja. Ist jetzt mal bald gut hier, ja? Sonst müssen wir noch den Notarzt rufen. Jetzt sitzt du in der Ecke. Oh, wie schlecht. Das sieht aus. Komm, der Katzen hat, der versteht das. Ah, 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 ah. Was hast du gerade ein Esel gemacht? Nein. Das war ich nicht. Das war, das war ein Soundbob. 10,5 Minuten. Soundbob. Das war ein Soundbob. Komm. Okay. Es geht nicht voran. Was ist denn da? Ja, das ist wie beim letzten Mal. Das ist Buggy. Neues Update. Hat da wieder jemand einen Screenshot gemacht? Ja. Oh ja. Da hat wieder jemand einen Screenshot gemacht. Lass mich raten, wer das war. Skatey? Wollen wir mal wieder skaten? Äh, Steph, was feierst du so, fragt Posch. Frag nicht. Die macht das immer einfach ohne Grund, wenn sie gerade ihre Alperwoche hat. Oh, wie böse ist. Und außerdem, würde sie nicht den Stream ausgemacht haben, dann würde sie wissen, warum. Ah, ja, ja. Ah, ja. Es ist gar nichts passiert. Gar nichts. Gar nichts gemacht. Aber ich feier bei ihr, Robert. Maskitzinger nicht ausspricht. Maskitzinger. Hast du was dagegen? Es heißt Maskitzinger. Wie Basketball. Ja, das ist schon besser. Ja. Ich bin einfach gerade übermüdet. Ja, dann schlaf nicht. Nach Müde kommt um. Dann schlaf nicht. Das ist die einzige Möglichkeit. Richtig. Nach Müde kommt Dummheit, ne? Hä? Bist du immer müder? Was meinte sie damit? Aufbrust gehört. Die Geschichte. Was denn? Ich weiß auch nicht. Hä? Hätte ich das nicht sagen sollen? Ne. Hä? Was? Ich hab's. Oh, es geht los. Oh, es geht nicht los. Ey, wir sind dann kommen. Ja. Wir sind dann kommen. Ja, Mann. Wir sind dann kommen. Yay. Ich hab 2000 Erfahrungen bekommen. Geil. Ich hab 408. Ich hab 1900 gefällt. Das war eine schnelle Runde. Ich hab 48 bekommen. Ich hab 2000. 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 Ich hab nichts bekommen. Ja, da weiß, frag dich mal warum. Das ist hier Sympathie. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin wohl am sympathischsten. Und das geht ja auch gut. Franzi kriegt das meiste. Dann Robert. Dann ich. Und dann Lina. Was kann ich eigentlich mit den Schillern in den Scherben machen? Davon hab ich bald 2000. Du kannst im Shop, ähm, dir bei Schreien der Geheimnisse was kaufen. Kannst dir auch Outfits kaufen. Ja, übel teuer. Äh, das kostet ja alles 2000. Ich hab nur fast 2000. Habt ihr mir eben nicht zugehört? Nee, reicht nicht. Also, ich glaube, hier haben sehr, sehr viele Menschen das Nicht-Zuhören-Gehen. Das Nicht-Zuhören-Gehen? Ja, das Nicht-Zuhören-Gehen. Okay. Wie zum Beispiel das Auf-Den-Sack-Gehen oder Nach-Hause-Gehen oder, ne? Und manche haben das Nicht-Zuhören-Gehen. Alles klar. Ja? Bist du schon wieder Ferdi? Steffi, oder was? Ja, natürlich. Ich bin nicht so ein langweiliger wie ihr. Ah. Sehr gut. Warum würden wir nicht bereit? Möchte ich mal gern wissen. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann doch schon. Ah, ja. Robert, ich bin jetzt blau und Franz ist schwarz. Ach, Steffi, du bist blau. Seit wann trinkst du so viel? So schlecht. Der war so schlecht. Der war so trocken, ne? Wahrscheinlich ein trockener Wein war es gewesen, ne? Hahaha. Oh, Gott. Oh, trocken. Der war so trocken. Trockener Wein. Hä, 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 hä. Oh, Entschuldigung. Was müssen denn in deine Nachbarn denken? Keine Ahnung. Die sind schon lange ausgezogen. Nee, die hören ihm schon nicht mehr zu. Nee. Sie haben aufgegeben. Ja. Was hat Null, Post? Mann. Was hat Null? Ich hab Null. Ich glaub, wegen irgendeiner kleinen Sache, die wir gerade geredet haben, war Null. Also, vielleicht hat sie Null verstanden. Und was macht sie denn hier? Hat auch mein Pappen. Du hörst immer und deine Wortspiele, ne? Meine Wortspiele? Was soll damit sein? Ja, deine Wortspiele. Ach, die sind doch nicht schlimm. Nein. Das will sie nicht. Ach so, sie hat Null. Ach, sie hat Null. Ja, ich hab Null verstanden. Okay. Verstehe ich. Ja, ist okay. Lass du mal mit das Herz sein, ja? Entweder macht man zwei Herzen oder nicht. Das heißt schließlich Doppelherz. Dumm, dumm. Die macht er zwei Herzen? Kennt keine mehr, die Werbung, ne? Ihr seid alle zu jung. Die macht er zwei Herzen? Ich kenn nur... Ihr kennt nicht mehr Doppelherz. Nee, Doppelherz war früher immer eine Werbung gewesen. Gibt's natürlich heute auch noch. Das ist so ein alkohol... ...alkoholisches, medizinisches Getränk. Und das hat die Herzkraft erhöht. Keine Ahnung. Das ist Robert. Was denn? Schreib mich nicht an. Das ist Lena. Was schreibst du da wieder für ein Würzchen im Chat? Das ist Franzi. Du kriegst gleich ein Permabahn, wenn du so weitermachst. Sie ist dein Mod. Ja, ich weiß. Ich kann sie trotzdem bannen. Dann wanne ich mich zurück. Hä? Hä? Welche Waffe? Skatey, ich kann dich ja eigentlich auch zum Mod machen, ne? Das ist so gut. Kann ich ja mal machen. Wie mach ich das nochmal? Guck mal, das ist auch... Antworten zum Klicken. Guck mal, bei mir... Das ist ne China-Box. Keine Ahnung, muss ich mal irgendwann mal machen. Bei mir explodiert das gerade im Po. Ey, das wollte jetzt keiner wissen. Vor einer Krise. Guck mal, das ist Robert. Aha. Was denn? Ich bin ein Ork. Ja, wie süß. Ich bin natürlich der Ork. Ja, genau. Wir spielen gegen das Schwein. Oh ja. Ach, nö. Das können wir schon mal gleich wieder vergessen. Nein, pass auf. Ja. Und ne Indoor-Map. Und wenn uns alle richtig anstrengen, die den Arzt aufreißen, sonst... Nee, es ist ne Indoor-Map. Das wird nix, das ist ne Indoor-Map. Ich sag, es ist draußen. Ich sag, das ist die Western-Map. Es ist safe in das Krankenhaus. Ich sag, das ist chinesische Map. Es ist das Krankenhaus. Chinesische Mä. Ich sag, es ist gar nichts. Es hängt wieder fest. Wie heißt es noch? Hm? Ähm. Die Western-Stadt. Ja, genau. Das hab ich auch gesagt. Das wär schön, ne? Das wär cool, ne? Ich sag, es ist cool. Die ist aber schon ewig nicht mehr gekommen. Ehrlich. Ja, genau. Deswegen nämlich. Ah, guck mal, ne Indoor-Map. Wer hatte wieder recht? Wer hatte wieder recht? Und leider werden wir wieder alle sterben. Aber wir strengen uns trotzdem an. Wir strengen uns doch trotzdem an. Alles gut. Ja, ja. Wir werden leider wieder alle sterben, aber wir strengen uns trotzdem an. Ja, was soll ich denn... Was soll ich denn sagen? Wir haben doch nie gewonnen. Das ist motivierend, oder? Ja, ihr vielleicht nicht. Naja, wir zu viert zumindest sind es doch nie. Ah, das stimmt. Hm, oh nein! Oh nein! Es ist noch nie... Noch einer... Überhaupt einer entkommen. Bei einer Indoor-Map. Noch keiner. Seit wir das spielen. Boah. Nein. Wenn du nicht dabei warst. Nein, nein. Wenn ich dabei war. Richtig. Wenn ich dabei war, hat... Es ist noch nie jemand entkommen. Willst du da? Oh, guckt sie so. Wie dumm. Weiß ich nicht, wie man sich aufgeht? Ich weiß nicht, wie man sich aufgeht. Echt? Ist der so doof? Ja, sie hat die ganze Zeit geschlagen und geguckt und rumgegangen. Jetzt ist sie weggegangen. Ja, sie ist bei mir. Oh la Krise. Ach, scheiße. Hast du dich schon hochgeheilt? Ja. Ah, Franziska ist hier. Oh, Mann! Ah, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich einfach nicht aufgepasst. Nee. Oh, ich dachte, er wäre hinter mir. Ach, Mann. Sie lässt einfach nur alle liegen. Ach, Mann. Sie kommt nicht hinterher, doch jetzt ja. Natürlich. Habt ihr euch hochgeheilt? Ja. Ich habe keine Lust mehr. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen, Mensch! Oh, ich wollte dich gerade heilen und du läufst einfach weiter. Ja. Ist das bei ihr ernst? Wir liegen. Wir liegen. Ist sie gerade, ist sie jetzt oben oder ist sie jetzt unten? Unten. Bei mir. Und die will uns nicht töten. Die lässt uns einfach auf dem Boden verrecken. Bleib mal liegen, ich komme. Ich glaube, die weiß echt nicht, wie man uns aufhebt. Die ist so dumm, aber ist trotzdem so gut und hat uns alle auf den Boden gehauen. Nee, das weiß ich nicht. Also, wenn wir hier nicht entkommen, dann weiß ich auch nicht. Das hat sie vergessen, ey. Die ist direkt hinter mir. Ja. Und du liegst auch gleich. Das wäre ja lustig. Was ist los? Heile, irgendwen. Jetzt. Ach nee, ach so. Nee, sie hat versucht, diesen Ding anzubauen. Also, auf der anderen Seite der Map oben, der Generator, der war fast fertig. Oh, ich weiß nicht. Ich muss nicht heilen, oder? So, komm. So, sind wir hier oben. Jesus, sind wir oben. Nein, der ist ja vorbei. Ah, so ein. Sie verfolgt mich. Oh, hier ist keine Ahnung. Nee, mich. Mach das Ding ab. Mal rechts, 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 rechts. Mal rechts, rechts. Links, rechts, schwirrchen. Rennen. Rennen. Hä? Was ist das denn? Ach, nö. Das ist schon wieder der Kleine, der hier rumläuft, ne? Der Kleine? Nein, du musst dein Dings machen. Sag doch einer, dass es Thor ist. Das habe ich gar nicht erkannt. C, leuchtet er mir her. Oh Gott, das Lachen von dem Scheiß. Ah, guten Tag. Oh. Oh. Hat er uns noch nicht einmal aufgehängt? Will er uns einfach bloß so verbluten lassen? Ja, wir sollten Skadi mal heilen. So viel ist da nicht mehr dran. Oh, wieso kommt man hier denn nirgendwo durch? Bist du unten oder oben, Skadi? Oh, sie hat mich auch gehoben. Ich höre einen Generator. Ich höre einen Generator. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich höre die ganze Zeit Herzklopfen übrigens, ne? Die ganze Zeit. Der bewegt sich gar nicht mehr. Komm, sie ist gerade runtergelaufen. Sie ist gerade runtergelaufen. Echt? Ich höre die ganze Zeit Herzklopfen. Die ganze Zeit. Ja, weil sie. Unter dir auch. Weg, weg. Hallo, weg. Tschuldigung. Oh mein Gott. Finden, der das auch abmacht. Ach so, ja, schacht mir das doch einer. Ich wusste nicht keiner abmachen. Ja, wusste ich doch nicht. Ich habe den Killer noch nie gespielt. Sie, sie spielt mit uns. Ja, natürlich. Sie steht einfach in der Ecke und wartet, dass ich mich rauswinde. So, ich gehe jetzt zu Lisa. Ey, tut mir leid, ich kenne den Killer nicht. Ich habe den Killer nur einmal gesehen. Ich weiß doch nicht, was man da machen muss. Ich wusste nicht mal, dass ich was am Kopf habe. Ich habe es nicht gewusst. Ja, hast du es dann ab? Na, natürlich nicht. Ich liege auf dem Boden. Also, geh jetzt zu diesem weißen Teil. Ja, 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 da war ich ja einmal. Aber dann hat mich das Kind da ausgelacht. Die Puppe. Ja, ja, dann gehst du zum nächsten. Das wusste ich aber nicht. Ich wusste nicht, dass man da überhaupt hingehen muss. Wusste ich nicht. Ja, alles gut. Woher soll ich das wissen? Fast, ich stirb. Schade, du musst. Meine Zeit ist gleich abgelaufen. Nein, du hast noch ein bisschen alles gut. Sie spielt mit mir. Ich komm. Nein, nein, alles gut. Sie hat sich wieder aufgehoben. Ja, aber irgendwann stirbt sie trotzdem, wenn du sie bei der Maul. Ja, ja. Es war wieder der Falsche. Ich bin gleich tot. Gut, sie sagt, du musst dann kommen. Mach deinen Generator zu mir. Ach, na schlatsch. Als ob sie sich in den Ecken fügt. Muss man denn alle machen, oder ist es Zufall, dass einer richtig ist? Zufall. Einer richtig. Bei mir piept es jetzt schon schneller. Es ist gleich vorbei. Wenn der nicht der Richtige ist, ist es vorbei. Du hast auch nur halt die Hälfte der Zeit. Alles gut. Okay, ich hab ihn gefunden. Lass dich davon nicht zu sehr irritieren. Ich hab den Richtigen gefunden. Franzi, heil dich. Ja. Schlaf mich wieder her. Alter, wir haben erst, erst ein einzigen Generator geschafft übrigens, ne? Und genau bei dem bin ich gerade. Ist irgendwo. Unten. Ja. Bewege dich frei. Ja. Dich hängt sie jetzt nicht gut auf irgendwie, habe ich das Gefühl. Kann man hier machen? Gar nichts. Nicht nur verstecken. Ja, was ist das denn? Auf einmal. Komm her, ich bin. Major. Was? Andere Richtung. Andere Richtung. Ja, geradeaus. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. Ziel gefunden. Ja. Dann haben wir wenigstens immerhin schon mal auf den zweiten fertig. Ja. Franzi, wie weit bist du? Äh, angefangen. So. Wir kommen gleich. Ich hol sie. Nee, ist gut. Mach du den Generator. Das ist viel wichtiger jetzt. Einer kommt nur. Robert, hol diesen Generator. Oh, er ist direkt vor mir gespawnt. Gespawnt? Ja, ja, wirklich, der kam um die Ecke geschossen. Heile nicht gleich. So, Entschuldigung. Alles gut. Die, sie kommt. Thank you. Nee, alles gut, warte. Sie ist oben noch. Ja, genau, hier unter ist natürlich der Haken. Alles klar. Bitte noch, Anja. Hä, warum, warum, warum hängt er mich nicht auf? Er, 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 ist, ist der so blöd? Der Haken war, der Haken war direkt, der Haken war direkt neben dir. Wicke dich. Ja, das macht es mit Absicht. Wieso, hängt er, wieso, er, ich war direkt unter dem Haken und er hängt mich trotzdem an einen anderen Haken. Ja, das macht er mit Absicht. Franzi, guckt leicht oben nach dem neuen Generator leistet. Aus welchem Grund soll man das mit Absicht machen? Aus welchem Grund? Weil er Spaß hat. Mhm. Der hat mich ja auch hochgehoben, wieder fein gelassen, hochgehoben, dann durfte ich mich frei wickeln. Ist ihm zu lang bei uns das, ne? Ja. Der schul nicht, Robert. Ist schon, ist schon. Bleib mal gleich stehen. Bleib, warte. So, ein Ziel von mir. Er kommt. Ist oben eine Ausgang? Ja. Ja, die sind alle oben. Oh, und kein rechts. Ja, ach so, nee, nee, nee. Schade, fast. Letztlich liegen, ne? Zuletzt bestiegen, aber camp. Oh, hier ist auch nichts, ne? Hier ist Sackasse, hier war ich schon mal. Ich hab' einen Generator gefunden. Ach, scheiße, und ich bin da grad runter. Bin gleich wieder rum. Wo bist du? Ich bin einmal unten lang gegangen, Richtung, wo der liegt. Einmal um die Ecke rum dann. Bist du dabei? Auf der linken Seite. Ich geh jetzt einfach nicht. Hier, 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 du bist gerade an mich vorbeigelaufen. Oh, fuck. Ich lock sie weg, ich lock sie weg. Sie verfolgt mich nicht mehr. Oh, toll, ja, großartig. Mach weiter. Ja, mach den Generator weiter. Sie kommt, Robert. Sie ist bei mir. Ah, okay, super. Robert, mach weiter. Tapfer, tapfer. Robert, du schaffst das. Die Leute, sie ist gerade rückwärts gelaufen bei mir. Habt ihr das gesehen im Stream? Ja. Ja, sie. Sie spielt. Sie ist die Falle. Aber übel. Mach auf, Robert. Ich bin unterwegs. Ich schläge gleich wieder zu. Oh Gott. Lässt du mich schon wieder in Ruhe, ey? Was ist denn das? Was ist denn das? Was sitzen? So, ich bin jetzt bei einem Ausgangstor. Ja, was bei dem Fall schon. Ist egal, ich mach das auf. Robert, geh doch raus. Robert, raus. Ja, ihr könnt rausgehen. Sie wird auf das andere Tor nicht hingehen. Sie wird da warten. Ah, scheiß drauf. Ja, ich bin bei dem anderen Tor. Also, ihr könnt rausgehen. Aber warum macht sie das denn? Sie könnte mich doch... Das sind ihre Punkte. Ja, aber sie hätte uns doch töten können. Ich krieg's dir doch mehr Punkte. Warte, ich heil dich noch. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich hab 19.000. Ne, 17.000. Da stand eben 19.000. Ich hab' noch mal ein Eis. Ich weiß nicht, ich seh' den Punkt. Es ist die wieder gar nicht. Sie waren da Eis, die Gäste, man. Danke dir. Ihr könnt abhauen. Die macht sowieso nichts. Ne. Ja. Die haut euch nicht mal. Ne, sie ist auch nicht da. Ne, sie ist in einem anderen Ausgang. Lauft einfach raus. Das dauert zu lange. Ja, gut, dann los. Ich bin letzter geworden. Ach, komm. Ich hab' mich so angestrengt. Aber wir sind entkommen das erste Mal. Geh, geh. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber... Aus einem Haus. Aus einem Haus, wohl gemerkt, ja. Robert, ich will ja nichts mehr hören, wie ich verlieren ständig bin. Ne, jetzt kann... Jetzt kann ich das nicht mehr... Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen. Wir sind noch nie entkommen. Ich kann's ja nicht mehr sagen. Ne, das mache ich nicht wegen... Ähm, ähm, ähm... In der Map, ne? Also, dass es Indoor-Map ist. Indoor-Map. Ja. Das kommt jetzt nicht mehr. Na doch. Indoor-Map wird immer noch schwerer sein als Outdoor-Map. Robert? Ja. Es wird immer noch schwerer sein. Es ist nun mal Sinn... Es ist nun mal Sinn... Positiv! Positiv! Buuuza! 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 Buuu... Alter, jetzt ist schon ein Uhr. Crazy. Wollen wir doch ein Game machen und ins Bett? Ja, eins noch. Ja. Sagen wir mal, ey. Das haben wir geworfen. Kein langweilig. Ja, deswegen. Wenn wir jetzt verlieren, müssen wir eigentlich noch mal. Ja. Ja, wir... Ey, komm. Ich bin... Ich bin nicht müde, aber ich will mein Schlafrhythmus nicht zerstören. Der ist schon zerstört. Nein, ist er nicht. Du gehst doch eh noch nicht schlafen. Ne, mach ich ja auch nicht. Ich werde ja natürlich noch was essen. Aha? Du hast doch gerade gegessen. Hä? Das waren... Leer, dann dreht drei Stunden wieder auf. Alter, das waren... Das waren Brotchips. Das ist nichts. Ah. Ach, die Zwiebelstücke. Genau, diese... Ja, nicht Zwiebeln. Ich habe Pizza-Geschmack. Ah. Die schmecken echt... Die schmecken echt gut. Du musst sie mal kaufen von Seven Days. Die sind echt lecker. Ich habe die noch mit Zwiebelgeschmack oder mit Knoblauch. Ja, Knoblauch geht gar nicht. Die stinkst du aus dem Maul, Alter. Ja, und? Du stinkst noch drei Tage aus dem Maul. Kannst Mundwasser benutzen, wie du willst. Was? Riechst du bestimmt auch. Ja. Nö. Nö. Also hast du noch keine Frau bei mir beschwert? Ha. Hey, was lacht der denn also? Ja. Ja, Gubi. Hallo, wir sind hier im Stream. Das braucht keiner wissen, was hier los ist. Du bist eine Frau. Ja. Richtig. Ich stehe nämlich auf Männer. So, ich bin noch mal, ne? Kappa. Meine Katze war auch gerade voll Psycho. Und dann haben wir sie alle drei gegenseitig gejagt. Wir sind mit Terror. Nö? Terror. Oh, es geht los. Freunde, die nächste Indoor-Map. Na, ich meine bloß Motivation. Nochmal entkommen. Ihr wollt also auch keine Indoor-Map haben, oder was? Jetzt hast du also Bock darauf. Ja, klar. Logisch. Ab geht er. Ab geht er, Hans-Peter. Ab in die Psychiatrie. Da kenne ich mich aus. Perfekt. Ja. Ja. Und wenn wir fertig sind, habe ich genau knapp über sechs Stunden gestreamt. Das ist doch in Ordnung. Ja, das reicht, denke ich. Das war gut. Ich wollte ein Problem machen von Chiba und habe mich selbst gesehen. Ich musste... Diepa, diepa, du. Diepa, diepa, diepa. Oh, komm mal, könnte man das Hintergrund nehmen, ne? Keiner lacht mehr. Ja. Das waren Robert, Steffi, Aileen und ich. Was? Hallo. 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 Sag mal, wer ihr seid. Ich bin Robert. Hallo. Wie geht's? Wie stehst du? Und der Rest? Ich bin Silvia. Stimmt nicht. Sie lügt. Ich bin Maria, ne? Hä? Was seid ihr denn jetzt für Leute? Was seid ihr denn jetzt für... Hä? Das war eine ernst gemeinte Frage und dann kommt sowas. Debbie und Lisa und Robert. Ja. Und Lina hat keinen Namen. Ne, Lina hat keinen Namen. Alina haben wir einfach vergessen. Sie habe keinen Namen. Ja, wir haben Alina einfach vergessen. Ja, wir haben Alina einfach vergessen. Lina, hab ich keinen Namen. Ne, sie haben gerade geredet. Aha. Mit wem hast du denn gerade geredet? Mit euch. Hä? Ja, aber er hört mich irgendwie nicht. Achso. Jetzt ja. Ich habe einen Generator gefunden. Sehr schön. Oh, ihr seid ja zu dritt hier. Cool. Oh, da ist der vierte sogar. Oh, der darf nicht mitmachen. Oh, Lina. Ja. Ich will das erste Mal, dass ihr mich auch wisst. Och, Mann. Es tut mir leid, dass wir dich ausschießen. Komm in unserer Gruppe. Nee. Jetzt will ich nicht. Der Moritz. Ja. Ja. Wir können doch nichts dafür, dass es direkt an der Mauer ist. Ich habe den nächsten Generator gefunden. Ja, der Demogorgon auch. What? Also, manchmal erinnert mich das hier auch wirklich an Mittelerde, diese Map. An Herr der Ringe. Irgendwie. Euch auch? Mhm. Oha, Bruder. Ich habe nicht geguckt. Du hast Herr der Ringe nie geguckt? Nö. Schäm dich. Aber du hast doch Star Wars noch nie geguckt, ne? Nö. Ja, ja, gut. Okay. Du hast halt andere Filme, andere Serien im Kopf, ne? Ja. Wie wahrscheinlich Vampire Darius oder wie das heißt. Nein. Nee, das habe ich auch nicht. Oder House of Wax oder wie das heißt. House of Wax oder wie das heißt. House des Geldes. House des Geldes, genau. Auch nicht. Dann, äh, Fifty Shakes of Grey. Nein. Natürlich. Natürlich. Diese typischen Frauen ist Nulzen. Habe ich aber nicht geguckt. Was ist denn deine Lieblingsserie? The Big Bang Theory. Oh ja, ja gut. Wir reden jetzt nicht von Serien, die im Fernsehen rund um die Uhr laufen. Wir reden jetzt von richtigen Serien, die man wahrscheinlich nur auf Netflix gucken kann. So was wie Blacklist oder Game of Thrones, sowas halt. Nein. Riverdale. Elite. Okay. Mörder. Mörder? Dead by Daylight beispielsweise, das ist eine coole Serie. Er ist weg. Er ist bei unserem alten Generator. Ich bin auch mal deinem Generator. Er ist jetzt irgendwo hin verschwunden. Äh, Lisa. Was machst du da schon wieder? Hör auf zu entkommen. Hör auf zu entkommen. Mag mich keiner erst bei mir? Ja, es wäre schön, wenn sie jemand da mal rausholen könnte. Mach ich. Ich hab's nicht gehört. Oh shit. Ich hab's nicht gehört. Och man, Brudi. Also, also geht jemand? Ich seh's irgendwie nicht. Okay, okay. Ist ihr hinter dem? Weiß ich nicht. Ich hab die ganze Zeit pullt. Ich weiß, wo kommen wir jetzt. Oh Gott, der hat den war gar kein Alter. Der alte Freund. Nee. Oh Mann. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ja, ja. Ich bin in deiner Nähe. Ich bin in deiner Nähe. Allerdings hab ich ihn auch zu meinem Totem geführt. Oh shit. Oh shit. Scheiße. Wieso kam er ausgerechnet in der Richtung? Er hat ja in jede andere Richtung rennt können. Nein. Oh nein. Wickel dich frei. Ja, ja, ich bin bei. Ich bin bei. Ich bin bei. Scheiß Killer, Junge. Wer macht denn... Wer baut denn so scheiß Alien, ey? Och Mensch. Die gibt es doch noch nicht mal. Stranger Things. Ja. So was. Echt? Da gibt's die? Ja. Okay. Die Serie hat mittlerweile, glaube ich, drei Staffeln oder so. Ich frag mich, ob Dead by Daylight die Rechte von allen Killern hat. Ja. Oder ob... Haben sie wirklich? Ja. Wissen sie ja. Jetzt können die einfach verklagt werden. Ja, das meine ich nämlich. Anscheinend muss das Spiel ja ziemlich viel Geld gefressen haben, oder? Das muss ja alles wieder reinkommen, ne? Ich glaub, das tut es auch. Ach komm, das kann nicht sein. Ich bin in der letzten Ecke. Und trotzdem kriegt er mich wieder. Es ist zum Kotzen. Und natürlich ist hier auch wieder ein Haken. Natürlich. An der Sache ist immer ein Haken dran. Jetzt darf ich auch noch kämpfen. Dankeschön. Tolle letzte Runde. Geil. Wir machen noch eine. Das kann ich auch nicht hier oben sitzen lassen. Können Sie holen Sie, Robert? Nee, ich hänge hier mit. Ich hänge mal den Keller erst bei mir. Ach, boah. Ihr seid viel zu weit weg. Ihr könnt das... Ihr schafft das gar nicht mehr. Ja, aber wenn ich mein Checkpoint verkacke, dann ist vorbei. Ja, dann streng dich an. Ja, mancher. Gut. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Dreh, die ist jetzt wieder gleich hinter mir. Ich raste da raus. Nein, erst hinter Lisa. Gut. Weitermachen. Da, wo ich gerade mit linieinigen Generale fertig hatte. Ah, da ist er. Ja. Jetzt gibt sie im Haus. Nein. Nein. Nein, du... Oh. Sorry. Wer ist fertig, den Generator? Der ist fertig. Ja, ich habe auch einen gefunden. Habt den Generator? Ich mache einen im Keller. Im Keller? Der hier ist fast fertig. Der hat nur noch, weiß ich nicht, 10% noch zu machen. Ich habe die Hälfte noch. Nicht. Dann kannst du aufhören. Ich bin gleich fertig. Du solltest keinen Fluchtversuch machen, Mensch. Und fertig. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Der ist bei dir. Ich mache das Tor auf. Ich bin unterwegs. Er jagt mich. Und er ist viel zu schnell. Alter, der ist sehr schnell. Ich weiß nicht, ob du zum richtigen Tor gerannt bist. Weil hier ist nur einer. Hier ist nur Steffi. Bin ich. Bin ich zum richtigen Tor gerannt. Er ist, er ist, er kommt, er kommt. Er ist offen. Komm. Er hat von her abgelassen. Warte, bevor du rausrennst. Stopp. Achso, ich kann mich auch retten. Ich habe ja noch. Ich habe ja noch. Ich habe ja noch meinen. Oh Gott. Ich kann gerade nicht rausrennen. Komm. Er ist, er ist direkt hinter mir. Nee. Oh Gott, jetzt hat er mich. Oh ja, okay. Schrei mich halt an. Jetzt regt mich weg. Ach nee, jetzt regt er mich wieder in die Richtung. Achso, ja, okay. Da ist der. Er kommt. Na, nee, er macht ein Tor. Und dann geht er, glaube ich, gerade in eure Richtung. Nee, er guckt nur. Er guckt. Er bleibt hier. Geht raus. Jetzt macht er hier ein Tor. Jetzt ist er weg. Nee, muss passen. Ey, Mann, ich will nicht, dass einer von uns jetzt stirbt. Wir müssen ihn holen. Aber ich kann nicht. Wenn ich gehängt werde, dann bin ich aber tot, ne? Ja, er bleibt da. Ja, dann los. Dann los. Dann müsst ihr machen. Okay, wir können rausgehen. Überlebst du? Er ist hier, am Ausgang. Na, noch lebe ich. Jetzt kommt er. Renn raus, renn raus. Liegst du? Nee, ne? Nee, ne. Krass. Oh Gott. Ja, ja, ich bin ins Tor gekommen. Alles gut. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Hey, wir haben alle über 20.000 Punkte. Geil. Sehr gutes Teamwork. Yay. Das war noch ein guter Abschluss, oder? Zweimal hintereinander, alle vier entkommen. Ja. Das finde ich super, ja. Ja, im Gegensatz zu den Runden davor, definitiv. Und Franzi hat morgen eine Aufgabe. In Twitch-Chat muss sie morgen posten, wie sie ihren, äh, 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 Kürbis hinbekommen hat. Der muss genau so aussehen. Und wer nicht? Du musst exakt genau so machen. Ob schwer ist oder nicht, du hast, das ist deine Aufgabe. Das wollen wir in Twitch-Chat sehen. Und dann posten wir es auf, äh, auf Instagram. Und alle müssen liken und wer nicht. Und dann schreiben wir drum runter, Hashtag Dead by Daylight. Bitte F12 drücken noch hinten, statt zuschreiben. Ja, war noch eine gute Runde, oder? Ja, ja, ja. War echt gut. Ja, zwischendurch war ein bisschen Frust dabei, ne? Ja, ist aber immer normal. Aber war ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Und wir sind, ey, wir sind bei 5 Stunden, 59 Minuten und 32 Sekunden. Ich würde sagen, genau bei 6 Stunden mache ich den Stream aus. Und ihr dürft euch gleich verabschieden. Ja, okay. Es sind noch 20 Sekunden. Also, wie hat es euch gefallen? War schön? Ja, ja. Alles sehr gut. Ja, gut. Bis morgen in der App, äh, in WhatsApp. Und wir reißen morgen mit Max Singer. Und adieu, gute Nacht, schlaft schön. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.